Peri Rodan 2872 Lekores Wandlungen von Michael Markus Turner Gelesen von Andreas Laurenz Mayer Die Hauptpersonen Attila Lekore, der Koda Arathia, fühlt sich vielfältig. Pakwa Taksmapu, der Orakel Page, fühlt sich als Theophore. Ev Potenen, der Agent, fühlt sich unwiderstehlich. Deknotai, der Krieger, fühlt sich als Herr der Lage. Maxal Xomot, der Karadok, fühlt sich zurückgesetzt. Akushai, der Tomka-Karadok dieser Epoche, fühlt, dass ihn nichts mehr aufhalten kann. Im Herzen des Tamaniums Eine Verschwörung soll verhindert werden. Auf der Erde schreibt man das Jahr 1518 NGZ. Die Menschen haben mit der Liga Freier Tarana ein großes Sternenreich in der Milchstraße errichtet. Sie leben in Frieden mit den meisten bekannten Zivilisationen. Doch wirklich frei ist niemand. Die Milchstraße wird vom atopischen Tribunal kontrolliert. Dessen Vertreter behaupten, nur seine Herrschaft verhindere den Untergang, den Weltenbrand der gesamten Galaxis. Peri Rodan ist von einer Expedition in vergangene Zeiten in die Gegenwart zurückgekehrt. Diese wird nicht nur von der Herrschaft der Atopen bedroht, sondern auch durch die brutalen Tioforen, die durch einen Zeitriss aus tiefster Vergangenheit zurückgekehrt sind. Zum Glück arbeitet Rodan nicht allein, obwohl ihm ein wichtiger Bündnispartner noch fehlt, Vetrismolaut. Doch wird er sich überzeugen lassen? Erste Anzeichen gab es, und nun ereignen sich zudem Lecures Wandlungen. Kapitel 1 Er war Paka Taksmapu Attila Lekore nutzte einen Schrägbalken, um in das Zwischengetürm zu gelangen. Eiszacken bildeten sich an den Wänden links und rechts, geformt durch exakt abgezirkelte Stöße kühler Luft, die durch geschickt ventilierende Windkanäle und Eolenpfeifen herangeleitet wurden. Das Licht verlor an Stärke, angenehme Düsternis umfing ihn. Lekore stieg die Treppe mit den ungleich hohen Stufen in das nächste Zwischengetürm hinab, streifte sachte und liebevoll über die feuchte Decke und gelangte durch ein Grubenloch in das Hauptgeschoss. Andere Tioforen kamen ihm entgegen. Manche vollführten Gesten der Ehrerbietung, andere waren zu sehr in ihre Kampfvorbereitung und in das Zwiegespräch mit der Kriegsbrünne vertieft. Es lief eine Bereitschaftsübung im Sterngewerk. Etwa 30 Prozent der Besatzung waren in die großteils virtuelle Kampfsimulation mit einbezogen. Oh, sie waren stark, mächtig, großartig. Lichtpünktchen flackerten auf und wanderten über die Kriegsbrünnen. Sie zeigten einen Teil der Erregung, die die Tioforen befallen hatte. Auch wenn es sich lediglich um eine Übung handelte, das Kriegsbukett der Mitstreiter war manchmal so stark, dass es selbst ihn erregte. ihn, den Zwitter, ihn, das zukünftige Orakel, ihn, der, der einst als Verbindungsglied zum Katiophat und damit zum Höchsten dienen würde. Attila blieb stehen. In einem ersten Reflex wollte er sich an der buckligen, schiefen Wand festhalten und tief durchatmen. Doch das durfte er nicht. Kein Tiofore würde jemals ein Gefühl der Schwäche auf diese Weise zeigen. Ich bin Attila Lekore. Ich bin ein Koda Arathia. Aber im Grunde meines Wesens bin ich Terraner. Ach ja? War das denn wirklich so? Wie sehr hatte sein Wesen gelitten durch die vielen Wandlungen, die er im Laufe seines Lebens durchgemacht hatte? War nicht da und dort ein kleines Teilchen seiner moralischen Ansichten verloren gegangen und durch ein anderes ersetzt worden? Steckte in ihm nicht längst eine Mischung vieler unterschiedlicher Meinungen und Charakterbilder, die selbst er nicht mehr voneinander zuscheiden wusste? Der Üssig auf seiner rechten Schulter krächzte leise, als wollte er ihn mahnen, den Weg in die Zentrale der Kippakotnal rasch fortzusetzen. Der Karadok Maxal Xomot erwartete ihn. Es war verdammt schwer, die Persönlichkeit eines Tioforen nicht beherrschend werden zu lassen. Diese Geschöpfe waren in vielerlei Hinsicht dominant. Nun, da er in die Rolle des Orakelpagen Pacwa Taxmapu geschlüpft war, war Lekore mit dessen Wesen konfrontiert. Der junge Tiofore war mit seiner völligen Hingabe zum Katjophat präsent. Die mentale Stärke dieses Wesens stellte eine stete Herausforderung vor Lekore dar. Tag für Tag, Minute für Minute, musste er sich dieser Auseinandersetzung stellen. Eine freischwebende Energiekugel kreuzte seinen Weg. Sie löste sich aus einem Buckel in der Wand, umkreiste ihn und fuhr mit viel Wucht in den schwammigen Boden, ohne einen Abdruck zu hinterlassen. War dies eine Warnung der Schiffsführung, sich zu beeilen? In seinem Gedächtnis, in dem des Orakelpagen, war nichts zu diesem Thema vermerkt. Manche Geschehnisse an Bord eines Sterngewerks blieben ungeklärt. Sie waren dazu da, die Sinne der Tioforen zu schärfen und ihnen zu zeigen, dass sie misstrauisch bleiben mussten. Attila machte sich wieder auf den Weg. Nur noch zwei Rutschen, eine Treppe, einige Kehrtrückwärze und einen mit organischen Wegweisern versehenen Gang trennten ihn von der Begegnung mit dem Karadok. Maxal Xormod lud ihn ein, die Abschlussarbeiten an der Britomartis gemeinsam mit der Schiffsführung zu beobachten. Attila Likore wurde aufgefordert, unter dem rot-goldenen Käfig Platz zu nehmen, in dem das Schiffsorakel hockte. Eines Tages, so war es bestimmt, sollte er dessen Platz einnehmen. »Die Britomartis ist soweit«, sagte der Karadok ohne ein Wort des Grußes. »Die Techniker ziehen sich aus dem Schiff der Terraner zurück. Es werden keinerlei Zeichen einer Manipulation zu erkennen sein.« »Großartig«, Attila Likore zeichnete ein Symbol der Ehrerbietung in die Luft. »Wie du vorgeschlagen hast, wird man auf Seiten der Terraner glauben, dass das Schiff dem Gefecht mit uns entkommen wäre.« »Die beiden feindlichen Raumfahrer sind vorbereitet?« »Selbstverständlich, Karadok.« Likore erhob sich. Moizen schmiegte sich an seinen Hals und gab einen müden Schrei von sich. »Ich habe sie erfolgreich manipuliert. Sie sind leicht zu durchschauen, ihre Geister simpel. Was sie so widerlich macht, ist der Mangel an Ausdünstungen.« Dennoch existieren sie und ihre Verwandten schon seit vielen tausend Jahren in dieser Sterneninsel, so wie einigen anderen. »Sie hatten viel Glück«, behauptete Likore, »und Hilfe. Stets dann, wenn sie nicht mehr weiter wussten, fanden sie fremde Unterstützung. Du bist jung und urteilst entsprechend hart und auch vorschnell, Orakel Page. Unter den Völkern dieses neuen Fariske Eregon gibt es viele, gegen die es sich zu kämpfen lohnt. Aber das soll uns nicht weiter interessieren.« Der Karadok deutete auf die Holowand zwischen zwei Säulen. »Die Bretromatis wird der Beginn ihres Endes sein. Wir kennen ihre Geheimwaffe, dieses Hüsiv-System, das vorgeblich unsere Indoktrinatoren aufhalten kann.« »Tut es aber nicht«, rief einer der Offiziere von seinem Platz an einem Stehpult. Einige Kameraden fielen in wildes, rasches, ausuferndes Gebrüll ein und für wenige Sekunden herrschte vermeintliches Chaos in der Schiffszentrale. Das Durcheinander hielt nicht lange an. Die Tioforen ließen nur dann ihren Emotionen freie Bahn, wenn Zeit und Gelegenheit dazu da war. Aber auch wenn sie durch ihr Gehabe ein völlig anderes Bild vermitteln mochten, wusste Lekore mittlerweile, wie diszipliniert sie waren. »Das Hüsiv-System der Terraner kann unsere Indoktrinatoren nur für kurze Zeit aufhalten«, sagte der Karadok. »Wir werden die Flotten der Feinde vernichten. Vielleicht finden sich einige wenige unter ihnen, die es wert sind, in die Schiffsbanner aufgenommen und dem Katjufat zugeführt zu werden. »Lasst uns hoffen, dass die Ernte groß sein wird.« »Ich zweifle daran«, sagte Lekore. »Die beiden Gefangenen zeigten nur wenig Widerstandskraft, als ich sie behandelte. Ihre Geister sind armselig, ihr Wesen langweilig.« Auf dem Bildschirm waren Kolonnen von Tioforen zu sehen, die die Britomartis verließen. Hinter ihnen kamen Spezialisten in Anzügen, die selbst die geringsten Spuren verwischten und eine molekulare Reinigung der Atemluft im Inneren des Schiffs vornahmen. Doch damit nicht genug. Prüfroboter schwebten durch die Britomartis und führten eine dritte, vierte und fünfte analytische Kontrolle durch, bevor sie das terranische Schiff freigaben. »Alles in Ordnung«, meldete der verantwortliche Offizier über Funk. »Die Gefangenen können an Bord gebracht werden.« Weitere Befehle hallten durch die zentrale Halle. Eine transparente Kugel geriet ins Holobild. In ihr ruhten die beiden gefangenen Terraner. Sie waren sediert und würden erst in wenigen Stunden wieder zu sich kommen. Lekore fühlte Hass und Gier gleichermaßen. Der Anblick der beiden erweckte die beiden Gefühle in ihm. Sie waren Feinde, und er wollte sich nur zu gerne mit ihnen in einem Kampf messen. Auch wenn er nicht das Gehen eines Kriegers in sich trug, war er empfänglich für die theuphorische Lust an der Jagd und am Tod. Mühevoll besann sich Lekore seines eigentlichen Wesens. Der Kampf gegen die Dominanz der von ihm angenommenen Rolle war niemals zuvor so schwer gewesen. Diese theuphoren waren in jeglicher Hinsicht unglaublich stark. »Ich habe viel Arbeit in die Beeinflussung dieser minderen Gestalten gesteckt«, sagte er. »Auch wenn sie schwach sind, mussten viele Kleinigkeiten berücksichtigt werden. Feindliche Spezialisten werden sie untersuchen, sorgt also dafür, dass die beiden Terraner nicht zu früh aufwachen. Was ich ihnen in ihre Köpfe eingepflanzt habe, muss sich setzen und sich verdichten. Es dauert, bis sie selbst die Gewissheit haben, dass sie tagelang in Bewusstlosigkeit an Bord der Pritumartes dahingetrieben sind und dass sie niemals die Kippakotnal betreten haben.« »Das wissen wir, Pagwa«, sagte der Karadok. »Erwartest du noch mehr Lob, noch mehr Aufmerksamkeit? Ich möchte sicher gehen, dass alles glatt geht.« Lekore zeigte Nervosität und beging Fehler. Er redete zu viel und wiederholte das Offensichtliche. Ein Theophore beschränkte sich auf Fakten. Nur wenn er in die Schlacht zog, wenn er die Kriegsbrünne überzog und den Geruch des Kampfes aufnahm, lockerte sich seine Zunge. »Die Gefangenen heißen Tembin-Kosijon und Rewan-Toni«, sagte sich Lekore. »Er ein Oxtorna, sie Terranerin. Sie sind gut ausgebildete Soldaten im Dienste der Liga Freier Terraner, Verbündete, die ich retten konnte und die an Bord der Pritumartes in Sicherheit gelangen werden, auch wenn ich ihnen mit dem Geschick eines Orakelpagen tatsächlich Lügen eintrichtern konnte. Sie werden glauben, dass ihre beiden Kameraden einem Unfall zum Opfer gefallen sind. In Wirklichkeit waren es Theophoren gewesen, die die vernichtenden Schüsse abgefeuert hatten. Dies ist die Geschichte, die ich ihnen mitgegeben habe. Der Plan, die Theophoren über die eigentliche Stärke ihrer gegen die Indoktrinatoren gerichteten Defensivwaffen im Ungewissen zu halten, ging auf. Karadok Maxal Xomot und seine Mitstreiter würden glauben, dass die Terraner leichte Beute waren. Mit dem Abflug der Pritumartes war dieser Teil seines Auftrags erledigt, ein gewichtiger Sieg errungen. Die Transportblase senkte sich und glitt durch das offene Hauptschott des 800-Meter-Raumers ins Innere. Winzige Kameras verfolgten den weiteren Weg der Gefangenen. Störsender würden alle terranischen Aufzeichnungen löschen. Alle Daten-Backups der terranischen Positronik waren eliminiert und durch gefälschte Aufzeichnungen ersetzt. Das biologische Plasma, in Winterschlaf geschickt, die hyperteuktische Verzahnung unterbrochen worden. Die Transportblase senkte Jun und Ntoni sachte ab und entfernte sich dann rasend schnell. Bildsonden zeigten letzte Aufnahmen der Bewusstlosen, dann zogen auch sie sich zurück und verließen die Pritumartes. »Punkt Null ist erreicht«, sagte ein euphorischer Offizier. »Die Abkopplung erfolgt jetzt!« Weitere Minuten vergingen. Der Raumer der Apollo-Klasse wurde aus der virtuellen Umklammerung der heimatlichen Kippa Cotnal entlassen und auf den Weg geschickt. Das Schiff der Terraner nahm Fahrt auf. »Meiner Terraner«, verbesserte sich Lekore. Noch arbeiteten von Tioforen bestimmte Programmvektoren. Sie würden bald vergehen, die Positronik der Terraner erwachen und die Herrschaft über das Schiff übernehmen. Auch sie hatte falsche Erinnerungen implantiert bekommen. Stille herrschte. Lekore beobachtete den Karadok, der angespannt die Manöver der Pritumartes im Auge behielt. Erst als die letzte Verbindung gekappt und der terranische Raumer in die völlige Freiheit entlassen worden war, atmete er durch. Aus Xomots Sicht war eben das Ende aller gesellschaftlichen, politischen und militärischen Strukturen in der Milchstraße eingeläutet worden. Lekore blieb ruhig. Er durfte sich nichts anmerken lassen. Nicht die Freude, nicht die Erleichterung. Der erste Teil seiner Aufgabe war erfüllt. Er hatte den Karadok und seine Gefolgsleute aufs Glatteis geführt. Oder, wie es die Thioforen sagten, er hatte schlecht legiertes Thioxin von der Brünne geleckt. Kapitel 2 Er war Pakwa-Taxmapu. Ein weiterer Tag. Ein weiterer Kampf gegen Gedanken, Wesenszüge, Verhaltensweisen eines Thioforen. Mühsam quälte sich Lekore von seinem Lager hoch und streckte den rechten Arm in Meuzens Richtung. Der kaum mehr flugfähige Üssig krallte sich an seinem Zeigefinger fest und kletterte behäbig über Unter- und Oberarm bis zu Lekores Schulter. Das begrüßende Krächzen geriet ihm nur schwach. Es klang stolz, aber auch liebevoll. In den vergangenen Tagen hatte Lekore in seiner Rolle als Pakwa-Taxmapu ein außerordentlich gutes Verhältnis zu dem Geschöpf aufgebaut. Er sichtete die neuesten Nachrichten im Licht der Käferartigen Sokarka. Die Informationen waren selektiert worden. Ein Teil blieb ihm verborgen. So war es nun mal im gesellschaftlichen Gefüge der Thioforen. Er fühlte stolz, als er von Erfolgen der Sterngewerke in anderen Bereichen der Milchstraße hörte und drängte dieses Gefühl wieder beiseite, so gut es ihm ging. Die Oberfläche einer Siedlungswelt der Jülzisch war vernichtet. Mehr als drei Milliarden Lebewesen getötet wurden. Kleine Raumgeplänkel hatten weitere Siege der Thioforen gebracht. Etliche Sechster dem Banner füllten sich. Ruhmreiche theuphorische Krieger und tapfere Verteidiger der Milchstraße waren es, die für wertbefunden worden waren, Zugang zum Katjophat zu erhalten. Für wenige Sekunden erlaubte sich Lekore in die Rolle eines Taraners zurückzufallen. Die Thioforen kannten Tränen. Also gab er seiner Verzweiflung nach und presste Sekret aus den Augen, um es so rasch wie möglich wieder beiseite zu wischen. Es war riskant, was er tat. Doch er benötigte diese emotionalen Erinnerungen an sein Menschsein, wollte er nicht völlig in der Rolle als theuphorischer Orakelpage aufgeben. Wieder einigermaßen gefasst, las Lekore den Rest der für ihn bestimmten Nachrichten. Sieh an! Etwas später gibt es eine Einsatzbesprechung aller hochrangigen Offiziere unserer kleinen Flotte und das an Bord der Xoinatio. War das seine Chance? Der Tomka-Karadok Akoschai hielt sich an Bord der Xoinatio auf. Akoschai war ein erklärtes Zielobjekt. Er stand in der Hierarchie der Theoporen ganz oben. Er war der militärische Oberbefehlshaber dieser Epoche. Wenn es Lekore gelang, in die Rolle dieses Mannes zu schlüpfen, erhöhten sich die Chancen, die Strukturen der theuphorischen Mordmaschinerie noch besser kennenzulernen und letztlich zu zerstören. Lekore blies sachte gegen die Flughäute des Üssig und vollführte gemeinsam mit ihm die morgendlichen Gedankenübungen. Der betagte Meuzin begleitete ihn auf sonderbare Art und Weise bei den mentalen Spaziergängen, die an das Reich des Katjophats heranreichten. Attila beschäftigte sich intensiv mit seiner Rolle als Orakelpage. Immer wieder überprüfte er sein Wissen. Immer wieder gab er sich seinem Dasein als Theophoere hin. »Du wirst erwartet!«, hörte er die Anweisung über die Lautsprecher seiner Kabine. »Mach dich sofort auf den Weg!« Kein Bitte, kein Danke, keine Höflichkeitsfloskeln. Die Theophoeren begegneten einander direkt und beschränkten sich fast ausschließlich auf die Weitergabe von Informationen. Lekore sicherte Meuzin auf seiner Schulter und ging los. Es war nicht weit bis zur Zentralhalle. Auch an den Weg hatte er sich längst gewöhnt. Er kam problemlos vorwärts und musste bloß ein einziges Mal innehalten, als »Borgos« aus dem Boden entwichen und ihm den Weg versperrten. »Borgos« waren gasgefüllte Behältnisse, die das Schiffsgehirn da und dort auftauchen ließ und die auf eng begrenztem Raum ein verändertes Klima schufen. Manchmal zerbarsten sie und erhöhten die Temperatur um gut zehn Grad Celsius, ein anderes Mal sprühten feinste Eiskrümel unter großem Druck aus dem Behältnis und bombardierten seine Haut. Attila gelangte in die kuppelförmige Zentrale. Fünf Todlichter waren zu sehen, alle leuchteten blau. Die schlanken hohen Säulen standen für jeweils ein Schiff der kleinen Flotte. Jenes Todlicht, das das Sterngewerk Xoinatio repräsentierte, schillerte in aufregendem Kobaltblau. »Urkale«, sandte ihm einen Gruß. »Das Orakel saß in seinem Käfig und träumte sich ins Katjufat.« »Lekore winkte ihm zu.« »Der alte Tiofore war ein erklärter Förderer von Pakwataksmapu.« Lekore ließ sich auf einen der Besucherplätze im weitläufigen Raum nieder. Der Karadok deutete ihm mit einer Handbewegung, dass er seine Ankunft registriert hatte. Dann verschwand er hinter ihn umkreisenden Holos. Lekore wartete. Seine Nerven waren angespannt wie so oft während der letzten Tage. Er fühlte sich in seinem Körper unsicher wie selten zuvor nach der Übernahme einer Rolle. Auf dem Schiff der Tioforen begegnete er ständige Misstrauen. Die Angehörigen des Kriegervolkes überprüften und überwachten sich gegenseitig. Sie steckten in einem permanenten Konkurrenzkampf und lauerten auf Schwächen oder Fehler ihrer Kameraden. Eine falsche Geste, ein falsches Wort. Und Lekore steckte in Schwierigkeiten. Es dauerte eine Weile, bis Maxal Xommot die anstehenden Arbeiten erledigt hatte und sich die Menge der ihn umschwirrenden Holos auf ein halbes Dutzend reduziert hatte. Der Karadok wandte sich ihm zu. »Du wolltest mich sehen?« fragte Lekore. »Ich möchte deinen Rat einholen, Orakel Page. Ich stehe wie immer zur Verfügung. Natürlich tust du das. Manchmal frage ich mich, ob du nicht ein klein wenig zu begierig darauf bist, mir zu helfen. Ich bin kein Krieger und könnte niemals deinen Platz einnehmen, Karadok. Darüber hinaus tut ein kluger Anführer wie du gut daran, sich die besten Berater zu suchen. Du bist schrecklich von dir eingenommen, Taksmapu. Und warum sollte ich auf das Wort eines Orakelpagen hören? Natürlich stehst du in Austausch mit dem ins Katjufat eingegangenen Heroen unserer Geschichte, doch was wissen die schon über die aktuellen Schwierigkeiten? Zählt heute noch, was an Bord eines Sterngewerks vor zweihundert oder zweitausend Zeitstrecken Gültigkeit hatte? Lekore fühlte, dass er in Gefahr war. Der Karadok war durch und durch machtbesessen. Er sah überall Feinde und verfolgte seine Gegner abarmungslos. Dennoch musste der Orakelpage ihm mit Aggressivität begegnen. Eine andere Sprache verstand der Karadok nicht. Selbstverständlich berate ich mich häufig mit mentalen Komponenten der Vorfahren, aber ich bin noch nicht so weit, sie ausreichend gut zu verstehen. Was du von mir zu hören bekommst, ist das Resultat meiner Überlegungen. Frag Urkale, was er von mir hält. Frag deine Kämpfer, deine Offiziere. Frag die Niedersten an Bord der Kippakotnal. Gibt es jemanden, der einen Vorwurf gegen mich vorbringen kann? Habe ich je falsche Ratschläge gegeben? Lekore atmete tief durch die Nasenschlitze und pustete dann durch. Schleim platschte auf den Boden. Ich bin gut in dem, was ich tue, Karadok. Ich bin loyal. Ich bin zutiefst von unseren Idealen überzeugt und vertraue auf das Katju-Fat. Also nutz mich gefälligst, Maxalk-Sommot. Mach, dass dieses Sterngewerk bald zu einem der ruhmvollsten der Tiu-Foren wird und man über die Besatzung der Kippakotnal Loblieder singen wird. Der Karadok erhob sich von seinem Platz. Langsam, kaum beherrscht. Er dampfte. Er roch nach erwachender Wut. Er glitt in den Kampfmodus. Und plötzlich lachte Maxalk-Sommot. Laut, mit weit nach hinten gebogenem Oberkörper, aus vollem Herzen. Es schien, als wollte er gar nicht mehr aufhören, so sehr begeisterte sich der Karadok an Lekores Worten. »Du riskierst viel mit deinen Unverschämtheiten«, sagte der Kommandant der Kippakotnal, nachdem er sich wieder beruhigt hatte. »Einem anderen hätte ich den Kopf abgerissen. Du aber amüsierst mich, Taxmapu. Du hast Mut und bringst mir eine Offenheit entgegen, die dich ehrt.« Lekore senkte den Kopf, um seine Erleichterung verbergen zu können. Anschließend machte er eine Geste der Ehrerbietung und ließ es geschehen, dass sich der Üssig an sein Gesicht schmiegte, so als wollte auch Meuzern ihm bestätigen, dass er das Richtige gesagt und getan hatte. »Du wolltest meinen Rat zu einem Problem hören?«, erinnerte er den Karadok. »Richtig, Taxmapu.« Maxalk-Sommot setzte sich wieder. »Der Tomka-Karadok hat mich aufgefordert, an Bord seiner Xoinatiu zu kommen, gemeinsam mit den Karadoks der Peitzakwal, der Denopaxa und der Ulutaxo.« Ich habe davon gelesen. Eine Stummblase entstand rings um Maxalk-Sommot und ihn. Sie schirmte sie beide von allen anderen Anwesenden in der Zentrale ab. »Wie du weißt, stehen wir in einem Stittenwettkampf. Welches Sterngewerk fügt die wertvollsten Bewusstseine seinem Banner hinzu? Welches erreicht die meisten feindlichen Abschüsse? Wessen Angriffspläne erweisen sich als bestgeeignet? Wessen Truppen erzielen bei Auseinandersetzungen die wunderbarsten Tötungen?« Als Orakelpage kann ich das nicht alles zur Gänze nachvollziehen. Mir fehlt das Gespür dafür. Aber ich weiß, wovon du redest. »Natürlich weißt du das. Warum redest du immer wieder über das Offensichtliche?« »Verzeih.« LeCore hatte einen weiteren Fehler begangen. Viele von dieser Art würde er sich nicht mehr leisten können. »Small Talk« galt in den Augen der Theophoren als erbärmliche Schwäche, für die ein anderer längst gemaßregelt worden wäre. »Der Tomka Karadok und ich haben in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Auffassungen. Um es deutlich zu sagen, er ist ein Kretin.« »Ich verstehe.« »Und du bist ein herzensguter, liebevoller Schiffskommandant, der für die Probleme all seiner Untergebenen jederzeit zu sprechen ist.« »Ich möchte von dir einen Plan, wie ich mich dem Tomka Karadok gegenüber verhalten soll. Auf meine militärischen Ratgeber kann ich mich in dieser Hinsicht nicht verlassen. Du jedoch als Zwitter, der den Geruch der Aggressivität nur abgeschwächt wahrnimmt, weißt womöglich, was zu tun ist.« »Strebst du Akkuscheiß-Position an?« »Wer tut das nicht?« »Er ist auch unter den anderen Karadok wenig beliebt.« »Geht es um das übliche Konkurrenzverhalten, oder steckt mehr dahinter?« »Es steckt immer mehr dahinter, als es den Anschein hat.« Max Salk-Sommot streckte einen Fuß aus und kreuzte nachdenklich die Arme. »Ein Kampf um die Vorherrschaft in einem flotten Verbund findet auf mehreren Ebenen statt. Auf der ästhetisch-künstlerischen, auf einer der persönlichen Beziehungen, auf der des Kampfes, auf der von Ansichten und Meinungen zum Katjufat du sprichst das Offensichtliche aus. Ich möchte, dass du mir ein Konzept erstellst, wie ich mich dem Tomka Karadok gegenüber verhalten soll, wie ich ihm in Zukunft entgegentreten soll. Ich fordere eine logisch begründete Strategie. Wann muss ich mich zurückhalten? Wann eine forschere Gangart anschlagen? Soll ich versuchen, ihn und sein Sterngewerk in einem kreativen Kampftanz in den bevorstehenden Schlachten zu übertreffen? »Ich weiß wenig über den Tomka Karadok.« Lekore sah die Chance. »Um mir ein Bild von ihm zu machen, sollte ich ihn persönlich kennenlernen. Nimm mich zu der heutigen Versammlung mit, und ich kann dir gleich im Anschluss eine erste Route vorgeben.« »Abgelehnt«, sagte Xomot rasch. »Dass ein Orakel Page mitkäme, würde den Tomka Karadok misstrauisch machen und einen Gesichtsverlust für mich bedeuten. Das Orakel Urkale würde er womöglich akzeptieren. Doch der alte Zausel ist bloß gut als Verbindungsglied zum Katjufat, wie wir wissen.« »Urkale ist ein guter Mann, mein Lehrmeister und Förderer. »Lassen wir das, Taksmapu. Ich werde dich nicht zur Xoinatio mitnehmen, auch weil ich dir ausreichend Material zum Tomka Karadok zur Verfügung stellen kann, in Bild und Ton, Altes und Neues, Harmloses und auch Verfängliches. Du wirst anhand dessen arbeiten.« »Aber ich will kein Aber hören!« »Verzeih, Karadok.« LeCore wollte das Haupt beugen, bevor er sich daran erinnerte, dass Theophoren als Zeichen der Ergebenheit mit einer Hand einen Halbkreis in die Luft zeichneten. »Akzeptiert! Und nun gib mir einige unkritische Ratschläge für das heutige Zusammentreffen mit Akkoschei. Bleib ruhig. Halt dich im Hintergrund. Lass dich nicht provozieren, sollte er dich aus der Reserve locken wollen. Sprich so wenig wie möglich. Ich biete ihm keine Angriffsfläche. Der Tomka Karadok weiß, dass er nicht nur vier Schiffsführern gegenübersteht, sondern auch vier Konkurrenten, die seinen Platz einnehmen möchten. Lass dir keine Schwäche anmerken. Attackiere ihn nicht, wenn es um Angelegenheiten der Kampfführung geht. Fordere ihn unter keinen Umständen heraus.« »Das sind zwar allgemeine Plätze. Dennoch antwortest du so rasch, als hättest du einen Plan und es seit Längerem auf Akkoschei abgesehen. »Planung ist meine Stärke, wie du weißt. Mitunter ist es ein Vorteil, nicht vom Kriegsbukett irritiert zu werden.« Xomot blickte ihn an. Lange. Schließlich sagte er, »Ich werde deine Worte beherzigen.« »Das ehrt mich, Karadok.« »Und noch etwas. Achte auf die Reaktionen des Tomka Karadok, sobald er bemerkt, dass er dich nicht aus der Reserve locken kann. Wird er unruhig oder wütend?« »Genug jetzt. Du darfst gehen.« Die Stummblase öffnete sich. Der Karadok wandte sich wieder seinen Holos zu. Lecore war entlassen. Er war enttäuscht. Er hatte den Schiffskommandanten nicht dazu überreden können, ihn mit Akkoschei zusammenzubringen. Doch Attila Lecore war Pragmatiker. Dieses Fenster schloß sich, ein anderes ging auf. Der Karadok verließ sich immer stärker auf ihn. Lecore hatte ihn mit einigen banalen Versatzstücken terranischer Psychologie gefüttert und sie mit dem verbunden, was er als Tiofore in sich fühlte. Diese Geschöpfe waren hochintelligent. Dank ihrer völligen Skrupellosigkeit hatten sie in der Auseinandersetzung Vorteile, die die Angehörigen der meisten Milchstraßenvölker nicht ausgleichen konnten. Diese ganz besondere Kriegs- und Kampfeswut verschaffte ihnen Vorteile und machte sie zugleich angreifbar. Meuzin zischte mehrmals und entblößte dabei bräunlich verfärbte, abgestumpfte Zähne in seinem Maul, dann schmiegte er sich eng an ihn. Wollte er ihm seine Zuneigung zeigen oder ihn einladen, einen weiteren Spaziergang durch das Katjufat zu machen? Durch dieses trübkristallene Wunderland, das Lekore mehr faszinierte als alles andere. Er suchte seine Zelle auf, legte die Orakelbrünne an und versetzte sich so rasch wie möglich in den notwendigen Ruhezustand. Die Brünne! Lekore hatte von ihrer Existenz in den Gedankenwelten Pacquataxmapus erfahren. Sie war aus Dioxin gefertigt, einem Gemisch aus Kristallinen und amorphen Elementen. Im Augenblick seiner körperlichen Umformung, als er zum Orakelpagen geworden war und dessen Existenz verinnerlicht hatte, war viel von dem Wissen über die Rüstung an ihn übergegangen. Nicht alles, leider. Die unmittelbaren Sinneseindrücke fehlten. Er lag ruhig da, mit Meuzin auf der Brünne sitzend und tastete in seinen Gedanken nach dem sechster Dimmbanner der Kippakotna. Die Hintergrund-Aura war verstorbener, die euphorisch erhellten und Feinde war allgegenwärtig im Schiff. Sie bezauberte und faszinierte. Sie erregte und ließ ihn vor Ehrfurcht schaudern. Lekore konzentrierte sich auf das Konmentum der Brünne. Es verstärkte die Klarheit seiner Gedanken und ließ ihn besser auf seine Aufgabe fokussieren, als es ihm jemals zuvor gelungen war. »Ich bin ein Terraner«, sagte er sich, ohne den Gedanken an das Konmentum aufzugeben. Er benötigte dieses Mantra stärker denn je. Es verhinderte, dass er sein Selbst in der Existenz als Tiofore verlor. Das sechster Dimmbanner lockte ihn. Es wollte ihn spüren und in sich hineinziehen. Doch noch war es nicht so weit. Er musste den richtigen Augenblick abwarten. Er war ein Anfänger im Umgang mit den höherdimensionalen Bewusstseinsinhalten verstorbener Wesen. Fäden von Tiukui waren in die Haube der Orakelbrünne eingewoben. Die hyperaffinen Kristalle sprachen an, verstärkten die die Sehnsucht nach dem Banner. Lecore vermochte sich kaum noch gegen diesen Sog zu erwehren, und dennoch zögerte er das Unvermeidliche weiter hinaus, um die Spannung zu erhöhen und den Übergang in ein raumloses Kontinuum einfacher zu gestalten. Meuzin krächzte. Der Vogel hörte sich beunruhigt an, so als wollte er nicht, dass Lecore's Geist allzu tief in die sechster Dimmwelt vordrang, also wartete er weiter und kommunizierte mit dem Konmentum. Wäre die Unterhaltung mit der Orakelbrünne einer Paragabe entsprungen, hätte Lecore sie nicht nutzen können. Doch die Inhörigkeit war eine Fähigkeit, die der Page namens Paquataxmapu vor geraumer Zeit erlernt hatte. »Komm, Meuzin«, sagte er leise, »führe mich, geleite mich.« Es tat gut, die eigene Stimme zu hören und die Antwort des Üsig. Der Vogel pickte liebevoll gegen die Orakelbrünne und gab dabei gurrende Laute von sich, solche, die nur selten zu hören waren. Sie dienten als Einstimmung auf das, was bevorstand. Lecore versank tiefer und tiefer in sich selbst. Das Konmentum half ihm, zur nötigen Ruhe zu finden. Da waren Gedankenfetzen, die ihm durch den Kopf gingen. Rückblicke, die durch Erinnerungen Paquataxmapus gefüttert wurden. Hilfskrücken, die ihm die Reiserichtung Katjufat erleichterten. Die Aufzucht in einer Brutwiege, an die er, besser gesagt, Paquataxmapu, vage Erinnerungen hatte. Erziehung, Strafe, Demütigung, Hoffnung, der Augenblick, da er für eine Ausbildung zum Orakel als geeignet befunden worden war. Erste Gespräche mit Urkale, erste Enttäuschungen und erste Erfolge im Umgang mit dem Katjufat, das Erwachen der Inhörigkeit in der Orakelbrünne. Lecore durfte unter keinen Umständen Erinnerungen aus seinem wahren Leben als Geheimdienstchef des Terranischen Liga-Dienstes heranziehen. Sie hätten diese Gedankenübung sabotiert. Er war Theophore. Er war sich seines Körpers bewusst, einer Hülle, die so mächtig wirkte und im Vergleich zur Stärke seines Geistes doch bloß ein hinfälliges, zerbrechliches Gefäß war. Denn das Katjufat stellte das wahre Kraftzentrum dieuphorischen Seins dar. Lecore fühlte den Druck der Haube, den Sog, den die Tiukui-Fäden ausübten, das ruhige und gleichmäßige Gurrenmoizenz, die so vielfältigen Stimmungsbilder aus dem Inneren des Sechster-Dimbanners, das Konmentum, das wie immer steuerte und lenkte, die Glorie des Katjufats. Alles wurde eins. Lecore verließ das Hiersein und besuchte jenen Ort, in dem alles war. Ich bin kein Taraner, erlaubte er sich endlich zu denken. Kapitel 3 Er war Pakwataksmapu und Attila Lecore. Tage vergingen, ohne dass der Karadok nach ihm verlangte. Lecore beschäftigte sich intensiv mit dem Katjufat und verbesserte allmählich seine Fähigkeiten, mit dem Alles umzugehen. So sehr er sich indes bemühte, ruhig zu bleiben, seine Unruhe wuchs. Warum informierte ihn Maxal Xomot nicht nicht über den Schiff mit dem Schiff der kleinen Flotte sowie dem Tom Karadok. Die Unterhaltungen mit Ul Karadok trugen auch nicht zu seiner Beruhigung bei. Das Orakel wirkte entrückt und beschäftigte sich intensiv mit dem Sechster Dimmbanner, daher war es nur selten geistig anwesend. Der Lehrmeister fand kaum noch Zeit, ihm entlang der verschlungenen Wege durch das Katjufat als Urkale ließ darüber hinaus Anzeichen von Eifersucht erkennen. Ging ihm Lecore's Entwicklung als Orakel Page zu schnell? Dachte der Alte, dass er ihm seine Position an Bord der Kippa Kottner streitig machen wollte? Nur in den Ruhestunden gestattete sich Lecore ein wenig aus seiner Rolle zu schlüpfen und sich daran zu erinnern, wie es war, als Terraner zu leben und zu denken. In den wenigen Minuten vor dem Einschlafen erinnerte er sich seiner Vorhaben, seiner Ziele und Ideale. Er fokussierte dann aufs Neue und bereitete sich gedanklich auf einen weiteren Tag in der Rolle des Pakwataks Mapu vor. Von Tag zu Tag fiel es ihm schwerer, die richtigen Gedanken zu finden und sich neu zu motivieren. In der Vorbereitungszeit auf einen weiteren Spaziergang durch das Katjufahrt erhielt er Dok rief ihn zu sich, allerdings nicht in die Zentrale, sondern in einen kleinen Besprechungsraum, der im Gewirr der Innenräumlichkeiten des Sterngewerks versteckt lag. LeCore machte sich augenblicklich auf den Weg. Jener Bereich der Kippa Cotnal, in den er sich begeben musste, war wenig frequentiert. Die Gänge schlängelten sich an Hallen und verwinkelten Kampfsälen vorbei. In den überdimensioniert wirkenden Räumlichkeiten arbeiteten Krieger an der Fähigkeiten. Sie verprügelten einander mit großer Hingabe und forchten Konkurrenzkämpfe aus. In gar nicht so wenigen Auseinandersetzungen ging es um hierarchische Herausforderungen. Zeigte ein Gruppenanführer Schwäche, musste er damit rechnen, in einen dieser Arenen seinen Mann zu stehen. So gerne LeCore auch zugeschaut hätte, er musste die vom Bukett dampfenden Krieger links liegen lassen. Der Karadoc wartete auf ihn. Der Zutritt zum Besprechungsraum befand sich unmittelbar hinter einem von klebrigen Fäden gebildeten Vorhang. Die zähe Flüssigkeit troff zu Boden und klatschte in eine Rinne, deren Inhalt schnell beiseite gespült wurde. LeCore passierte den Vorhang. Einige Tropfen Flüssigkeit berührten ihn und erzeugten ein angenehmes Kribbeln, eines, das Gefühle der Zugehörigkeit und der Verbundenheit mit der Kippa Kottnal verstärkte. Zwei Wächter standen unmittelbar vor der Eingangstür. Sie betrachteten ihn bloß kurz und ließen ihn kommentarlos eintreten. Im Inneren des Raums herrschte jenes wunderbar unruhige Licht, das von Sokara-Käfern stammte. Die Tiere sammelten sich im Zentrum der Decke, um gleich darauf in alle Richtungen davon zu wuseln und ihr Licht gleichmäßig über den Raum zu verteilen. Dein Konzept zu meinem Verhalten dem Tomka Karadok gegenüber steht? fragte Maxal Xomot grußlos. Ja, es muss dir klar sein, dass es auf einigen Schwächen beruht. Hätte ich Gelegenheit, Akushai persönlich kennenzulernen. Dieses Thema bei dir, dann übermittle sie hier und jetzt. Dieser Raum ist bestmöglich geschützt. Lecoure gehorchte. Die Datei war in einem altmodischen Handlungsarmband verborgen. Mit wenigen Griffen aktivierte er die auf primitive aber sicherer Technik beruhende Funksendung. Gleich darauf zeigte sich an einem Finger seines Gegenübers ein kurzes Lichtsignal. Der Karadok hatte die Nachricht erhalten. Zu meinem Bedauern wird unser Verbund an Sternengewerken in Kürze aufgelöst, sagte Xomot. Der Tom Karadok hat beschlossen, mit seiner Xonatiu allein ins Helitas System zu reisen. Damit besitzen deine Unterlagen nur noch wenig Wert. Akushai stattet dem Reich der Tefrode einen Besuch ab, hakte Lecoure nach. Wie interessant. Es kann uns einerlei sein. Die Kepa Kottnal hat Anweisung in diesem Sternensektor indes für weitere Unruhe zu sorgen. Der Tom Karadok entzieht sich damit vorerst meinem Zugriff. Du könntest diese Teilung der Flotte verhindern, Xomot. Ach ja? Und wie sollte ich das anstellen? Selbst ein Akushai kann sich nicht alles erlauben. Er muss sich die Argumente seiner Untergebenen anhören, wenn sie von mehreren Seiten kommen. Das heißt, rede mit den Karadoks der Pätsaval, der Karadok von seinem Beschluss abbringen könnten. Wir haben von Kamaxi Texolot erfahren, dass die Terraner einen Vertrag mit den Tefrodern anstreben. Ja? Und? Wie von selbst wanderten Lekores Gedanken wenige Tage zurück. Hin zu der Zeit, da er Kamaxi Texolots Rolle eingenommen hatte. Der Greise Tiofore war in Gestalt eines engen TLD-Mitarbeiters aufgetreten. Er war enttarnt worden. Die Terraner sind die wehrhaftesten Gegner Fareske Eregons und dieser Epoche. Wir dürfen sie niemals unterschätzen, obwohl sie den Indoktrinatoren kaum etwas entgegen zu setzen haben. Machen sie den Tefrodern ein gutes Angebot zur Zusammenarbeit, wird es uns nicht gelingen, die verbliebenen Machtblöcke der Sterneninsel auseinander zu dividieren. Ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus willst, Orakel Page. Der Tomka Karadok hat zu akzeptieren, dass die Mission auf Tefor überaus heikel ist und weit mehr Zuwendung erfordert, als er glaubt. Wir müssen im Helitas-System groß und mächtig auftreten, wir müssen Stärke zeigen und ein Bedrohungsszenario aufbauen. Lekure holte Tiefluft. Deine Stimme allein wird zu wenig sein, um Akushai von diesen Gedanken zu überzeugen. den Karadox der anderen Sterngewerke. Der Kommandant der Kippakotnal machte zögerlich eine Geste der Zustimmung. Ich sehe, worauf du hinaus willst, aber es wird schwer sein, meine Kameraden auf diesen Plan einzuschwören und riskant. Jeder von ihnen schielt mit einem Auge auf den Posten des Tomka Karadok. Absehbar, aber ich denke, dass die Aussicht auf Erfolg ein wenig persönliches Risiko wert ist. Außerdem – Lecure winkte als Geste der Bescheidenheit mit beiden Händen – habe ich, wie der Zufall es will, in den letzten Tagen Profile über deine Karadok-Mitstreiter angelegt. Ich schicke schicke dir die Daten jetzt gleich. Sie enthalten Stärken und Schwächen der Schiffskommandanten und sind ebenso detailliert wie jene über Akkoschei. Xomot sah ihn lange und eindringlich an. Schließlich sagte er – Ich kann nur hoffen, dass du ein derart gutes Orakel wirst, dass du in Bälde Urkale ersetzt und dich dann ausschließlich mit dem Katjufat beschäftigst. – Andernfalls werde ich dich töten müssen, Page. Es steckt viel zu viel Raffinesse und Wissen in dir. Lob und Drohung überlagerten einander in diesen Worten und der Karadok meinte es bitterernst. Lekores Schicksal hing einmal mehr an einem seidenen Faden. Lange würde er die Rolle als Xomots Ratgeber nicht mehr durchhalten. Maxal Sommot schaffte es tatsächlich seine Kameraden auf eine gemeinsame Linie einzuschwüren. Die vier Karadok wiederum brachten Akkoschei dazu, seinen Plan abzuändern und die Reise ins Helitas System im Verband anzutreten und er machte sich unentbehrlich. Lekore entlarvte einen der zentrale Offiziere, der nicht ganz so gute Leistungen erbrachte, wie er glauben machen wollte. Er enttarnte eine Keimzelle an Unzufriedenen, die an Bord der Kippa Kottnal für Ärger sorgten. Er ließ neue Arbeits- und Simulationsprogramme erarbeiten, die für mehr Effektivität im Kampfeinsatz sorgten, und er unterband geheim gehaltene sexuelle Beziehungen zwischen Besatzungsmitgliedern. In Zeiten wie diesen war für Fortpflanzungswünsche keine Zeit und erst recht nicht für Lust und Spaß. Ich mache mir Sorgen um dich, sagte Urkale. Hä? De Kure schreckte aus seinen Überlegungen hoch. Du beschäftigst dich viel zu intensiv mit den Problemen des Karadoc. Natürlich stehen du andere Pagen und ich ihm mit Rat und Tat beiseite. Doch mir scheint, dass du dich zu sehr auf diesen Aspekt deiner Arbeit konzentrierst. Ich verlange, dass du dich mehr um das Katjufat kümmerst. Gewiss, Urkale, aber du kannst sicher sein, dass ich tagtäglich mit den äußeren Torusschichten des Katjufats in Verbindung stehe. Und wie sieht es mit dem Dahinter aus? Wie weit gelingt es dir vorzudringen? Nicht so weit, wie ich es gerne hätte, sagte Lekore offen, ich stoße an Grenzen. Weil du dich zu intensiv mit weltlichen Belangen beschäftigst. Das hat aufzuhören. Hast du mich verstanden? Oder möchtest du, dass ich dir meine Protektion entziehe? Rechne nicht damit. Dann haben wir uns verstanden, Page. Kümmere dich um Meuzin, er ist ein ganz besonderer anderen zur Verfügung. Ich gehorche. Urkale verließ den kleinen Raum, den sie zur gemeinsamen Kontemplation genutzt hatten. Das Orakel würde in die Zentrale zurückkehren und dort als Verbindungsglied zum Katjufat zur Verfügung stehen. In wenigen Stunden würde darüber hinaus ein Zeremoniell stattfinden. Die Überführung eines bekannten Kämpfers, der im Sterben lag und vom Orakel ins Jenseits geleitet werden sollte. Lekore befolgte den Rat seines Mentors. Er legte die Orakelbrünne an und entspannte sich. Meutzen wusste ganz genau, was er zu tun hatte. Er setzte sich auf seine Brust und wandte ihm den Blick zu. Tiefe, schwarze Augen richteten sich auf Lekore. Licht widerspiegelte sich dort, winzige Einsprengsel aus Weiß, die sich bewegten, so wie sich die Sokara bewegten. Er wollte streicheln, dankbar dafür, dass er ihm den Übergang erleichterte. Das lederhäutige Flugwesen wich aus. Es erlaubte eine gewisse Nähe, doch diese hatte ihre Grenzen. Lekore hielt die Augen geöffnet, während er den Zugang zum Katjufat suchte. Er wollte sehen, wie der Übertritt geschah, wollte die visuellen Übergänge erfassen. Es gelang nicht. Reflexartig schloss er im entscheidenden Augenblick die Augen, so wie ein Mensch während des Niesens die Augen zumachte, und als er wieder sehen konnte, trieb er dahin, inmitten eines kristallenen Ozeans. Wogen so groß wie taranische Häuser schlugen über ihm zusammen und drohten ihn zu ertränken in glitzerglänzendem Facettenlicht. Lekore wagte nicht zu atmen. Alles ringsum verwirrte seine Sinne. Die Kristalle, die keinesfalls spürbar, sondern bloß eine verfälschte Wahrnehmung waren, erzeugten darüber hinaus das wohlbekannte Gefühl der Panik. Er schlug mit den Händen um sich, patschte auf die vermeintliche Wasseroberfläche, bekam keinen Widerstand zu spüren. Er ertrank, sank tiefer und tiefer und trieb dann doch wieder an der Oberfläche des Kristallmeeres. Entspann dich, Attila, mahnte er sich immer wieder. Er fühlte etwas, eine Berührung, die aus einem anderen Leben zu stammen schien. Sie war intensiv und dennoch ganz sachte. Seine Finger streiften über etwas, das federleicht und fragil und klein war. Er berührte Meuzins Flughäute. Nun, da er ins sechster Dimmbanner der Kippa Kottnal vorgedrungen war, fühlte sich der Üssig für ihn zuständig und hielt eine Verbindung zur Realität aufrecht. Das Tier erdete sein Bewusstsein. Lecourt war gerettet. Er hatte den Übergang geschafft, leichter diesmal als bei seinen letzten Versuchen. Er musste sich allerdings stets auf diese Berührung besinnen. Die Haptik war entscheidend für sein Vorwärtskommen in der kristallinen Welt des Katjufats. Er dachte Wogen wie Ozean beiseite und erschuf sich eine Ebene. Himmelhohe Gebäude entstanden, zwischen ihnen rasten irrelichtende Objekte dahin. Manche dieser Häuser wirkten einsam verlassen und hinfällig, andere waren bewohnt. Lecourt ging auf das nächstbeste Bauwerk zu und betrat es. Mentales Raunen empfing ihn. Von manchen der Stimmen wurde er willkommen geheißen, andere wiesen ihn an, so rasch wie möglich das Weite zu suchen. Die Kinderstube, sagte er mit einer Stimme, die im Inneren des Gebäudes weithin halte. Die Kinderstube, ja, ja, kam ein Echo von allen Seiten. Wir sind bereit, wir wollen sie verlassen, wollen weiterziehen. Sie waren zu ungeduldig, diese mentalen Komponenten, sie hatten sich nicht ausreichend an die Bedingungen im Katjufat gewöhnt und mussten erst zur Besinnung finden. Geleite uns, forderten die Bewusstseins Stimmen im Chor. Zeig uns den weiteren Weg, sei derjenige, der uns das Glück nach unserem Tod beschert. Lecure hörte sich die Forderungen dieser Geister an, allesamt waren sie überzeugt von der Idee des Katjufats, allesamt waren sie Tue fuhren. Die Aggressivität hatte sie verlassen, Glückseligkeit, Ungeduld und Hingabe waren ihnen geblieben. Er verließ den Bau und versperrte ihn sorgfältig. Diese Geister benötigten noch einige Zeit, um sich zu finden und den Sinn ihres Aufenthalts im ersten Torus zu verstehen, in der sogenannten Kinderstube. Lekore wanderte entlang verschlungener Wege, während er mit einer Hand beständig über Meutzens Rücken streichelte. Ab und zu bekam er einen Eindruck aus der vermeintlichen Realität vermittelt ein kahler Raum, eine Liege, mehrere Sitzgelegenheiten, zwei Wandbilder. Im Katjufat war es um so viel schöner und angenehmer. Das Katjufat vermittelte unendlichen Frieden und ein Gefühl der Geborgenheit, wie es ein Katjufat nicht kannte und als Lebender auch nicht benötigte. Doch hier war alles ein wenig anders. Lekore empfand einen Impuls. Instinktiv reagierte er darauf. Urkale. Das alte Orakel trieb unweit von ihm dahin und beschäftigte sich mit dem Katjufat. Es erfüllte seine Aufgabe als Taktgeber, als Steuermann dieses Bereichs. Du lernst, sagte der Andere, der in der Gestalt eines goldenen Riesenvogels mit Stützschwanz auftrat. Ich habe deinen Übergang beobachtet und mitgefühlt. Er ging beinahe reibungslos von statten. Danke. Urkale hieb mit seinem mächtigen Schnabel in den Boden. Dieser brach auf. Gezackte Sprünge zogen sich in alle Richtungen davon. Im Zentrum der Erschütterung trat eine rot-blau gemusterte Schlange zutage, die Urkale behutsam an sich nahm und im Kropf verwahrte. Sie versinken manchmal in ihrem Selbst Mitleid, sagte das alte Orakel. Dieser da ist ein Beutegeist aus der Banner Kampagne von Gouvrim, ein ehemaliger Weiser, der die Existenz eines Jenseits bezweifelte und nicht glauben will, dass das Katjufat existiert. Ich bin vielen dieser Zweifler begegnet, sagte Lecure. Ich habe Quartiere für sie errichtet und sie mit anderen positiv gestimmten Mentalkomponenten zusammengesteckt. Viele weigern sich, die Fakten anzuerkennen. Deshalb benötigen wir die Kinderstube, den ersten Torus. Manche können ihn rasch überwinden und in die nächstgelegenen Tori vordringen, andere verbringen hier eine halbe Ewigkeit. Urkale wirkte. Der Philosoph der Gleichreinheit in meinem Maul wird voraussichtlich noch viel Zeit in der Kinderstube vor sich hinkreinen, weil er trotz seines hell erleuchteten Geistes gewisse Prämissen nicht akzeptieren möchte. Er dauert mich. Urkale spuckte die rote Schlange aus. Das vermeintliche Tier wandte sich rasend schnell dahin, um irgendwann am nahen Horizont in einer Bodenspalte zu verschwinden. Er ist dumm, sagte Lekore. Er wird lernen. Urkale scharrte unruhig mit den Krallen. Ich habe zu tun. Der Rhythmus geht verloren, das Katju Fahrt gerät außer Takt. Zieh dich weiter um und erzeuge ein Gedankenbild, das besser ist als dieses hier. Ach, es widert Der riesige Vogel verschwand in einer kristallinen Staubwolke. Seine letzten Worte blieben noch eine Weile hängen, bevor sie vergingen. Lekore sah sich um. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, was seinen Lehrmeister geärgert und was er getan hatte. Rings um ihn zeigten sich städtische Strukturen. Er hatte ein urbanes Abbild errichtet. Er, der vorgeblich am Theophore war und jegliches planetengebundene Leben verabscheute. So schnell wie möglich schuf Lekore mit Hilfe von der Gedankenkraft eine Woge, die durch leeren Raum dahin raste, deren Gischt unglaubliche Höhen erreichte, zusammenbrach und neuerlich nach oben gespült wurde. Zu seiner Erleichterung funktionierte das Bild. Jene Gischtflocken, die zu Oberst trieben, waren bereit, in Kürze den ersten Torus zu verlassen und in die nächsten Bereiche des Katjufats vorzudringen. Lecore ließ sich von der Kraft der Welle mitreißen und von vielen Mentalkomponenten berühren. Sie waren Beute aus allen Banner-Kampagnen des Schiffes, ob nun aus Gouvrien, aus der gegenwärtigen und der historischen Milchstraße oder aus einer der anderen Galaxien. Einige Wahrnehmungen riefen vage Erinnerungen hervor und zweimal meinte er, persönlich verletzt zu werden. Ein ehemaliger Agent des Terranischen Ligadienstes berührte ihn, der Kontakt war zu flüchtig, um einen Namen festzuhalten, doch schon der Gedanke, dass im Katjufat auch Freunde und Bekannte dahintrieben, riß beinahe seine Tarnung als Tiofore auseinander. Das andere Wesen, dessen Berührung ihn elektrisierte, war ein Geschöpf, von dessen Existenz er zuvor nichts gewußt hatte. Es vermittelte ihm keinen Namen, keine Funktion, kein Körperbewusstsein. Nur der Begriff Kerute blieb hängen und eine vage Ahnung einer Erde, die längst vergangen war. Er erinnerte sich an Medusas Geheimnis und spürte, wie er wieder menschlicher wurde. Er zog sich zurück. Er hatte genug getan, gesehen und erlebt für diesmal. Bei seinem nächsten Vordringen in das sechster Dimmbanner würde er mutiger sein. Er mußte mehr über die Tori herausfinden, die er hinter oder unter oder inmitten der Kinderstube erahnte. Und er würde etwas ganz Besonderes versuchen. Dieser Raum bot ihm Möglichkeiten, die seinen Plänen nützen würden. Kapitel 4 Er war Pakwa Taksmapu. Das Helitas-System stand am Scheideweg. Die Tioforen waren auf dem besten Wege, das hiesige politische System zu korrumpieren und die Befehlshaber derart zu steuern, dass sie den Untergang der Herrschaftsstrukturen in der Milchstraße beschleunigten. Es war bemerkenswert, was Tioforen zu leisten imstande waren. Hatten sie einmal eine Banner-Kampagne begonnen, machten sie sich mit viel Verstand und noch mehr Einsatz daran, die Strukturen des Feindes zu verstehen, zu biegen, zu zerstören. Die Muster waren oft dieselben und dennoch ähnelte keine Kampagne der anderen. Fariske Erigon war auf völlig andere Art und Weise erobert worden, als es nun mit der Milchstraße geschah. Gewiss, die Indoktrinatoren spielten ähnliche Rollen, sie zerstörten die militärisch- technischen Grundlagen der Feinde. Doch wie die Dioforen auf regionale Gegebenheiten reagierten, rang Lekore höchste Bewunderung ab. Mit ihrem Gespür hatten sie den Herrschaftsbereich Vetris Molauts, als jenen ausgemacht, der aufgrund seiner neu entstehenden Strukturen am verletzlichsten war. »Verhaltet euch neutral, dann verschonen wir die Flotten des Tamaniums«, sagte Xomot und lachte lauthals. »Kommt unter keinen Umständen der Liga freier Terraner zu Hilfe? Das ist, was wir Vetris Molaut vermittelt haben und was Akoschei in den nächsten Tagen in weiteren Verhandlungen festigen wird.« »Der Tamaron wird erpresst, nicht wahr?« Lekore gab sich ruhig beinahe desinteressiert. »Natürlich wird er das«, antwortete der Karadoc. »Die planetengebundenen Völker sind auf der persönlichen Ebene am leichtesten zu treffen. Ihr Wertesystem ist völlig widersinnig.« Dabei belies er es zu Lekores bedauern. Xomot kümmerte sich intensiv um jenen Holokranz, der ihn umgab. Er stellte die Flottenmanöver in unzähligen Details dar, nun, da sie das Helitas-System erreicht hatten und den dritten von elf Planeten ansteuerten. Die Tefroder lieferten den Sterngewerken Informationen über eine Einflugschneise, die der Tomka Karadoc im Namen aller Kommandanten des Verbunds bestätigte und dann doch einen ganz anderen Flugvektor vorgab. Die Aufregung auf Seiten der Tefroder war groß, vage Drohungen wurden ausgestoßen, teilweise waren Ratlosigkeit und Panik aus dem Funkverkehr der Verteidiger des Helitas-Systems herauszuhören. Xomot lachte dröhnen. Der Tomka Karadoc ist immer wieder für ein Späßchen gut, rief er dann. Was werden sie nun machen, diese Planeten Würmer, den Angriff wagen und damit einen Kampf beginnen, der das Ende ihres Systems bedeutet? Eine diplomatische Note mit dem Ausdruck des Protests an uns schicken oder ihren Ärger herunter würgen? Lekore fiel pflichtschuldig in das Gelächter ein, das in der Zentrale laut wurde. Thioforen agierten meist umsichtig. Sie hielten sich an lokale Gepflogenheiten und machten selbst bei diplomatischem Geplänkel mit. Doch die Tefroder waren bloß eine Randerscheinung in dieser Galaxis weit geführten Auseinandersetzung. Warum sollten sich die Teuforen also an lächerliche Abmachungen halten? Ich bin ein Terraner, sagte sich Lekore, als er fühlte, wie in ihm einmal mehr teuforische Sichtweisen die Oberhand gewannen. Sie passierten den Containertransport-Konvois und missachteten die Tefrodischen Raumfuhrs sowie die Verbände aus Kriegsschiffen. Funk und Ortung deuteten auf das Chaos hin, was aufgrund ihres Vordringens ins Helitas-System entstand. Die Tefroder wussten nach wie vor nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. »Vetris Molot meldet sich beim Tomka Karadok«, meldete ein Funke. »Das Gespräch ist freigeschaltet.« »Es soll überall an Bord übertragen werden«, befahl Xomot. »Ich bin mir sicher, dass es amüsant wird.« Zwischen zwei jener fünf schlanken Säulen, die für jeweils ein Schiff des Verbands standen, materialisierte ein zweigeteiltes Holobild. Die linke Hälfte zeigte den charismatischen Tamaron, den Attila Lekore gut kannte. Die rechte behielt Akoschei im Zentrum, den Befehlshaber aller Theophoren dieser Epoche und Sterneninsel. »Wir waren uns einig, dass euer Auftreten takt und würdevoll erfolgen würde«, sagte Vitris Molot grußlos. »Was ihr nun aber macht, läuft auf eine Herabwürdigung des tefrodischen Volkes hinaus. »Ihr werdet mit dieser Schmach leben müssen, Tamaron. Ich bin mir sicher, dass du vor deinen Leuten die richtigen Worte finden wirst, um unser Verhalten zu rechtfertigen, oder bist du zu schwach dazu? Gefährden wir durch unser kleines Manöver deine Position? Müssen wir uns gar mit anderen politischen Größen des tefrodischen Reichs unterhalten, um herauszufinden, wer im Helitas-System etwas zu sagen hat?« Vitris Molot gab sich ruhig und unbewegt, doch Lekore ahnte, dass es hinter dieser Fassade brodelte. Der Tamaron mochte es ganz und gar nicht, derart behandelt zu werden. »Mach dir um meine Stellung keine Sorgen«, sagte Vitris Molot. »Ich allein bin und bleibe dein Verhandlungspartner. Aber du erschwerst unsere Arbeitsbedingungen. Du wächst das Interesse der Terraner und anderer Machtblöcke. Wenn ich mich recht entsinne, seid ihr mit einem Vorschlag zur Zusammenarbeit an mich herangetreten. Ihr seid Bittsteller. Ihr seid Gäste. Also benehmt euch entsprechend. »Sonst?« »Es gibt kein Sonst, Tomka Karadok. Mir ist die Lage des tefrodischen Volkes vollauf bewusst. Die militärische Macht eurer Sterngewerke ist einzigartig in der Milchstraße. Dennoch gibt es Anzeichen, dass euch nicht alles so leicht von der Hand geht, wie ihr es gerne hättet. Schwächeln die Theophoren. Gibt es Gründe für uns, die Argumente der Terraner anzuhören?« »Lassen wir die Geplänkel, Tamaron. Ihr werdet mit uns verhandeln. Ihr habt keine Alternativen. Du hast keine Alternativen.« Vitrismolaut blieb stumm. Wiederentdeckte Lekore Zeichen unterdrückter Wut. Akushai fuhr fort. »Nachdem wir dieses Thema erledigt haben, lass mich dir sagen, dass wir uns von nun an wie gute Gäste, nein, wie gute Freunde benehmen werden. Erklär unsere Kursänderung als kleines unbedeutendes Missverständnis, dass die Harmonie unserer Verhandlungen nicht beeinträchtigen wird, oder so ähnlich. Es wird dir gelingen, dein Gesicht zu wahren, nicht wahr?« »Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr...« »Aber selbstverständlich.« »Hältst du uns etwa für unglaubwürdig?« Akushai lachte und beendete das Gespräch. Die Bildübertragung erlosch. Einige zentrale Mitglieder machten Späße über die Schwächen der Tefroda. Doch es blieb überraschend ruhig. Auch Maxal Xomot wirkte nachdenklich und zufriedengleichermaßen. Der Tomka Karadok hatte sich keinesfalls so souverän verkauft, wie er es wohl gerne getan hätte. Die Stummblase senkte sich ein weiteres Mal über den Karadok und Attila Lekore. Ein akustisches Signal erklang, der künstlich erzeugte Raum war abhörsicher. »Akushai zeigt Schwächen«, behauptete Xomot. »Der Tefroda ist ihn recht forsch angegangen, ohne dass unser Tomka Karadok darauf reagiert hätte.« »Ich befürchte, du irrst dich«, widersprach Lekore. Akushai hatte es mit einer der gerissensten und wortgewandtesten Persönlichkeiten der Milchstraße zu tun. Er geriet anfangs in die Defensive, hat sich aber rasch wieder daraus befreit. »Ich würde diese eine Unterhaltung nicht als Kontrollverlust deuten.« Xomots Nasenschlitze füllten sich mit Schleim. Erregt blies der Karadok aus. »Du verstehst es einem, die gute Laune zu verderben, Page.« »Auf die Gefahr hin, es mit dir zu verderben. Ich will dich nicht anlügen und Hoffnungen machen, wo keine sind. Akushai hat die Lage fest im Griff. Zumindest vorerst.« Xomot wechselte abrupt das Thema. »Hast du dich auch mit Vitris Molauts Psyche beschäftigt, dass du sein Verhalten derart gut einzuschätzen vermagst?« »Selbstverständlich. Es gehört zu meiner Aufgabe, Würdige von unwürdigen Gegnern zu trennen. Das Katjufat giert nach Zuwachs. Vitris Molaut wäre eine Zierde für unser Sternenbanner. Um den Tamaron allerdings richtig beurteilen zu können, würde ich gerne wissen, über welche Druckmittel wir den Tefrodern gegenüber verfügen.« Xomot zögerte. Nach einigen Sekunden sagte er, »Du kennst die große Abmachung. Wir lassen die Welten und Flotten des Tamaniums von Indoktrinatoren unberührt, solange sich Vitris Molaut neutral verhält und nicht auf Seiten der Terraner interveniert.« »Natürlich.« »Darüber hinaus haben wir den Tamaron verpflichtet, zu gegebener Zeit die Statue Xenokortins an uns auszuliefern.« Lecore blieb seiner Rolle als unwissender Orakel Page treu. »Wer und was ist Xenokortin?« »Du wirst seinen Namen in frei verfügbaren Unterlagen finden. Es handelt sich um einen ehemaligen Potentaten, einen sogenannten »Meister der Insel«. »Ein Teil seines Bewusstseins wurde dieser Statue aufgesetzt. Wir möchten diesen Teil ins Katjufat übertragen.« Diese Bedingung mag klein und unbedeutend wirken, doch Akkuschei versicherte uns glaubhaft, dass Xenokortin etwas ganz Besonderes sei.« Attila Lecore blieb ruhig. Diese Erkenntnis war neu. Er würde sie als Abfallprodukt seiner Arbeit an Bord der Kipperkottner mitnehmen und bei Gelegenheit an Mitarbeiter weitervermitteln. »Vetris Molot hat dieser Forderung zugestimmt. Unter der Bedingung, dass in der Milchstraße während der kommenden Banner-Kampagnen keine ernsthafte Konkurrenz für das neue Tamanium übrig bleiben darf und dass die Welten der Tefruder verschont bleiben.« »Ein leichtgegebenes Versprechen.« Lecore tat eine Geste der Belustigung. »Was interessieren uns Planeten? Was die Reste dessen, was in der Milchstraße übrig bleibt, nachdem wir unsere Kampagne abgeschlossen haben? Wir werden weiterziehen und woanders nach Nahrung für das Katjufat suchen, sollen die Tefruder getrost in den Abfällen wühlen.« »Du bist sonderbar, Pakwa Taksmapu. In Augenblicken wie diesen bist du voll Enthusiasmus. Dann wieder könnte man meinen, dass dich dein Leben anwidert.« Lecore blieb so ruhig wie möglich. Wieder einmal hatte er sich viel zu tief in die Rolle des Tioforen begeben und war von der Persönlichkeit Taksmapus mitgerissen worden. »Es ist die Zerrissenheit, die ich durch meine Tauchgänge ins Katjufat spüre, Karadok. Ich habe längst nicht alles gelernt.« »Die Wechsel zwischen dies und jenseits stellen Belastungen fürs Gemüt dar.« »Urkale hatte niemals derartige Probleme.« »Ich tue mein Bestes, um irgendwann so gut zu werden wie mein Vorbild. »Ich sehne mich so sehr nach dem Katjufat.« »Natürlich tust du das, natürlich.« Der Karadok wirkte mit einem Mal ungeduldig, so als wollte er ihn rasch loswerden. »Ich sehe weit voraus«, fuhr Lecore hastig fort. »Irgendwann werden wir die Milchstraße verlassen und ein neues Ziel in Augenschein nehmen. Auch wenn wir längst nicht wissen, wohin uns der Weg führen wird, so möchte ich bei unserer Ankunft den Schritt zum Orakel geschafft haben.« »Das ist eine gewagte Hoffnung, Taksmapu. Und vielleicht gehören wir allesamt zu jenen Tioforen, die eines Tages den Ruf »Zur Sammlung« hören werden. Kannst du dir vorstellen, wie es sein muss?« Jeder von uns sehnt sich danach, diesen Schritt zur Vollendung zu tun. Aber wir reden von einer Sehnsucht, die uns nicht blenden und von den aktuellen Zielen ablenken darf. Jene Zeit, da der Ruf zur Sammlung erfolgt, mag Tausende oder gar Millionen Jahre in der Zukunft liegen. »Du hast recht, Karadok.« LeCore legte eine kurze, wohl überlegte Nachdenkpause ein. »Bevor ich gehe, möchte ich dir noch eine Frage zu Vitresmolaut stellen.« »Es ist alles gesagt, was du wissen darfst.« LeCore riskierte es. Er hatte sich den Ruf als Zweifelnder mit unter unverschämter Orakel Page erarbeitet und würde ihn nun verteidigen. »Nur diese eine Frage, Karadok. Gibt es neben den offiziellen Abmachungen mit dem Tamaron auch solche auf einer persönlichen Ebene? Diese Geschöpfe funktionieren am besten, wenn man ihnen den Nasenschlitz-Spreizer ansetzt.« »Vielleicht.« Akushai machte Andeutungen. Er war allerdings nicht bereit, mehr darüber zu verraten. »Und jetzt geh! Deine Neugierde ist unerträglich!« Die Stummblase öffnete sich. Das Gespräch war beendet. Der Tomkar Karadok wies die Kommandanten der Fünf-Stern-Gewerke an, von nun an die Anweisungen tefrodischer Lotsen zu befolgen. Es fiel den Funkern und Piloten merklich schwer, auf das Gekläffe der Planetengeborenen zu hören. Doch allesamt verhielten sie sich so, wie es von euphorischen Spitzenkräften erwartet wurde. Sie übten sich in Zurückhaltung und gehorchten. Bald geriet Tefor ins Blickfeld. Die Monde, Pektor und Fotor umkreisten die Welt. Beide wurden intensiv für Produktionsanlagen genutzt, die Bevölkerungszahlen hingegen waren niedrig. Die Xoinatiu, die Kippakotna und den anderen Sterngewerken wurde ein geostationärer Parkorbit über Tefor zugewiesen. Die Tefroder gehorchten, damit zähneknirschend einer der Forderungen Akkuscheiß und riskierten dabei viel. Fünf Walzenraumer, an deren radähnliche Gewerkhäfen unzählige kleinere Kampfeinheiten angedockt waren, würden die Zentralwelt des neuen Tamaniums in kurzer Zeit zerstören können. Die tefrodischen Flotteneinheiten waren ebenfalls im Orbitalbereich der Zentralwelt zusammengezogen. Doch Verantwortliche auf beiden Seiten wussten, dass gegen die Feuerkraft der Tioforen kein Kraut gewachsen war. Es wurde lediglich der Anschein der tefrodischen Wehrhaftigkeit aufrechterhalten. Eine Zeit öder Verhandlungen begann, an denen Lecore keinen Anteil nahm. Ein Ergebnis wurde binnen zweier Tage erwartet, bis dahin würde sich Langeweile auf der Kippakotna ausbreiten. Also nahm Lecore die Gelegenheit wahr und beschäftigte sich erneut mit dem sechster Dimmbanner des Schiffs. Kapitel 5 Er war Attilar Lecore. Die kristallinen Strukturen waren stets ein wenig verändert, wenn er in den ersten Torus vordrang. Diesmal trieb er auf Wogen dahin, die an einem Strand sachte ausliefen, sich langsam zurückzogen und immer wieder feinste Ablagerungen am Küstensaum zurückließen. Die Ablagerungen bestanden aus Bewohnern des Banners, die sich bemühten, im Kristallsand so weit wie möglich hochgespült zu werden. Weiter landeinwärts saßen Vögel, schwarze Räuber, die auf besonders glänzende Kristallstücke lauerten, sie packten und sie mit sich trugen, tiefer hinein ins Landesinnere, dessen Horizont dunkel und düster wirkte. Attila Lecore schwamm ans Ufer, kaum beachtet von den Mentalkomponenten des Katjufats. Sorgfältig putzte er sich ab, sodass kein Staubkörnchen an seinem virtuellen Körper haften blieb. Er ging geradewegs darauf los und achtete sorgfältig darauf, wo er hintrat. Manche armen Seelen, denen er am Strand begegnete, ähnelten dunklen Steinklumpfen. Immer wieder wurden sie ans Ufer gespült und rollten aufgrund ihres Gewichts zurück in die kristalline See. Vielleicht würden sie es niemals schaffen, festen Halt an Land zu bekommen. Sie beschwerten sich, sie jammerten, sie beklagten ihr endloses Leid. Sie wollten diesen Weg nicht nehmen und wollten nicht wahrhaben, dass im Landesinneren das wahre Glück auf sie wartete. Lecore verstand das Bild, das sein Unterbewusstsein ihm vorgaukelte. Die Vögel standen für die Bewohner des zweiten Torus. Es handelte sich um die Trostreichen, um jene unbegreifbaren Kunstgeschöpfe, Maschinenwesen nicht unähnlich, die dafür sorgten, dass Neuankömmlinge rasch integriert und betriebsbereit für das Katjufahrt gemacht wurden. »Mir gefällt dieses Bild,« sagte Lecore, »ich werde es behalten.« »Dann ist es gut,« sagte eine Stimme, die aus dem Nichts kam. Sie stammte von Urkale, der Lecore's Umtriebe am Rande seiner Aufmerksamkeit verfolgte. Das Orakel versorgte ihn immer wieder mit kleinen Ratschlägen, ohne seine Pflichten als Taktgeber fürs Katjufahrt zu vernachlässigen. Alle Wahrnehmungen waren verschoben und verzogen und verzerrt. Der kristalline Ozean, ein schiefes Bild, genauso wie die Wogen, die gegen Land spülten. Doch Lecore wusste sich nicht anders zu behelfen. Wasser, Meer, Wellen sowie Schaumkronen. Dies alles verband sich zu Abläufen, die faszinierend auf das Gemüt eines Theophoren wirkten. Auch wenn dieser das planetare Leben verachtete, wusste er die Kräfte eines Ozeans sehr wohl zu schätzen. Sie wirkten über eine schiere Ewigkeit hinweg. Sie rieben den Fels ab, geduldig und gleichmütig. Sie veränderten das Land, unauffällig und doch unvermeidbar. Wie die im Kathiophat geborgenen Mentalkomponenten rieb sich das Wasser an den Felsen einer scheinbaren Realität. Lecore stapfte weiter durch Kristallsand, hinein in beginnende Dunkelheit. Wie so oft hatte er das Gefühl, unter Wasser zu gehen und kaum mehr Luft zu bekommen. Urkales Präsenz verklang allmählich. Sie war wie das Hörbild eines Fledermauswesens, das schwächer und trüber wurde. Bald löste es sich auf. Lecore war allein. Je weiter er sich ins Landesinnere vorwagte, desto steiler ging es bergauf. Oder bergab. Seine Sinneseindrücke waren völlig widersprüchlich. Manchmal fiel und purzelte er, und alles drehte sich um ihn. Dann wieder fand Lecore Halt und ging ein kerzengerades Stück Weg entlang. Er stapfte durch sumpfigen Grund oder schwebte auf Wolken dahin. Windböen trieben ihn vorwärts, Kristallregen ließ ihn in einem Loch aus Nichts Unterschlupf suchen. Irgendwann und irgendwie umfing ihn völlige Dunkelheit. Lecore spürte, dass er eine Grenze überschritten hatte. Er befand sich in der Aufsicht, im zweiten Torus, in dem die Trostreichen dahintrieben, immer wieder in den ersten Torus hinabstachen und Mentalkomponenten bearbeiteten. Sie folgten dabei gewissen Mustern, die sie wie Maschinen wirken ließen. Doch wie waren künstliche Intelligenzen in das Katjophat gelangt? Handelte es sich bei ihnen um so etwas wie Denkmaschinen? Sie machten ihm Angst, diese Trostreichen. In ihrer Logik und ihren Handlungsweisen waren sie erbarmungslos. Sie siebten jene Mitglieder des Banners aus, die noch nicht bereit waren, über den zweiten Torus hinaus zu gelangen. Sie versetzten sie zurück an den Kristallstrand oder schleuderten sie ins Wasser. Die Traurigen, die Verzweifelten, die Sehnsüchtigen, die Hoffnungsvollen, die Wütenden. Milchstraßenbewohner, die meinten, ein derartiges Schicksal nicht verdient zu haben und mentale Beutestücke der Bannerkampagne von Gouvrin, die sich in einem endlosen Lamento verloren. Dazu all jene, die aus Fariske Eregon standen, der Milchstraße der Vergangenheit und die das Wesen des Katjophats noch nicht durchschaut hatten. Manchmal nahmen die Trostreichen das Erscheinungsbild von langen, prallgeäderten Würmern an, die sich durch die Dunkelheit wühlten. Dann nahm er Reißaus vor ihnen und verkroch sich in... Nun, was war das eigentlich, in dem er Zuflucht fand? Woraus bestanden diese Höhlen oder Nischen im Inneren des Katjophats? Kapitel 6 Er war Pakwataksmapu. Attila Lekore war nach seinem Spaziergang durch das Sternenbanner erschöpfter als jemals zuvor. Doch ihm blieb kaum Zeit zur Erholung. Schon wenige Minuten, nachdem er die Orakelbrünne abgelegt, Meuzin versorgt und sich auf seine Pritsche geworfen hatte, riss ihn ein dringender Anruf aus dem Halbschlaf. Wir fliegen nach Tephor, sagte der Karadok knapp. Du wirst mich begleiten. Mach dich bereit und melde dich so rasch wie möglich in der Zentrale. Xomot Ende. Lekore fiel es schwer, seine wahren Gefühle zu verbergen. Er war sich sicher, dass ihn der Karadok in seiner Kabine überwachen ließ. Mit verschlossener Miene packte er einige wenige Habseligkeiten zusammen und eilte davon. Diesmal kam er problemlos voran im Schiff. Geschickt wich er den vielen Borgos aus, die seinen Weg kreuzten. Je länger er sich auf der Kippa Kottnall aufhielt, desto selbstverständlicher wurde dies alles. Lekore erreichte die Zentrale in Rekordzeit. Eine Gruppe von Tioforen wartete abmarschbereit. Xomot unterhielt sich angeregt mit zwei Adjutanten und seinem Stellvertreter. Der Karadok suchte ihn nicht mit Blicken, er scherte sich um keinen Mitglied des kleinen Trupps. Er gab irgendwann den Befehl zum Aufbruch und ging vorne weg. Über Flugroboter und das Schiffs interne Transportnetz, das von Lanzen ähnlichen Gefährten gebildet wurde, gelangten sie in einen Hangar. Ein Beiboot empfing sie, im Laufschritt ging es an Bord. Viele der Begleiter waren Kämpfer, einfache Männer in ihren Kriegsbrünnen, aber auch altgediente und Narben übersäte Tioforen, die in einfache Bordkleidung gehüllt waren. Erst als sie alle auf ihren Plätzen saßen, nickte ihnen der Karadok zu. Xomots Blicke gerieten nachdenklich, vielleicht auch drohend. Sie verrieten Lekore, beweise dich auf dieser Mission oder du wirst es bereuen. Der Zubringer dockte an einer Kriegskapsel an, die ausschließlich für Anlässe wie den heutigen hergerichtet worden war. Sie diente Repräsentationszwecken, um planetengebundene Geschöpfe zu beeindrucken und gleichermaßen abzuschrecken. Der Raum, in dem Gruppen aus allen Sterngewerken zusammenfanden, war ungewöhnlich groß. Er war ganz und gar nicht so gebaut, wie Tioforen es liebten, doch Lekores Aufmerksamkeit wurde zuallererst auf jene wertvollen Hyperkristalle gelenkt, die wie Flitter auf dem Boden des Versammlungsraums im Inneren des Schiffs ausgestreut worden waren. Sie erzeugten sonderbare Leuchteffekte, die auf die Sinne einwirkten. Nein, es handelte sich nicht um Tiukui. Die Splitter, deren höherdimensionale Wirkung ihn so irritierte, glänzten Regenbogenfarben und erzeugten eine Art Jucken in seinem Kopf. Lekore hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Seine Begleiter wirkten ebenfalls irritiert. Warum mussten sie sich ausgerechnet an diesem Ort aufhalten? Das geht auf eine Idee Akkuscheiß zurück. Er sieht einen Vorteil darin, die wichtigsten Vertreter aller Sterngewerke bei sich zu haben. Vermutlich ist er an die höherdimensionale Strahlung gewöhnt. Lekore sah sich von kitschigen Einrichtungsgegenständen umgeben, die aus unterschiedlichen kulturellen Epochen stammten und gewiss Beutestücke früherer Bannerkampagnen waren, Tische, Stühle, Bodenteppiche, Lüster, Steinschnitzereien und Keramiken. Lekore mußte sich zwingen, Ruhe zu bewahren, als er den Wandschmuck näher betrachtete. Hände, Beine, Rümpfe und Köpfe unterschiedlicher Wesen waren von einem Präparator vorbereitet und gegen hölzerne Täfelungen genagelt worden. Schmuck hing an den geschmacklos bemalten Körperteilen. Da und dort zeigte sich das Glitzern von Edelsteinen, die unter die Körperhaut getrieben worden waren. Es wurde unruhig im Raum. Lekore wandte sich dem Eingang zu. Bewaffnete stapften herein und bellten Befehle. Hektik breitete sich aus. Sie hielt nicht lange vor, denn gleich darauf trat der Tomka Karadok in den Raum. Er trug eine Kriegsbrünne, die sich durch nichts von der anderer Tioforen unterschied. Akkoschei! Der Anführer, jener Mann, der sie aus Fariske Erigon in die Milchstraße geführt hatte, der gleiche Ort, nur in ferner Zukunft, der die Banner-Kampagne erfolgreich steuerte und dabei großartiges Geschick zeigte. Eine Frau tauchte an der Seite des Tomka Karadok auf. Wie ungewöhnlich! Lekore hatte wertvolle Informationen aus dem Kopf des Orakelpagen Pakwa Taksmapu übernommen. Akkoscheis Gefährtin hieß Tokin Xo und galt als hochintelligent. Vor einiger Zeit hatte sie ein Kind des Tomka Karadok ausgetragen. Was mit dem Balk geschehen war, blieb unklar. Man munkelte, dass es bevorzugt behandelt und im Kabinentrakt des Anführers in einer besonderen Brutstätte aufgezogen wurde. »Kommen wir gleich zur Sache!« sagte der recht klein gewachsene Akkoschei mit lauter klarer Stimme. »Diese Kampagne gleicht einer Symphonie. Das Orchester ist in Spiellaune, die Instrumente gut gestimmt. Gemeinsam erschaffen wir ein Musikstück, wie es nie zuvor gehört wurde.« Die Anwesenden stampften laut auf. Lekore stimmte in die Beifallskundgebungen ein. Ein einziger Tiofore, der sich in Akkoscheis unmittelbarer Nähe aufhielt, blieb ruhig. Er trug eine Namensmarkierung, die Lekore über sein Armband aufrief. Der Krieger hieß Decknotai und galt als gewiefter Taktiker und Stratege. Er gehörte nicht zur Stammbesatzung eines der Fünf-Stern-Gewerke. Wann war er an Bord dieses Schiffes gekommen? Und warum? Noch gibt es allerdings Misstöne, fuhr Akkoschei fort. Solche, die durch harter und kreative Arbeit beseitigt werden müssen. So ist es unsere Pflicht, heute diese Welt namens Tefor zu betreten und Verhandlungen mit Vetrismolaut aufzunehmen. Das ist ungewöhnlich und entspricht kaum unserer Art, eine Banner-Kampagne zu führen, sagte ein breitgebauter Krieger, in dem Lekore ein Mitglied der Delegation der Kippa Kottnall erkannte. Xomot schiebt einen seiner besten Männer vor, machte er sich klar. Der Karadok will sich selbst nicht die Finger mit Kritik schmutzig machen. Die wahre Kunst ist die der Improvisation, sagte Akkoschei unbeeindruckt vom Vorwurf. Wir stimmen uns auf einen Grundton ein und schaffen ein besonderes Stück der Kampfesmusik. Doch in Einzelfällen sind wir darauf angewiesen, auf regionale Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Willst du das bestreiten, Krieger? Nein. Aber ich verstehe nicht, warum wir mit diesen Schwächlingen auf einer Ebene verhandeln. Wir diktieren unsere Bedingungen, andere haben sie zu akzeptieren. Sollten die Tefroda mit unserer Art der Behandlung nicht einverstanden sein, suchen wir uns andere. Wie heißt dieses ungewöhnliche Wort nochmal? Ach ja, Bündnispartner. Ich dulde deine Frechheiten, Krieger, weil die Frage berechtigt ist, aber treib es nicht so weit. Lekore nahm Kriegsbukett wahr, vage und unbestimmt, doch es breitete sich immer weiter aus, die Männer wurden unruhig. Ist schon gut, lenkte Xomots Gefolgsmann ein, bevor die Situation eskalieren konnte. Ich wollte keinesfalls deine Führungsrolle anzweifeln, Tomka Karabok. Selbstverständlich nicht. Akoschai blickte Xomot unverwandt an. Warum solltest du? Ein Augenblick peinlicher Stille entstand und ging vorüber. Der Duft des Kriegsbuketts versiegte. Lasst uns zur heutigen Aufgabe zurückkehren. Ich habe mit Vitris Molaut Zusatzvereinbarungen getroffen. Einigen von euch wird es erlaubt sein, euch frei auf der Welt tevorzubewegen. Ich weiß, wie unangenehm die Vorstellung ist, längere Zeit auf einer Welt zu bleiben und dennoch ist es wichtig, dass ihr so viel wie möglich über diesen Erdklumpen in Erfahrung bringt. Vitris Molaut wird uns daran zu hindern versuchen, hinter die Geheimnisse seiner Welt zu kommen, warf Xomot ein. Natürlich wird er das, aber sagte ich nicht, dass wir Musiker sind, die ein großes Werk erschaffen wollen, die mit aller Kraft daran arbeiten und bereit sind, alles für das gemeinsame Ziel zu opfern. Das Theophat will gefüllt werden, rief das Orakel eines anderen Schiffs mit dünner Stimme. Ihr könnt niemals verlieren, Krieger. Niemals, antworteten die etwa dreißig Theophoren im Chor. Ich gebe vor, an welchen Informationen ich besonders interessiert bin, rief Akushai. Das meiste davon ist im Regierungssitz zu besorgen, der Stern von Absuma genannt wird. Ich erwarte, dass bis zur Landung eine Strategie steht, wer von euch wo zum Einsatz gelangt. Ich habe die Karadox aller Schiffe aufgefordert, mir die besten Leute an Bord der Sterngewerke mitzubringen, die besten Kriegskünstler also, ergänzt durch einige Orakel. Beweist diese Mission mitgenommen haben. Er stellte sich neben die einzige Frau im Raum, Tokin Xo, und legte ihr provozierend einen Arm auf die Schulter. Ringsum wurden Stimmen laut. Solche Gesten hatten in der Öffentlichkeit nichts verloren. Warum tat er das? Weil Akushai Spielchen spielt. Er möchte die Feinde in seinen eigenen Reihen kennenlernen. Er möchte wissen, wer dumm genug ist, auf diese Finte hereinzufallen. Vermutlich hat er Tokin Xo ausschließlich für diesen einen Moment hierher mitgenommen. Ihr bekommt in diesen Augenblicken alle notwendigen Vorgaben zugestellt. Sprecht euch ab, entwerft Strategien. Auch wenn ich euch diesmal nicht erlauben kann, euren Kampfes Mut zu beweisen, erwarte ich bestmögliche Arbeit. Akushai löste den Arm von Tokin Xo, schlug sich gegen die Brünne und verließ dann im Kreis seiner Gefolgsleute den Raum. Er wirkte souverän und unangreifbar, wie jemand, der alles unter Kontrolle hatte. So nahe war er und so fern zugleich. Wie gerne wäre Attila Lecore ihm gefolgt und hätte seine Rolle übernommen. Aber diese Möglichkeit blieb ihm verwehrt. Zumindest für dieses Mal. Die Landung auf einem abgelegenen Militärraumhafen Tefors im Norden des Hauptkontinents Kostur erfolgte unspektakulär, der Empfang war farblos. Ein hochrangiger Zivilist begrüßte sie und setzte sie nach einer gestammelten Ansprache in Sammelgleiter, die sie zum Stern von Absuma bringen sollten. Lecore verhielt sich ruhig und unauffällig, während einige Krieger an Bord des Gleiters Probleme mit den diplomatischen Gepflogenheiten der Tefroder hatten. Der Austausch von Floskeln fiel Teoforen schwer. Die wenigen Tefroder an Bord wirkten eingeschüchtert, sie drückten sich eng zusammen im vorderen Teil des walzenförmigen Gleiters. Warum kommt dieser Vitrys Molot nicht selbst, um uns zu empfangen, verlangte ein Tiofore zu wissen, der das Bannerzeichen der Pates Caval auf seiner Brust trug. Warum müssen wir uns mit solchen Planetariern abgeben, die nicht einmal das Gewand des Kriegers tragen? Die Tefroder blieben still und reagierten nicht auf die Provokation. Die Leute des Tamarons wussten, wie sie sich in derartigen Situationen zu verhalten hatten. Ein einziger Tefroder zeigte Reaktionen. Er ballte und öffnete die Hände mehrmals, das Gesicht lief dunkelbraun an, doch er hatte sich rasch wieder unter Kontrolle und unterhielt sich mit einem seiner Kollegen. Attila Lecore ahnte, mit wem er es zu tun hatte. Der blondierte, großgewachsene Mann mit den auffälligen Gesichtstätowierungen gehörte vermutlich zum Sicherheitsdienst, vielleicht sogar zum Kreis der engsten Mitarbeiter des Tamarons. Er strahlte Selbstsicherheit aus, eine Aura der Unnahbarkeit umgab ihn. Lecore versuchte sich zu erinnern. War er dem Tefroder mit dem markanten Aussehen in seiner Rolle als Chef des Terranischen Ligadienstes bereits einmal begegnet? So sehr er sein Gedächtnis auch bemühte, es wollte ihm nicht einfallen, er hatte viel zu viele Gesichter zu sehen bekommen während der vergangenen Jahre. Nach kurzer Flugzeit kam die Stadt Absuma in Sichtweite, dann der Stern. Es handelte sich um ein elfzackiges, filigran wirkendes Gebäude im Nordosten der Metropole, ein Symbol der Macht und Glorie Tefors. Helitas Licht wurde von der blankpolierten Metallhülle nach allen Richtungen geworfen und mehrfach gebrochen reflektiert. Die ellipsoide Mittelachse ragte bald neunhundert Meter in die Höhe. Gestützt wurde der zentrale Träger von weiteren, wesentlich dünneren und spitz zulaufenden Starnauslegern. Beeindruckend, nicht wahr? Lekore wandte sich dem Fragesteller zu. Der blonde Tefroda hatte seinen Platz verlassen und beugte sich zu ihm vornüber. Was willst du von uns, dünn Haar? fragte der Teofore an Lekores Seite. Setz dich hin und halt deinen Mund. Lass den Tefroda reden, erwiderte Lekore. Denk dran, was Akoschei gesagt hat, wir sind in diplomatischer Mission unterwegs. Was ich für einen schweren Fehler halte. Wie wäre es, wenn du zum Tomka Karadok hinübergehst und ihm persönlich deine Meinung zu diesem Thema kundtust? Oder reicht dafür dein Mut nicht? Also mach Platz, ich möchte mich mit dem Tefroda unterhalten. Du wagst es, ich bin ein Orakel Page Krieger. Du kannst es riechen, nicht wahr? Vergiss nie, dass Leute wie ich darüber entscheiden, wer in allen Ehren im Katjufat aufgenommen wird und wer außen vor bleibt. Ich sehe dich auf der anderen Seite wieder, solltest du den Weg ins Banner schaffen? Wie soll ich dich dann beurteilen? Als jemand, der sich Anordnungen widersetzt und einen Plan des großen Tom Karadok sabotiert? Als Widerständler möchtest du, dass ich dich warten und leiden lasse, dir den Zugang ins Sternen Banner verwehre? Du spielst mit deinem Leben, Orakel Page, und du mit deiner Existenz in der Ewigkeit Krieger. Geh jetzt! Der Tiofore zögerte, stand aber dann doch auf und machte Platz. Der Tefruder setzte sich neben ihn. Er roch sonderbar. So stank Planetenleben. Ich habe gehört, welche Funktion ein Orakel Page ausübt, sagte er. Ich finde beeindruckend, was du machst. Du weißt nichts über meine Arbeit. Wieder sprach Lekore, wir reden niemals mit planetengebundenen über das Katjufat. Hör also auf, mich anzulügen. Andernfalls ist diese Unterhaltung gleich wieder beendet. Wieder war Ärger im Gesicht des Tefruders zu sehen, doch er hatte sich gut unter Kontrolle. Natürlich, entschuldige bitte, sagte er nach einigen Sekunden. Wie ist dein Name? Wie deine Funktion? Warum gehörst du zum Ich bin Kontaktoffizier im Dienste des Tamagats. V. Trismolaut hat mich eingeladen, diesem ersten Zusammentreffen zwischen Tioforen und Tefrudern beizuwohnen. Er möchte, dass ich mich um euer Wohlbefinden kümmere. Du sollst uns überwachen und unser Verhalten analysieren, stellte Lekore richtig. Das ist ein Teil meiner Arbeit, gab F. Potennen unumwunden zu. Dann wissen wir beide, woran wir sind. Lekore bemerkte, dass sich der Pilot des Gleiters Zeit beim Landeanflug ließ und gemächlich den Stern von Absuma umrundete. Die Tefruder wollten sie beeindrucken, doch das würde nicht gelingen. Tioforen hatten völlig andere Ansichten über Ästhetik und Schönheit. »Vetris Molaut sitzt im Vektor?« fragte Lekore und deutete auf einen der Elf Zacken des Bauwerks, einen Spitzkegel mit einer Länge von 400 Metern. Er zeigte wie der Stachel eines angriffslustigen Tiers schräg nach oben. Der Vektor konnte vom Stern von Absuma abgetrennt und autonom gesteuert werden. Er verfügte über ein leistungsfähiges Transitionstriebwerk und war gleichermaßen offensiv wie defensiv bewaffnet. »Vetris Molauts derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Er wird die Delegationen unmittelbar nach unserer Landung begrüßen. Er bleibt vorsichtig, Schloss Lekore. Der Tamaron ist ein weiser Mann, der schon viele ungewöhnliche Situationen gemeistert hat. Wich F. Potenen einer direkten Antwort aus. Sie schwiegen während des Landemanövers. Der Gleiter setzte auf einem freien Platz unmittelbar vor dem Stern auf. Im Hintergrund dehnte sich der oftmals stürmische Stürpas See aus, den Süden und Westen dominierten städtische Strukturen. Absuma konnte einige Sehenswürdigkeiten aufweisen und galt insgesamt als Stadt, in der es sich gut leben ließ. Seit der Machtübernahme Vetrismolauts hatte sich allerdings einiges zum Schlechteren entwickelt, wie Lekore wusste. Sicherheitskräfte und Militärs dominierten das Straßenbild. Der Umgangston war rauer geworden. Viele der typischen Pilztürme, die Höhen von mehreren hundert Metern erreichten, blieben seit einigen Jahren für die Öffentlichkeit gesperrt, so zum Beispiel die gläserne Insel. Ein Pilz mit falscher, scheinbar transparenter Fassade. In ihm war der tamanische Nachrichtendienst beheimatet. Die Theophoren und ihre Begleiter verließen den Gleiter und wurden von zwei tephrodischen Militärs angehalten, sich ein wenig zu gedulden. Ich schätze es nicht, warten zu müssen, ließ sich einer der Krieger vernehmen. Unruhe brach unter den Theophoren aus. Nur mühsam gelang es, den Tephrodern zu beschwichtigen. Betris Molaut würde bald auftauchen, so sagten sie. »Evpotenen wich nicht mehr von Lecores Seite. Der Tephroder glaubte wohl, in ihm einen wichtigen Gesprächspartner gefunden zu haben. Eine Quelle, aus der der heimische Geheimdienst Informationen schöpfen konnte. Gut so. Lecore deutete in Richtung der gläsernen Insel. »Befindet sich dort ein Arbeitsplatz?« »Du kennst dich aus auf Tephor? »Wir haben uns auf unseren Besuch vorbereitet. Doch mich interessieren noch andere Dinge. Wenn sich die Gelegenheit bietet, möchte ich die Wasserratten von Kostelahim sehen. Ich hörte, dass gerade die Sturzzeit sei. »Ja, vielleicht lässt es sich einrichten.« Er hatte den Agenten auf dem falschen Fuß erwischt. F. Potenen hatte Krieger erwartet, die nichts außer Strategie, falschen Kampf und Taktik im Kopf hatten, nicht aber einen aufmerksamen Beobachter, der sich für eine der bekanntesten Touristenattraktionen am Stürpers See interessierte. Trommelwirbel wurde laut. Alle Aufmerksamkeit richtete sich auf eine Gruppe Musiker, die vom Stern von Absuma auf sie zumarschierten. Die Tefroder trugen bunte Uniformen, die Likore niemals zuvor gesehen hatte, akustische Verstärker machten das Getöse der Schlag und Blas Instrumente beinahe unerträglich. Vetrismolaut stolzierte hinter den Trommlern. Der Tamaron blickte über die Versammelten hinweg wie ein Gottherrscher über sein Volk. Sein arrogantes Gehabe war selbst für Teoforen als solches zu erkennen. Ich begrüße meine Gäste und Bittstelle auf Tefor, sagte der Tamaron laut, nachdem die Musik verstummt war. Er ging die Reihe der Teoforen ab. Vor einem Krieger des Sterngewerks, den Opaxa, blieb er stehen. Akoschei, vermute ich. Aber nein, ich habe mir sagen lassen, dass der Tomka Karadok klein gewachsen sei. War der Tefroder verrückt geworden? Ahnte er, wie stark er am Selbstwertgefühl der Teoforen rüttelte? Gleich würde ein nicht wieder gut zu machendes Unglück geschehen. Er riskiert viel, nicht wahr? Flüsterte Ev Potennen Lekore zu. Aber ist es nicht die Stärke, die einen Teoforen am meisten beeindruckt? Uns beeindruckt rein gar nichts an euch Planetengeborenen. Dein Anführer spielt mit seinem Leben und dem aller Bewohner dieser Welt. Akushai löste sich von seinen Begleitern und stellte sich vor wie Trismolaut hin. Das ist ein schlechter Beginn für Verhandlungen, sagte er grollend laut. Ich schiebe diesen Scherz auf einen außergewöhnlich schlechten Humor. Belassen wir es dabei, Tamaron, ein einziger weiterer derartiger Auftritt und du wirst es bitter bereuen. Ich dachte, die Teoforen wünschten sich uns als Partner in der Milchstraße. Ob es eine Partnerschaft geben wird, sollte sich in den nächsten Tagen entscheiden. Die Tefroder sind eine von mehreren Optionen. Und jetzt lass uns dieses dumme Schauspiel beenden. Verstanden? Vitrismolaut nickte knapp und deutete seiner Entourage den Rückweg anzutreten. Weg von dem offenen Feld, hin zum Haupteingang des Sterns von Absuma. Er drehte sich abrupt um und wartete, bis auf das Zentrum allen tefrodischen Wirkens zu. Die Tioforen folgten ihrem Anführer. Ihre Schritte klangen fest und laut und bald fanden sie zu einem militärischen Gleichschritt, dem sich auch Lecore anschloss. Die Tefroder des Empfangskomitees blieben zurück, unschlüssig und vielleicht ein wenig ängstlich. Nur Ev Potenen ließ sich nicht abschütteln. Er blieb in Lecore's unmittelbarer Nähe, als Gut so. Lecore wurde zu den ersten Verhandlungen nicht hinzugezogen. Er hatte die Aufgabe erhalten, zwischen Tioforen und Tefrodern zu vermitteln. Xomot wusste, dass er als eines der wenigen Mitglieder der Delegation in der Lage war, den Ausgleich zwischen beiden Lagern zu finden und die richtigen Worte parat zu haben. Lecore sorgte dafür, dass wie gewohnt kleine und enge Quartiere bereitgestellt wurden. Das Missverständnisse in der Küche vermieden wurden. Dass die Tefroder nicht auf die Idee kamen, in ihren Privatbereichen Spionsonden zu installieren. Dass keinerlei Indoktrinatorentechnik zum Einsatz kam, so wie es der Tomka Karadok vorgesehen hatte. Krieger, die unter Planeten Angst litten, sorgten immer wieder für Unruhe. Sogar Lecore vermisste die maschinelle Unruhe eines Sternengewerks unter seinen Füßen und meinte, vom Gewicht der Welt Tefro erdrückt zu werden. Diese Gefühle ließen sich für eine Weile ertragen. Auf Dauer würden sie allerdings für mehr Aggressivität und mehr Probleme sorgen. Du machst dich gut, lobte Xomot, nachdem sie es sich in ihrem Quartier wohnlich eingerichtet hatten. Dennoch hoffe ich, dass wir so rasch wie möglich an Bord der Kippa Kottnall zurückkehren. Du warst bereits auf Planeten. Du solltest dich an die Umstände gewöhnt haben. Ich hörte, dass wir mehrere Tage hier verbringen würden. Das bereitet mir Sorge. Die Krieger sind unruhig und kaum unter Kontrolle zu bekommen. Wir werden dafür sorgen, dass sie beschäftigt bleiben. Xomot sah sich um und blickte auf das Armband seiner Kriegsbrünne. Er hob an und wollte etwas sagen, etwas verfängliches, etwas, das nur sie beide betraf. Vielleicht solltest du dafür sorgen, dass die Krieger nach zwei oder drei Tagen gegen andere ausgetauscht werden, Karadok, fiel er Xomot ins Wort. Mit Blicken machte er dem Kommandanten klar, dass hier ein Gespräch unter vier Augen nicht möglich war. Der Karadok signalisierte mit einer knappen Bewegung zweier Finger, dass er verstanden hatte. Ich werde deinen sagte er förmlich. Sie verabschiedeten sich voneinander. Lecore meldete sich vom Dienst ab und zog sich in seine Ruhekammer zurück. Er war erschöpft. Die Rollen, die er spielte, wurden ihm zu viel. Er war Berater für Xomot, der gegen den Tomka Karadok intrigierte. Er schuf Verbindungen zu Evpotenen, um im Dienste der Tioforen die Tefrode auszuspionieren. Er beschäftigte sammelte Wissen darüber, warum Vetrismolaut drauf und dran war, ein Bündnis mit den Tioforen einzugehen. Ich bin ein Terraner, sagte sich Lecore, zog die Orakelbrünne über und nahm Meuzin an sich. Der Össig hatte die Reise in einem eigens für ihn gefertigten Transportbehälter gut verkraftet. Er gurte leise und schmiegte sich an Lecore. Der Übergang ins Katjufat geschah. Kapitel Sieben Er war Attila Lecore. Es war unmöglich von Tevor aus, den Weg ins Katjufat zu suchen. Das sechste Dim beim der Kippa Kottnal, das ihm als Einstieg diente, war viel zu weit weg. Trotzdem unmöglich durfte nichts sein. Er würde es herbeizwingen. Es würde gelingen, weil es gelingen musste. Lecore fühlte Angst, ja, fast Panik. Die Anbindung an das Kristallenreich war lose, viel zu schwach. Er fürchtete, zwischen den einzelnen Körnchen verloren zu gehen und zu fallen, immer tiefer, um in einem namenlosen Raum zu verschwinden. »Meuzen, hilf mir«, bettelte er, »gib mir Halt, zeig mir den Weg in die Kinderstube und weiter in den zweiten Torus. Das Flugwesen ließ ihn spüren, dass es da war. Es geschah auf eine ungewöhnlich zärtliche Art und Weise. Vielleicht verursachte Meutzen Schmerz, vielleicht brachte er ihn zum Lachen, Lecore vermochte es nicht zu sagen. Es war einerlei. Wichtig war einzig, dass er sich nicht verlor. Er sah, spürte, vermutete den ersten Torus des Katjufats in Reichweite und kam nicht dort an. Er konnte ihn nur betrachten, verdreht in der Perspektive, verringert in der Rasterung seines Blicks, verfälscht in den Farben. Zugang gab es nicht. Es war tatsächlich unmöglich. Lecore begriff, was für ein Narr er gewesen war, einen derartigen Versuch überhaupt unternommen zu haben. Er benötigte die räumliche Nähe zum Sechster Dimmbanner, das stand fest. Er seufzte und in diesem letzten Flackern des Blicks in die unendliche Weite, die ihn vom Katjufat trennte, war ihm, als sähe er etwas, wo nichts zu sehen sein durfte. Halt! Da war tatsächlich etwas. Eine Struktur, die er bislang nicht bemerkt hatte, wohl auch nicht hatte bemerken können als Teil des Katjufats. Es wirkte wie eine Nichtstruktur, ein Loch in seiner Wahrnehmung. Lecora hielt es nicht länger aus. Er musste zurückkehren, so schnell wie möglich, und dann würde er jenen Ort aufsuchen, den er als Hohlraum wahrgenommen hatte. Aber derzeit wurde er auf Tee vor gebraucht, daran war nicht zu rütteln. Kapitel 8 Er war Pakwataksmapu, und er würde bald ein anderer sein. Der Sturzfelsen von Kastellahim war Teil der rauen Küstenlandschaft im Nordosten des Dürpassees. Er gehörte zu einem geschützten Gebiet, zu dem die Bewohner Tamagats kaum Zutritt erhielten. Es war nicht leicht, uns Zutritt zu den Höhlen zu verschaffen, rief Evpotennen gegen den Lärm an. Die Brutplätze der Wasserratten werden rigide geschützt. Die Tiere sind ein Wahrzeichen Kosthors und gelten als Glücksbringer. Ich weiß, rief Lecore ebenso laut zurück. Sie standen auf einem stark schwankenden Boot mit niedriger Reling, das nahe des Sturzfelsens dahintrieb. Immer wieder schwappten Wogen ins Boot. Ein umherwuselnder Roboter saugte die Flüssigkeit auf und spieh sie zurück in den See. Lecore hatte Mühe, sein Gleichgewicht zu halten. Warum ist die Ausstattung des Bootes derart archaisch? fragte er nach. Wir könnten auf einer Schwebe Plattform dahintreiben und die Wasserratten aus sicherer Position beobachten. Die Tiere reagieren irritiert auf hochenergetische Felder. Sie erkennen Deflektor ebenso wie Holoschirme und reagieren auf die Geräte, indem sie die Fortpflanzung verweigern. Ein dahintreibendes Boot hingegen, das ganz natürlich über die Wellen tanzt, akzeptieren sie. Wir werden mit einigen bescheidenen Hilfsmitteln auskommen müssen. Der Morgen ihres dritten Tages auf Tevor war eben erst angebrochen. Gespannt wartete Lekore darauf, dass die ersten Wasserratten zu sehen waren, diese unterarmlangen Nager, die sich in der Paarungszeit zu Millionen aus großer Höhe von einem Felsen in das stürmische Wasser stürzten und dort in die amphibische Phase ihres Daseins übertraten. Die nächsten zwei oder drei Jahre lebten die Wasserratten nahe der uralten Brutstätten und brachten Nachwuchs zur Welt, der mit dem Ende der Reife von den Eltern über gefährliche Pfade den Fels hochgeschleppt und dort seinem weiteren Schicksal überlassen wurde. Hörst du es, schrie F. Potenen. Da war ein Grollen, das selbst den Lärm der Wasserbrandung übertönte. Es kam von oben, aus einer Höhe von etwa 120 Metern. Sie machen sich gegenseitig Mut, rief der Tefruder. Er deutete auf einen winzigen Bildschirm. Bilder einer Schwebekamera von der Absturzkante des Felsens waren zu sehen. Dort wimmelte es von Wasserratten. Sie stellten sich auf die Hinterläufe, keckerten und knurrten und grollten, den Blick Richtung aufgehender Sonne gewandt. Helitas zeigte sich an diesem Morgen von ihrer besten Seite. Sie ging blutrot auf und warf flache Strahlen über den stürmischen See. Es geht los! Evpotenen deutete auf jene Tiere, die am nächsten zur Kante standen. Sie ließen sich in die Tiefe fallen, um gleich darauf ihre Glieder nach allen Richtungen auszustrecken. Falthäute spannten sich. Die Wasserratten steuerten geschickt ihren Flug. Sie gerieten kilometerweit über den Stürpassee hinaus und nutzten geschickt die herrschende Thermik, um dann, während des letzten Drittels ihres Sturzes nahe zum Felsen zurückzukehren. Lecore verfolgte das Geschehen mit Hilfe eines vor die Augen gelegten Sicht und Aufnahme Feldes. Das niedrig energetische Hilfsmittel war mit Hilfe von Zwinkerbefehlen zu steuern. Es zeigte ihm tausende zu fokussieren, die den Flug sichtlich genossen. Die ersten Tiere näherten sich der Wasseroberfläche. Sie legten die Glieder eng an die pelzigen Leiber und tauchten mit den Köpfen voran in die Fluten. Dutzende, Hunderte von ihnen schlugen im Wasser auf, auf engstem Raum, auf einer Fläche, die nicht mehr als 500 Quadratmeter ausmachte, immer mehr von ihnen kamen, immer prägneten. Die ersten gelandeten tauchten aus den Fluten wieder hoch. Sie wirkten verändert. Ihre Felle glänzten in den Sonnenstrahlen, sie hielten sich geschickt wie terranische Enten an der Oberfläche. »Beeindruckend, nicht wahr?« fragte F. Potenen laut. Der Tefroder war von dem Geschehen genauso fasziniert wie er selbst. Er starrte in den Himmel, folgte dem Flug der Wasserratten. »Ja«, sagte Lekore knapp. Er überprüfte die Umgebung. Bemerkenswerterweise wurden sie nicht überwacht. Niemand achtete auf das einzeln dahin dümpelnde Boot nahe des Sturzfelsens von Castellahim. Touristen, die teuer für diese ganz besondere Attraktion zahlten, standen auf Treibplattformen in einer Entfernung von etwa fünf Kilometern. Um diese Uhrzeit waren tefrodische Zuseher ohne dies rar gesät. Das Wasser war bald schwarz und braun von den Wasserratten und immer noch stürzten viele weitere vom Himmel. Sie tauchten in die immer kleiner werdenden Lücken an der Wasseroberfläche ein, kamen nach einigen Sekunden wieder zum Vorschein und drängten sich an die Artgenossen, um bald eine scheinbar kompakte Masse an dahintreibenden Tieren zu bilden. Letzte Wasserratten stürzten ab. Sie fanden keinen Platz mehr und fielen etwas abseits in die Fluten. Diese Nachzügler tauchten nicht mehr auf. Sie wählten den Freitod, einem sonderbaren Instinkt gehorchend. Ausschließlich jene Wasserratten, die in einem exakt abgezirkelten Karree gelandet waren, würden sich in eine der Bruthöhlen zurückziehen. Ev Potenen setzte das Boot in Bewegung und steuerte auf den Felsen zu. Er war geschickt und wurde darüber hinaus von der Bootsintelligenz korrigiert. Meterhohe Wellen brandeten gegen die Unterkante des Felsens und ließen erkennen, dass sich darunter Hohlräume befanden. Das Boot tanzte auf und ab. Lecure fühlte Übelkeit und Panik. Er gehörte nicht an diesen Ort. Er hasste planetengebundenes Leben. All diese Unruhe, all diese Unsicherheiten. An Bord eines Raumschiffs gab es Regeln, die den Tagesablauf bestimmten und stets gleich blieben. Auf Tevor jedoch war das Leben stetigen Wandlungen unterworfen. Tag und Nacht, Ebbe und Flut, die Wanderung der Sonne, wechselnde Jahreszeiten. Hinlegen! rief ihm Ev Potenen zu. Lecure gehorchte. Er warf sich auf Deck, während sich der Tevroder niederkniete und den Kopf geduckt hielt. Der Sicherheitsmann wartete geduldig, bis sie in ein Wellental gerieten und ließ das kleine Boot dann vorwärts schießen, auf den Fels zu. Als Lecure meinte, sie würden damit kollidieren, fielen sie noch ein Stück tiefer, wurden von einer weiteren Woge nach unten gedrückt und waren durch. Noch war das Wasser zu hören, wie es wütend gegen den Sturzfelsen gistete. Je weiter sie jedoch ins Innere des Hohlraums vordrangen, desto ruhiger wurde es. Auch das Wasser war spiegelglatt. Sei leise, flüsterte Ev Potenen. Er schaltete ein Licht am Bug des Bootes zu, das einen Großteil der Höhle ausleuchtete. Die Wasserratten scherten sich nicht herum. Hatten sie in ihrem Carré laut gekrächzt und geschrien, paddelten sie nun in völliger Stille ins Innere der Höhle. Sie bewegten sich mit sonderbarer Anmut und verließen an einem schmalen Uferstreifen das Wasser. Sie bewegten sich andächtig auf ihren Hinterläufen über den glatten Fels. Im Hintergrund der Höhle entdeckte Lecora daraufhin. Das sind die Brutnester der Wasserratten, flüsterte der Agent. Sie sind tausende Jahre alt. Attila Lecora schlug zu. Er hieb Ev Potenen mit der Kraft eines Tioforen gegen beide Schläfen. Der Tefroder verdrehte die Augen und wäre in sich zusammengesackt, hätte ihn Lecora nicht festgehalten und gegen sich gepresst. Er blickte den Mann an, vermaß ihn, registrierte die tiefen Struktur seines Bewusstseins und ging dabei besonders sorgfältig vor. Er fertigte ein Templat an, eine exakte Kopie des Gedächtnis Inhalts und des Wesens seines Gegenübers. Der Agent schwebte am Rande der Bewusstlosigkeit, er wollte sich wehren und patschte mit den Händen schwach um sich. »Scht«, sagte Lecora leise, »wir wollen die Wasserratten schließlich oder?« Er hatte alles, was er wollte. Das Templat wurde ein Teil seines Selbst, die Gestalt Wandlung konnte beginnen. Doch war wirklich alles glatt gegangen? Etwas irritierte Lecora. Eve Potenen war in den Reihen des Thamanischen Nachrichtendienstes höchst beliebt. Ganz besonders mochten ihn die Frauen. War das sein Aussehen, das ihn derart attraktiv machte? Sein Esprit? Sein Wesen? Sein Lachen? Lecora wusste es nicht. Es kümmerte ihn auch nicht. Er hatte genug damit zu tun, seine persönlichen Befindlichkeiten neu zu sortieren. Noch vor wenigen Stunden war er in der Haut eines Zwitter Wesens ohne sexuelle Empfindungen gesteckt und nun musste er sich als promiskuitiver, ein wenig selbstverliebter Agent präsentieren. Falsch! Er war promiskuitiv und selbstverliebt. Dies war keine Rolle, sondern ein weiterer Teil seines Lebens. Ich dachte, du wärst den ganzen Tag mit diesen Thioforen unterwegs, fragte ihn Anafi Zidat, seine Vorgesetzte. Er traf sie in ihrem Arbeitsraum an, am Rand der Hutkrempel jenes pilzförmigen Gebäudes, das als gläserne Insel bekannt war. Er wurde an Bord seines Schiffes zurück beordert, sagte Lekore. Vermutlich bekomme ich ihn erst heute am Abend wieder zu sehen. Leider konntest du etwas über ihn herausfinden, über die Strukturen an Bord der Sterngewerke, über die Funktion der Orakel? Ich arbeite daran. Du schreibst einen Bericht über deinen heutigen Einsatz, ja? Lekore trat näher an die Frau heran. Ich dachte, das wäre zuerst Anaphizidat zögerte. Willst du diese alte Geschichte wieder aufwärmen? Du weißt, dass das zu nichts führt. Nachdem ich stundenlang mit einem stinkenden Theophoren unterwegs war, würde ich gerne die Gesellschaft einer attraktiven und gut riechenden Frau genießen. Deine Schmeicheleien verfangen bei mir nicht, Ev. Sie fuhr mit den Fingern über die kunstvollen Haarschlangen und löste eine davon aus der energetischen die violettgrauen Strähnen zu öffnen und damit zu spielen. Selbstverständlich nicht. Ich habe auch nicht vor, dich zu kompromittieren. Aber was spricht gegen ein gutes Essen? Eine nette Unterhaltung? Ein wenig Entspannung? Entspannung? Nicht so, wie du es meinst, Anafi. Lecore hob abwehrend die Hände. Du bist eine tolle Frau, aber ich würde es niemals wagen. Also schön, unterbrach sie ihn. Ein Mittagessen. Im Mialnas Krautgarten, sobald ich mit meinem Konzept fertig bin. Worum geht es? Du weißt, dass ich darüber nicht sprechen darf? Natürlich nicht, verzeih. Ich warte im Krautgarten auf dich. Bis später. Lecore verließ das Büro, reservierte einen Tisch in diesem Innenlokal im Herzen von Absuma Mitte und ein Zimmer in einem nahegelegenen Hotel. Es war nicht leicht, in Eph Potennens Haut zu stecken, wie Lecore mehr und mehr begriff. Beständig musste er ausreden und schlichen ersinnen, um sein Arbeitsleben und seine Affären zu koordinieren. Und dann waren da diese grässlichen Kopfschmerzen, unter denen er seit seiner Verwandlung in Eph Potennen litt. Die Rolle als Verführer erleichterte es Lecore enorm, an notwendige Informationen heranzukommen. Bald wusste er von Vermutungen, Andeutungen und Gerüchten, die Vetrismolauts Rolle in diesem bösen Spiel betrafen. Der Tamaron versucht, sein Gesicht zu warnen, murmelte Anafi Zidat schläfrig. Man sagt, dass ein Mitglied seiner Familie im Gewahrsam der Theophoren ist. Man munkelt, dass es sich um seine Tochter Saliana handelt, flüsterte ihm die Wirtschaftsdelegierte Kroabidul zwischen zwei heißen Küssen ins Ohr. Vetrismolaut hat die Mutter des Kindes bis zu ihrem Tod aufrichtig geliebt, sagte Indago Obeo, eine persönliche Betreuerin des Tamarons im Stern von Absuma, nachdem sie es sich im Bett bequem gemacht hatten und abwechselnd an einem turkunesischen Rauchschlauch sogen. Das ist hinlänglich bekannt, wie auch die Tatsache, dass Vetrismolaut Amion Kial hinrichten ließ, weil sie vermeintlich gegen ihn intrigierte. Was nichts daran ändert, dass er Liebe für diese kleine Saliana empfindet. Sonderbar, nicht wahr? Dass jemand, der so kühl und kaltblütig regiert, ein Balg Gefühle entwickelt. Du magst keine Kinder? Sie stören, sie behindern, sie machen erpressbar. Wäre ich Vetrismolaut, hätte ich die Kleine längst irgendwo hin verfrachtet und jeden Gedanken an sie verdrängt. Stattdessen sieht er sie so oft wie möglich und lässt sich von Saliana lächerlich machen. Sie nennt ihn K. Er stört sich nicht daran. Was ist das für ein Herrscher, frage ich dich, der sich von einem einjährigen Kind terrorisieren lässt. Indago Obeo sog an dem fingerdicken Röhrchen und atmete bunte Rauchwölkchen ein. Lecore sah ihr dabei zu. Ihre wunderschönen Brüste hoben sich, der geschmeidige und schweißbedeckte Bauch ebenso. Sie war eine wahre Schönheit mit ekelhaftem Charakter. Lecore zuckte zusammen. Was ist los mit dir, Ev? fragte Indago Obeo. Tut dir etwas weh? Habe ich dich zu sehr herangenommen? Nein, es ist alles in Ordnung. Lecore stand rasch auf und zog sich an. Mir ist eingefallen, dass ich einen wichtigen Termin verpasst habe, wenn du mich entschuldigst. Wann sehen wir uns wieder, Ev? Das war nicht schlecht heute. Ich weiß, dass du mit so ziemlich jeder Frau im Dunstkreis des Tamarons schläfst, aber ich fühle, dass es bei uns etwas Besonderes ist, nicht wahr? Ja, so ist es, antwortete Lecore geistes abwesend. Es war sensationell. Ich melde mich. Bald. Er raffte all seinen Besitz zusammen, bezahlte das Hotelzimmer und verließ das Gebäude so rasch wie möglich. Er hatte nach wie vor schreckliche Kopfschmerzen. Nicht nur diese furchtbare Frau trug Schuld daran. Viel schlimmer war das Gefühl zu wissen, dass er versagt hatte. Ifpotennen hatte einen Teil jener Informationen bereits besessen, für die er an diesem Tag mit mehrfachem Sex bezahlt hatte. Und nicht nur das. Er hatte Vedris Molaut bereits zwei Vorschläge zur Errettung der kleinen Salianer gemacht, die der Tamaron jeweils abgelehnt hatte, warum dies so war, blieb rätselhaft, sowie viele andere Dinge auch, die Vedris Molaut umgaben. Vordergründig viel wichtiger war aber, das Templat, das er von F. Potennen angefertigt hatte, war trotz aller Sorgfalt nicht vollständig gewesen. Lecore war verwirrt und fühlte sich auf eine sonderbare Art und Weise verwundet. Er meldete sich auf der gläsernen Insel ab und gab vor, von den Tioforen angefordert zu werden. Er galt als Agent zur besonderen Verwendung und war nicht gezwungen, über jeden seiner Schritte Rechenschaft abzulegen. Anafi Zidat gewährte ihm darüber hinaus mehr Freiheiten, als seiner Sexualität zu einem starken Gefühl des Bedauerns führte, doch nicht lange. Schon bald empfand er Erleichterung darüber, sich nicht mehr mit diesen sonderbaren Balz-Ritualen beschäftigen zu müssen. Lecure kehrte in das Mannschaftsquartier der Tioforen zurück und meldete sich bei Xomot dienstbereit. Was hast du über den tefrodischen Agenten in Erfahrung gebracht? fragte sein Karadok. Ev Potenen ist ein interessanter Mann. Er gehört zum innersten Kreis der Sicherheitsberater von Vetriss Molaut. Ich möchte in den nächsten Tagen weiterhin an ihm dranbleiben und akzeptiert. Lecure schaute den Karadok verwundert an. Er hatte mehr Widerstand erwartet. Diese Angelegenheit verläuft komplizierter, als ich gedacht hätte, sagte Xomot. Ich kenne die genauen Hintergründe nicht, aber Akushai hat befohlen, dass wir einige Planeten Wochen auf diesem Drecksklumpen verbringen müssen. Die Rolle der Tefroda in seinen Plänen scheint wichtiger zu sein, als ich bisher Annahmen. Was bedeutet das für mich? Du kümmerst dich um diesen Ev Potenen und bleibst auch für mich so gut es geht verfügbar. Ich brauche jemanden, der sich um die Betreuung unserer Leute auf Tefro kümmert. Ich habe Pflichten an Bord der Kippa Kottner. Urkale fordert von mir, dass ich mich weiter im Katjufat umsehe und lerne, oder willst du, dass ich nur mangelhaft auf meine zukünftige Arbeit vorbereitet werde. Doch Kala ist alt. Wer weiß, wie lange er noch als Orakel der Kippa Kottner dienen kann. Xomot war anzusehen, dass er mit sich rang. Er wollte ihn in seiner Nähe haben. Er mochte ein guter, wenn nicht gar hervorragender Karadok sein. Doch er hatte sich mit Akushai auf eine Auseinandersetzung Also schön, du wirst mit einigen anderen Besatzungsmitgliedern an Bord der Kippa Kottner gehen. Während sie sich vom planetaren Aufenthalt erholen, wirst du Urkale unterstellt. Übermorgen meldest du dich hier zurück zum Dienst. Ich will kein Wort davon hören, dass dir diese Doppelgleisigkeit zu viel werden könnte. Du bist Orakel Page der Kippa Kottner, einem der ruhmreichsten Sterngewerke der Banner Kampagne in der Milchstraße. Ich fordere von meinen Leuten, dass sie stets die besten Leistungen erbringen. Verstanden? Verstanden, Karadok. Lecore hatte die verklausulierten Hinweise aus der kleinen Ansprache Xomots herausgehört. Der Kommandant erwartete von ihm, dass er sich auch weiterhin mit Plänen beschäftigte, die schwächen Akkuscheiß aufdeckten. Xomot war nicht für übermäßige Geduld bekannt. Irgendwann würde er seine Ambitionen öffentlich bekannt geben, neuer Tomka Karadok werden zu wollen. Lecore kehrte an Bord der Kippa Kottnall zurück, meldete sich bei Urkale und bat um Erlaubnis, weitere Spaziergänge im Katju Fahrt unternehmen zu dürfen. Selbstverständlich, sagte das alte Orakel Gedanken versunken, mach deine Erfahrungen. Es wird ohne dies Zeit, dass du mehr und mehr Eigenständigkeit gewinnst. Ich lasse dir freie Hand. Aber achte bei allem Enthusiasmus dennoch gut auf Meuzin. Der Ösig ist alt und darf nicht überfordert werden. Sollte ihm etwas geschehen, mag es sein, dass dich auch dein Körper im Stich lässt und dich im Katju Fahrt nicht mehr zurecht findest. Das weiß ich, Orakel. Lecore verabschiedete sich hastig und zog sich in sein kleines Zimmer zurück. Wie froh er doch war, endlich Ruhe zu finden, entspannen zu können, die Gedanken frei schweifen zu lassen. Wie hatte es bloß passieren können, dass das Templat F. Potennens nicht vollständig gewesen war. Er hatte neuronale Verbindungen und damit Erinnerungen ausgespart und war damit nicht komplett gewesen. Von daher hatten gewiss auch die Kopfschmerzen gerührt, die nun weggewischt waren, seit er in die Rolle Taks Mappus zurückgerutscht war. Lecore holte Meuzen aus seinem Transportbehälter und setzte ihn sachte ab. Meuzen wirkte schläfrig, seine Flügel zitterten, doch als Lecore dem Üssig sachte über die Flügel streichelte, kehrten dessen Lebensgeister zurück. Lecore zog die Orakelbrünne über, tastete in seinem Geist nach dem Sechster Dimmbanner der Kipperkottenahl und machte sich bereit für den Übertritt. Da war ein Ort, der ihn interessierte und den er unbedingt noch mal besuchen wollte. Kapitel 9 Er war Attila Lecore. Er kam am Strand zu sich. Mit jedem Besuch fiel es ihm leichter, sich aus der kristallinen See zu hieven und einige Schritte landeinwärts zu gehen. Er meinte, einige Wesen, die in das Katjufat eingegangen waren, einzeln zu spüren. Ihre Bewusstseinsinhalte drückten so etwas wie Freude oder gar Begehren aus. So winzig sie sein mochten angesichts der Breite des Strandes, sie ließen ihn wissen, dass sie ihn wiedererkannten. Sie verlangten, dass er seine Aufgabe erfüllte, dass er sie auf ihrem Weg geleitete, ihnen einen bestimmten Rhythmus vorgab. Zögerlich folgte Lecore dem Wunsch. Es fühlte sich nicht sonderlich gut an, was er tat, also brach er den Versuch rasch wieder ab. Zur Enttäuschung all der Wesen in Torus I kümmerte er sich nicht weiter um sie. Er ging höher an Land und achtete so intensiv wie möglich auf seine Sinnes Empfindungen. Er suchte, was er bei seinem letzten Besuch entdeckt hatte hatte diesen Hohlraum diese Leere das Nichts das es gar nicht geben durfte. Lecore fand sich schnell zurecht. War das Gelände beim vorherigen Versuch durchlässig gewesen, wirkte die Kristallsand Masse nun kompakt und doch er ertastete das Nichts. Noch konnte er seinen Ort nicht exakt bestimmen. Es fehlte ihm ein Bezug, ein Koordinatensystem. Wie würde es dort drin sein? Was erwartete Lecore in der Leere? Er fühlte einen Sog, der ihn zurück in seinen Körper zwingen wollte. Mit aller Kraft kämpfte er dagegen an und fand Halt in diesem einen ganz wichtigen Bindeglied zwischen Realität und dem körperlosen Dahintreiben im Katjufat. Es war Meutzen, der sich an ihn lehnte. Nein, eigentlich war es Lecore, der sich mit aller Vehemenz gegen den so winzigen Üsek drängte, es war eine Umkehrung aller Wahrscheinlichkeiten, aller Regeln, aller Naturgesetze. Es gelang ihm mit Leichtigkeit, sich im Katjufat zu verankern. Die Schärfe seiner Wahrnehmungen war enorm gesteigert, dank der Ruhe und der Gewissheit, die von Meutzen auf ihn übergingen. Da war die Höhle. Sie befand sich in einem Randbereich zwischen erstem und zweitem Torus. Ihre Größe ließ sich nicht so ohne weiteres feststellen, doch sie würde wohl reichen, um ihn aufzunehmen. Sollte Lecore es riskieren? Die Verlockung war zu groß, zumal die Trostreichen den Raum nicht wahrnahmen. Sie trieben am Zugang vorbei und merkten dabei selbst nicht, dass sie abgedrängt wurden. Lecore nahm sich ein Herz und tauchte ein. Er fühlte sich entspannt wie niemals Freiheit bot sich als schützendes Refugium an, in das er sich jederzeit zurückziehen konnte, wenn ihm all die Bewusstseinsstimmen im tophat zu viel wurden. Dann ließ er seinen Geist ruhen und tat nichts, dachte nichts, war nichts. Es war die absolute Stille des Todes, die Lecore im Refugium genoß und die ihm die Kraft gab, seine Forschungen im tophat nach kurzen Phasen der Erholung rascher als erhofft weiter voranzutreiben. Beinahe wäre es ihm gelungen, bei seinen Wanderungen über die Ebenen der Kristallstrände in die dahinterliegenden Tori vorzudringen. Doch die Trostreichen standen ihm im Weg. Je stärker Lecore drängte, desto intensiver wurde der Widerstand der roboterhaften Geschöpfe. Sie schlängelten durch die Sandlandschaft und überwachten die Einhaltung aller Regeln. Immer wieder erregte er ihre Aufmerksamkeit. Einmal gelang es ihm erst im allerletzten Augenblick in die Sicherheit des Refugiums zu schlüpfen. Torus Drei ist für die Ahnen bestimmt, sagte er sich, als er wieder einmal Pause machte und meinte, einen Körper sowie eine Stimme zu besitzen. Torus Vier ist der Schimmer, Torus Fünf bis Sieben sind ... sind ... Es fehlten ihm die Worte für das, was in diesen Bereichen des Katjufats steckte. Lecore schaffte es nicht, seine Gedanken festzuhalten oder zu erahnen, was in diesen tiefen, in sich verschlungenen Bereichen verborgen blieb. Also belies er es dabei, sie die Namenlosen Tori zu nennen. Trotz vereinzelter Fehlschläge brachte er mehr und mehr über das Katjufat in Erfahrung. Die Stimmen der Verstorbenen flüsterten ihm Wissen zu, so wie sie es selbst über verschlungene Wege aufgeschnappt hatten. Sie fütterten Lecore mit Halbwahrheiten, Vermutungen und Gerüchten, so lange, bis sich alles zu Tatsachen vermengte und er ein kleines Stück mehr über das sechstimensionale Geistesgebilde wußte. Das Katjufat ist ein Fortleben, faßte er seine Erkenntnisse zusammen, als er das nächste Mal in seinem Refugium saß. Ein Fortexistieren, das genauso real ist wie jenes Leben, das wir davor führen. Allerdings ist es weitaus komplexer. Der Alterungsprozess findet bloß marginal statt. Stattdessen wachsen die mentalen Komponenten zu einer Gemeinschaftsintelligenz zusammen. Er meinte, den Hall seiner Stimme in diesem Tiefschwarz zu hören und wußte gleichzeitig, dass er eine Einbildung unterlag. Das Nichts war allumfassend. Es gestattete Lekore lediglich, bei sich selbst zu bleiben und sich als Einzelwesen wahrzunehmen. Die wahre Aufgabe eines Orakels ist, das Verhältnis der Raumzeit im Inneren des Katjufats mit der in der sogenannten Realität zu synchronisieren. Das tun Urkale und die Orakel in allen anderen Sterngewirken. Das ist der Sinn des Taktes, den meinesgleichen vorgibt. Die Orakel befahlen den mentalen Komponenten im Katjufat zu schwingen. Sie gaben den Herzschlag vor, sodass die Massen zu einem Einklang fanden. Aber wozu? Was geschieht in den tiefer oder dahinterliegenden Tori mit den mentalen Komponenten? Wuchsen sie zu dem heran, was vielfach als Superintelligenz bezeichnet wurde? Lekore war schrecklich müde. Er wollte zurück in die Realität. Doch diese Schwerze hatte viel anzubieten. Wann war er das letzte Mal so glücklich gewesen? An diesem Ort, den es eigentlich nicht gab, durfte er das sein, was er wollte. Er war pure mentale Substanz und benötigte kein Erscheinungsbild. All der Druck, etwas darstellen zu müssen, was andere Lebewesen erkannten und verstanden, fiel weg. Wenn er bloß immer bleiben könnte. Doch das ging nicht. Lekore hatte Pflichten zu erfüllen. Ein weiterer Durchbruch gelang, als er wieder einmal die Grenzen zum Torus 3 zu durchdringen versuchte, kläglich scheiterte und sich in sein Refugium zurückzog. Womöglich ging während des Versuchs Wissen auf ihn über. Lekore wußte es nicht zu sagen. Er spürte, dass die Schwerze es ihm erlaubte, neue Grenzen zu überschreiten. Solche, die ihn bislang im Rahmen des Sechster-Dimbanners der Kippa Kottnall festgehalten hatten. Der kristalline Sand, den er hinlänglich kannte, reichte nach allen Richtungen weiter, als er es jemals geglaubt hätte. Es gab Verbindungen zu anderen Bannern, zu anderen Teilen des Katjufats. Der Gedanke war elektrisierend. Wie würde es sein, wenn sich die kristallinen Mengen bei einer Zusammenkunft aller Sterngewerke vereinten? Bedeutete dies das so sehnlich herbeigewünschte Ende der theuphorischen Reise, die Sammlung? Lekore fand wenig Antworten, aber umso mehr Fragen. Durch Sichtfenster blickte er aus seinem Refugium in die Sechster-Dimbereiche anderer Sterngewerke. So schaffte er Informationen herbei, an die er sonst niemals gelangt wäre. Lekore erfuhr viel, wenn nicht alles, über die familiären Verhältnisse Akkoscheis und pikante Details über das Leben des Karadok, der Ullütaxo. Auch die Strukturen eines lächerlichen Geheimbundes niedriggestellter Theoporen zeigten sich ihm ganz offen. Und er bekam einen Namen zugeflüstert, nachdem er intensiv gesucht hatte. Er lautete Deknotai. Der inhörige Theophore war für die Kontrolle des Tamagat verantwortlich. Lekore erinnerte sich. Er hatte den Mann bereits an Bord des Zubringers gesehen. Er hatte kühl und überlegen gewirkt. Er hielt sich bereits länger im Helitas-System auf. Er war der Schlüssel, den er benötigte, um weitere Rätsel rings um Vetrismolauts Zusammenarbeit mit den Theophoren aufzuklären. Die Repräsentanten der Fünf-Stern-Gewerke waren also keineswegs die ersten Theophoren, die Tefur besuchten. Und die ganz offizielle Begrüßung Akkoscheis durch Vetrismolaut mit ihren diplomatischen Provokationen und dem Konter des Tomka Karadok war nichts gewesen als eine Inszenierung für die Thephrodischen wie die Theophorischen Untertanen. Wie es wohl Perirodan vor kurzem auf dieser Welt ergangen war. Er kehrte an Bord einer Kriegskapsel zurück nach Thephor. Er war bloß zwei Tage weg gewesen und dennoch hatte sich einiges in Absuma verändert. Die Theophorische Präsenz hatte sichtbar zugenommen. Noch beschränkte sich die Anwesenheit der Krieger auf einzelne Bereiche im Nordwesten der Stadt und noch wurde in den hiesigen Medien nur Verhalten darüber berichtet. Doch Lekore kannte die Mechanismen der Manipulation nur zu gut. Das Volk der Thephroder wurde subtil auf ein Bündnis mit den Theophoren vorbereitet. »Wir sollen uns ruhig verhalten,« meint Akkoschei, »wir dürfen uns nicht provozieren lassen. Wer gegen die Regeln verstößt, wird schwer bestraft und wir müssen im Schichtdienst auf diesem Erdklumpendienst tun.« Einer von Lekores Begleitern auf dem Weg hinab nach Thephor hieb, heftig gegen den Rahmen des Schotts, vor dem er auf das Landesignal wartete. Ein Lichtgewitter fuhr über seine Kriegsbrünne. »Der Atomka Karadok muss den Verstand verloren haben.« »Er weiß sehr wohl, was er zu tun und zu lassen hat,« widersprach Attila Lekore. »Du bist der Orakelpage der Kippa Kottnall nicht wahr.« »Erwartest du, dass ich vor dir in Ehrfurcht erstarre?« Der Krieger wandte sich ihm zu. Die Atemschlitze öffneten und schlossen sich in rascher Abfolge. Er hatte sich kaum noch unter Kontrolle. Lekore gab sich unbeeindruckt. »Du bist auf Kampf und Ruhm und Ehre aus, Mann, aber diese Bannerkampagne verläuft ein wenig anders als jene in Fariske Eregon.« »Weil wir einen unfähigen Tomka Karadok haben.« Erneut hieb der Krieger gegen den Metallrahmen des Schotts. »Er missgönnt uns den Spaß und die Herausforderung des Kampfes.« »Du musst dich gedulden.« »Die Schlacht gegen die Terraner wird kommen. Dann kannst du all deine Talente beweisen. Und vielleicht gelangst du dann zur Inhörigkeit. Das ist es schließlich, was du vermisst, nicht wahr?« Der Krieger starrte ihn an. Wütend, kaum beherrscht, mit angespannten Muskeln. Er war dampfig. Sein Kriegsbukett machte sich breit und füllte den Raum aus. »Lass es bleiben!« sagte einer seiner Kameraden und packte ihn an der Schulter. »Der Orakelpage hat recht. Wir werden die Chance bekommen, uns im Kampf zu beweisen. Und jetzt machen wir, dass wir von Bord kommen. Angeblich wurden im Quartiergelände provisorische Trainingsarenen errichtet. Dort kannst du dich gerne an mir messen, Kleiner.« Der neu hinzugekommene Tiofore schob seinen Partner durch die sich öffnende Schleuse hinaus ins Freie. Etwa ein Dutzend Krieger trottete ihm hinterher. Allesamt waren sie wenig begeistert davon auf, Tee vor Dienst tun zu müssen. Lekore ging ihnen hinterher. So aggressiv einzelne Tioforen sein mochten, sie würden sich nicht gegen den Befehl des Tomka-Karadoc stellen. Sie waren handverlesene Spezialisten, die für den längeren Aufenthalt auf einem Planeten geeignet waren und nur ab und zu Dampf ablassen mussten. Und wenn er einen Anlassfall für einen Zwist zwischen Tioforen und Teefrodern konstruierte, würde er Terra damit nicht einen riesigen Gefallen tun? Die Teefroder würden sich ein für alle Mal auf die Seite der LFT stellen, während die Tioforen in weitere Auseinandersetzungen verwickelt würden. Nein, der Preis war viel zu hoch. Dieses Vorhaben hätte die Vernichtung Tephors nach sich gezogen und damit den Tod von Milliarden von Lebewesen. Lekore trat aus dem Schatten der Kriegskapsel. Ein planetengebundener Gleiter wartete auf sie. Er würde sie ins Hauptquartier der Tioforen in Absuma bringen. »Du warst lange weg«, sagte Xomot mit bedrohlich leiser Stimme. »Zu lange.« »Ich war im Katjufat, Karadoc. Diese Aufenthalte lassen sich nicht einfach so steuern.« »Manchmal habe ich dich im Verdacht, ein eigenes Spielchen zu spielen, Pakuathexmapu. Die Rolle als Orakelpage gewährt einem wie dir viel zu viel Eigenständigkeit.« »Einem wie mir?« Wiederholte Lekore. »Wie ich bereits einmal sagte, du bist mir zu schlau und zu sehr interessiert an den Vorgängen im Diesseits.« »Bis jetzt hattest du nichts dagegen, dass ich dich bei deinen kleinen Intrigen unterstützte. Solange ich mir sicher sein kann, dass du auf meiner Seite stehst, werde ich deine Fähigkeiten und dein Wissen selbstverständlich nutzen.« Die Drohung war unverhohlen. Der Karadoc schöpfte Verdacht. Noch blieb er vage und nicht zielgerichtet. Doch Lekore wusste, dass er sich stärker in Acht nehmen musste, ausgerechnet in einem Moment, da er der Lösung aller Rätsel rings um Vitrismolaut ein gutes Stück näher gekommen war. Der Theophore Deknotai hielt sich, wie Lekore rasch herausfand, seit mehreren Wochen auf Tevor auf. Er hatte den Boden bereitet für jenen Pakt, der so rasch wie möglich zwischen den beiden Völkern geschlossen werden sollte. Deknotai galt nicht nur als durchtriebener Taktiker, sondern auch als planetenimmun. Es machte ihm nichts aus, längere Zeit auf einer Welt zu verbringen, ohne das übliche Gefühl der Übelkeit und des Widerwillens zu verspüren. Viele Theophoren betrachteten ihn als Aussätzigen. Doch niemand wagte es, diese Worte offen auszusprechen, denn Deknotai war gleichermaßen ein gefürchteter Kämpfer, dessen Inhörigkeit als besonders gefestigt galt. »Und was willst du von mir, Taksmapu?« fragte der Planetenimmune. Unruhig fummelte er am Kragen seiner Uniform herum. Die Kriegsbrünne hatte er ausgezogen, sie lag griffbereit neben ihm. »Ich habe dich um dieses private Gespräch gebeten, weil ich Probleme mit meinem Karadok habe.« Lekore improvisierte. »Er steht Akushai misstrauisch gegenüber und würde lieber heute als morgen seinen Platz einnehmen.« »Für derartige Angelegenheiten gibt es interne Kontrollinstanzen. Du solltest wissen, dass ich ausschließlich für die Verhandlungen im Bereich des Tamagat zuständig bin, also belästige mich nicht länger.« Lekore trat näher an sein Gegenüber heran. Deknotai war nicht frei von Eitelkeiten. Er saß auf einem thronartigen Stuhl und blickte ihn von oben herab an, als würde er ihm eine Audienz gewähren, und das in den privaten Räumlichkeiten des hochdekorierten Tioforen. »Du bist, wie du selbst, sagst, die höchste Autorität unseres Volkes auf Tee vor. Ich war es, bis Akushai landete. Und du bist so unabhängig, wie man nur sein kann. Ich möchte, dass du mir Ratschläge gibst.« »Jetzt habe ich genug von diesem Gewäsch!« Deknotai hieb mit der Faust gegen die Lehne seines Stuhls. »Was willst du wirklich, Orakelpage?« »Auseinandersetzungen und Intrigen sind wichtige Teile unserer Kultur. Wir wachsen daran und spornen uns zu Höchstleistungen an, indem wir versuchen, besser als andere zu sein. »Und jetzt verschwinde!« Lecore griff an. Er sprang auf Deknotai zu, packte ihn am Hals, zerriss mit der anderen Hand seine Nasenschlitze, riss ihm das Gewebe bis zur Stirn auf, schlug mehrmals zu. Er musste diese Angelegenheit ohne Waffen erledigen. Er hatte seinen Strahler in seinem Quartier zurückgelassen. Deknotai war gut geschützt. Lecore war auf dem Weg hierher mehrmals kontrolliert worden. Der inhörige Theophore schrie. Es war mehr Wut als Schmerz in seiner Stimme. Er war kräftig gebaut und überwand die Überraschung viel schneller, als Lecore gehofft hatte. Er stieß ihn mit beiden Händen von sich, kam auf die Beine, sprang auf ihn zu, deckte ihn mit einer Serie kräftiger Schläge ein und presste ihn zu Boden. Lecore hatte den Gegner unterschätzt. Er hätte den Vorteil des Überraschungsmoments besser ausnützen müssen. Er hätte weitere Schläge, weitere Pein. Lecore dachte zu viel nach. Er musste handeln, durfte nicht auf terranische Handlungsschemata vertrauen, sondern musste wie ein Tiofore kämpfen, auch wenn er bloß ein Orakelpage war. Er wusste, wie er sein Gegenüber in Not bringen konnte. Ein kräftiger Hieb in die Magengrube, ein wuchtiger Stoß mit dem Knie in den Unterleib. Keine Rücksichtnahme, kein Erbarmen. Der Knotype grunzte bloß und hielt ihn weiter umklammert. In seinen Augen zeigte sich Freude an der Situation. Sogar blutend und mit schwer verletzten Nasenschlitzen und darunterliegenden Schleimhäuten. »Du kleiner Planetendreck! Dir werde ich's zeigen!« Lecore hörte nicht zu. Er konzentrierte sich auf die Schläge, die er seinem Gegner verabreichte. Er setzte die letzten Kraftreserven und Verzweiflung in die Hiebe, alles, was in ihm steckte. Lange konnte er den Druck auf seinen Gegner nicht mehr aufrechterhalten. Der Knotype saß mit all seinem Gewicht auf ihm und drückte ihn nach hinten. Er wollte ihm die Luft aus dem Leib pressen, mit sadistischer Freude an dieser Auseinandersetzung. Lecore gab dem Druck abrupt nach, ließ den Oberkörper nach hinten fallen und warf sich mit aller verbliebenen Kraft wieder nach vorne. Er rammte den Kopf ins verwüstete Gesicht seines Gegners, ins blutige Nass der zerrissenen Nasenschlitze. Deknoty schrie auf. Sein Griff lockerte sich ein wenig. Genug für Lecore, um sich aus der Umklammerung zu befreien, den Tioforen von sich zu stoßen und sich seinerseits auf ihn zu werfen. Lecore drückte Deknoty seine Rechte auf den schmalen Mund und drückte zu. Luft- und Blutblasen entwichen aus dem zerstörten Rest der Nasenschlitze. Obwohl sich Deknoty mit aller Vehemenz wehrte, schaffte es Lecore auch, die blutige Masse zu bedecken. Er drückte so fest wie möglich zu, raubte seinem Gegner die Luft. Nun das Wichtigste. Er blickte den inhörigen Tioforen an, so wie es nur Koda Arathia vermochten. Er durchleuchtete ihn, kopierte sein Wesen und erzeugte ein Templat. Es musste rasch gehen und dennoch gründlich erfolgen. Als sich Lecore sicher war, den Gegner in seiner Gesamtheit erfasst zu haben, holte er kurz mit der Rechten aus und schlug ein letztes Mal und mit aller Wucht gegen die Mitte des Gesichts. Knochen brachen. Splitter fuhren Deknoty ins Gehirn. Der Tiofore war auf der Stelle tot. Lecore richtete sich keuchend auf. Er schaffte es irgendwie, auf den Beinen zu bleiben und sich auf die weiteren Schritte seines Handelns zu konzentrieren. Die Wandlung geschah rasch und problemlos. Bald hatte er Aussehen und Form Deknotys angenommen. Erinnerungen sowie Erfahrungen strömten auf ihn über. Lecore wurde, wieder einmal, zu einem anderen Wesen, zu einem, dessen letzte Gefühle noch in seinen Gedanken mitschwangen. Er war voll Kampfeswut gewesen, hatte das Kriegsbukett ausgedampft. Dann war die Resignation gekommen, die Erkenntnis, dass dieses eine Leben zu Ende ging. Angst vor dem Tod war keine in Deknoty gewesen. Ganz im Gegenteil. Der Tiofore hatte sich auf den Übergang gefreut und auf das, was ihn im Katjufat erwartete. Das Katjufat. Lecore fühlte eine plötzliche Sehnsucht danach. Er wollte in sein Refugium zurückkehren und die namenlose Schwärze genießen, frei von all den Kämpfen und Sorgen und Ängsten. Dazu war später Zeit. Im Augenblick hatte er zu tun. Er musste die Leiche des eigentlichen Deknoty beseitigen, alle Spuren des Kampfes verwischen und sich konzentriert mit dem Gedächtnisinhalt seines neuen Geistes auseinandersetzen. Lecore machte sich an die Arbeit. Es waren ungeheuerliche Dinge, die er in Erfahrung brachte. Seine theuphorische Seite war von der Perfidie angetan, mit der Vetrismolaut seit offenbar geraumer Zeit erpresst wurde. Der Terraner in ihm hingegen war erschüttert. Er musste finale Beweise haben. Er musste es ins Gesicht gesagt bekommen, was die Theuforen trieben und wie sie den Tamaron für sich vereinnahmten. Darüber hinaus brauchte er Informationen, was diese andere Sache betraf. Er sah sich in Deknotys Raum um. Die Spuren des Kampfes waren beseitigt, die Leiche vorerst versteckt. Er öffnete eine Holo-Verbindung zum diensthabenden Sicherheitsoffizier. Noctak, ich möchte den Tamarons sprechen, umgehend. Der großgewachsene Krieger, der seine Kriegsbrünne als Zeichen der Dienstbereitschaft trug, meldete sich augenblicklich. Es ist weit nach Mitternacht auf diesem Drecksplaneten. »Vetris Molaut wird wohl kaum begeistert sein.« »Wie wir wissen, schläft der Tefroder recht wenig. Ich bin mir sicher, dass er wach ist und über Plänen grübelt, wie er uns übervorteilen kann. Also mach schon.« Er unterbrach die Verbindung und wartete gespannt. Bereits nach wenigen Minuten erhielt er die Bestätigung, dass Vetris Molaut ihn empfangen würde. Im Vektor. In diesem ganz besonderen Teil des Sterns von Absuma, der selbst für die Tioforen immer wieder neue Geheimnisse bereithielt. Lecore zog die Kriegsbrünne über und besann sich der Inhörigkeit, die er von Deknotai übernommen hatte. Sie ließ ihn die Umgebung intensiver wahrnehmen. Alle Sinnesrezeptoren waren geschärft, seine Instinkte ebenso. Er war wie ein Raubtier, das darüber hinaus über hochtechnologische Werkzeuge verfügte und über einen so klaren Verstand, und dass kaum ein anderes Geschöpf ihm gleichwertig war. Lecore verließ das Quartier und versiegelte es. Niemand würde es in seiner Abwesenheit betreten können. Noctag erwartete ihn bereits. Der Untergebene deutete einen kurzen Gruß an. Da war kein Misstrauen in seinen Blicken oder in seinem Verhalten. Kein Wunder. Lecore war zu Deknotai geworden. Wie hat der Tamaron es aufgenommen, dass ich ihn um diese Zeit sprechen wollte? Er war völlig unbewegt. Er hat sich wie immer ausgezeichnet unter Kontrolle. Ich schätze ihn. Auch wenn er ein Planetengeborener ist und naturgegebene Benachteiligungen hat, gibt er dennoch einen bemerkenswerten Verhandlungspartner ab. Würden wir den Druck ein wenig erhöhen, bräche er zusammen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein gebrochener Tamaron, Noctag. Nimm deinem Gegner niemals alles. Lass ihm gerade so viel Hoffnung, dass er meint, sich schließlich aus der Enge, in die du ihn getrieben hast, befreien zu können. Denn dann wird er weitermachen. Ein gebrochener Mann hingegen ist ein wertloser Mann. Sein Adjutant schnaufte zustimmend. Du verstehst es, diese Planetenwürmer zu überzeugen. Ihr Quartier befand sich nur wenige Kilometer vom Stern von Absuma entfernt. Ein Gleiter mit dem herrschaftlichen, tephrodischen Signum erwartete sie und brachte sie auf direktem Weg in den Vektor. In diesem Gebäude wurde seit einigen Jahren Geschichte geschrieben, die auf alle Völker der Milchstraße Auswirkungen hatte. Noctak wurde an einer der Kontrollen zurückgewiesen. Lekore allein brachten tephrodische Wächter vor Vetrismolaut. Lekore wartete geduldig, bis der letzte Bewaffnete den Raum verlassen hatte und dann darauf, dass der Tamarond das Gespräch begann. Also schön, sagte Vetrismolaut. Was ist so wichtig, dass du mich mitten in der Nacht sehen musst? Ein Gespräch unter Freunden. Willst du dich über mich lustig machen? Wir werden niemals Freunde werden, ihr und ich. Dazu vertreten wir viel zu unterschiedliche Positionen und Ansichten. Was ihr tut und vorhabt, ist mit meinen moralischen Werten unvereinbar. Wir wissen beide, dass du Dinge getan hast, für die du in großen Teilen dieser Sterneninsel gehasst wirst. Ich habe eine Vision, Theophore. Ich möchte dem lemurischen Gesamtvolk den ihm zustehenden Platz in der Geschichtsschreibung verschaffen. Weder ihr noch die gegenwärtige terranische Führung noch Angehörige des atopischen Tribunals werden mich daran hindern, denn hinter mir steht eine Idee, die so vital und allgegenwärtig ist, dass sie niemals beseitigt werden kann. Momentan sieht es so aus, als dass du uns verpflichtet bist. Ich sage dir, dass du springen sollst und du tust es. Bist du deshalb hierher gekommen, um mich zu demütigen? Dann war es vergebliche Liebesmüh. Wir haben die Grenzen abgesteckt. Ich werde gewisse Dinge tun und diese erzwungene Partnerschaft akzeptieren, aber es gibt Bereiche, über die ihr niemals verfügen werdet. Der Tamaron blieb erstaunlich beherrscht. Lecore kannte außer Monkey keinen Unsterblichen, der sich derart gut im Griff hatte, nicht Rodan, nicht Adlan und erst recht nicht Reginald Bull, wo immer der sich derzeit aufhielt. Wir verfügen über dein kleines Balk und deshalb wirst du alles tun, was wir von dir wollen. Der Tamaron schwieg. Ein Fehler von dir. Eine falsche Bewegung. Die Kontaktaufnahme mit den Terranern, ein Hilferuf, eine Andeutung. Nur eines davon führt dazu, dass wir Saljana von hier fortschaffen, nicht um sie zu töten. Nein. Sie wird leben. Sehr lange. An Bord eines Sterngewerks. Du machst dir keine Vorstellung, was sie alles erwartet, Makaran. Ich bin Verluste gewöhnt, sagte Vitresmolaut. Erstmals zitterte seine Stimme. Ich musste eine harte Schule durchlaufen und habe grässliche Dinge erlebt. Ich weiß, dass die schlimmsten Schrecknisse einem nicht von außen aufgezwungen werden, sondern in einem selbst stecken. Fast hatte Lecore Leid, dieser tephrodische Tyrann. Ihm war einiges über sein Schicksal bekannt, über seine bittere Jugend, die Ermordung seiner Eltern, die Krankheiten und die mühevolle Genesung. Doch seine Leidensgeschichte hatte ihn erst zu dem gemacht, was er heute darstellte. Es war so schwer, Vitresmolaut nach Begriffen terranischer Ethik zu beurteilen, zumal Lecore in den letzten Tagen mit den unterschiedlichsten Auffassungen von Moral zu tun gehabt hatte und sich ungemein schwer tat, zu beurteilen, wer Recht hatte. Der Terraner in ihm? Der Tefroder? Der Theophora? Lecore besann sich seiner Rolle. Ich bin hier, weil mir Gerüchte zu Ohren gekommen sind. Solche, die deine Position den Terranern gegenüber betreffen. Also wollte ich dich daran erinnern, dass wir stets in deiner Nähe sind. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Machst du Unsinn, werden die indoktrinierten Technoskorpione, die sich derzeit um Saliana kümmern, dafür sorgen, dass die Kleine per Transmitter auf das Sterngewerk Xoinatiu transportiert wird. Dort wird man sie nach einer ausführlichen Behandlung in das Sechster dem Banner des Schiffs eingliedern. Ich weiß. Betris Mollaut knirschte vernehmlich mit den Zähnen. Ein Kind, das gerade mal zu sprechen lernt, versteht nur schwer, was es im Katjophat erwartet. Ein tefrodisches Balg wie deines würde unendlich leiden. Und du wärst schuld daran. War es das, Deknotai? Ist das alles, was du mir zu sagen hattest? Oh nein, Betris Mollaut, ich hätte noch viel mehr zu erzählen, aber ich traue dir nicht und ich weiß nicht, was von hier aus an die Ohren anderer Theophoren gelangt. Große Teile des Sterns von Absuma sind von Indoktrinatoren befallen. All die Technik ringsum wurde im Sinne der Theophoren umgepolt. Ich kann mich dir nicht anvertrauen. Nicht jetzt, nicht hier. Aber ich werde dir einen Gefallen tun. Ich werde mich darum kümmern, dass der größte Trumpf der Tefrodor nicht in die Hände der Theophoren gelangt. Auch wenn du über das, was ich vorhabe, ganz andere Ansicht sein wirst. Ich werde deine Tochter retten. Und Assan Asul. Ja, das ist alles, Betris Mollaut. Wir sehen uns wieder. Irgendwann. Wenn du es am wenigsten erwartest. Kapitel 11 Er war F. Potenen. Deknotai bekam eine Ruhepause. Lekore schickte ihn für einige Tage auf diplomatische Reisen in andere Bereiche des tefrodischen Sternenreichs. Niemand schöpfte Verdacht. Selbst Noctak nicht. Lekore wusste aus den im Templat abgelagerten Gedächtnisinhalten Deknotais, dass der Theophore für seine Eigenmächtigkeiten berüchtigt war. Selbst der Tomka Karadok hatte sich an sein Verhalten gewöhnt, zumal er ausgezeichnete Arbeit ablieferte. Deknotai ging, F. Potenen tauchte auf der Bildfläche auf. Er nutzte seine vorwiegend weiblichen Kontakte und fand bald die notwendigen Hinweise, um Assan Asuls Spur aufzunehmen. Der Mutant galt als große Unbekannte, über die kaum etwas bekannt war. Er war ein Parakonfigurator, der die Gaben anderer Mutanten blitzschnell annehmen und für sich nutzen konnte. Darüber hinaus verfügte er über eine zweite Besonderheit, über die niemand reden wollte. »Du schuldest mir etwas, F.,« sagte Anafizidat, schob sich nahe an ihn und reichte ihm einen Daten- und ID-Chip, einen, der Lekore nahe an Assan Asul heranbringen würde. Sie trug Reizwäsche. Eine über die Beine gesprayte Schicht feinsten Nylons, die elektrostatische Effekte auslöste. Rieb sie die Schenkel aneinander, entstanden winzige Blitze in ihrem Schritt, die sich je nach Grad ihrer Erregung verstärkten. F. Potenen konnte diesem Accessoire durchaus etwas abgewinnen, aber nicht diesmal. »Danke dir, Anafi!« Er küßte sie sachte auf den Hals. »Ich werde mich erkenntlich zeigen, versprochen, ein anderes Mal.« »Ein anderes Mal?« Sie verstärkte den Reibeeffekt. Die Blitze kitzelten Lekores Hosenbeine. »Und ich kann dich nicht davon überzeugen, dass du deine Reise ein wenig später antrittst?« Er verließ rasch Anafizidats Büro, um nicht zu sagen, dass er die Flucht antrat. Die Promiskuität F. Potenens bereitete ihm gehörige Schwierigkeiten. Da war ihm das Zwitterdasein als Orakelpage deutlich lieber. Die Insel Porrolam lag als eine der vielen Inseln in der äquatorialen See. Porrolam war klein und kaum bewohnt. Nur Angehörige des Geldadels und einige alteingesessene Bewohner erhielten eine Landeerlaubnis auf dem Eiland. Der zentrale Gleiterhafen war winzig, die wenigen Häuser unter wuchrendem Grün verborgen, überall wuchsen exotische Blumen. Die Insel wirkte wie aus der Zeit gerissen. Nirgendwo waren Hektik und Unruhe zu bemerken. Die Anwesenheit der Tioforen auf Tefor nahm auf das Leben auf Porrolam keinerlei Einfluss. Lecore näherte sich dem einsam dasitzenden Tefroder, der auf einer kreisrunden Holzplattform saß und flache Steine auf den See hinauswarf. Seine Beine hingen ins Wasser. »Ich hätte mich gefreut, ein wenig länger Ruhe vor euch zu haben«, sagte Asan Asul, ohne sich umzudrehen. »Das Leben ist nicht überall so beschaulich wie hier«, entgegnete Lecore. »Darf ich mich zu dir setzen?« »Ich kann es dir nicht verbieten.« »Dies ist eine freie Welt«, »so sagt man zumindest.« Lecore nahm neben dem Mutanten Platz. Er griff nach einem der Steine und schleuderte ihn von sich. Er klatschte viermal auf, bevor er in den Fluten versank. »Anfänger!« Asan Asul grinste müde, nahm den nächsten Stein und warf aus dem Handgelenk. Erst nachdem er zwanzigmal oder öfter auf der Wasseroberfläche aufgeprallt war, ging er unter. »Du bist F. Potennen, nicht wahr?« Endlich wandte sich der Mutant ihm zu. »Einer der schärfsten Hunde, wehtriss Molauts.« »Terranische Begriffe werden auf Tevor nur ungern vernommen. Achte auf deine Wortwahl.« »Du wirst mich doch nicht verraten, oder?« Asan Asul galt als widerspenstig. Er rieb sich gerne an Autoritäten, umso mehr als er den vollen Umfang seiner geistigen Fähigkeiten nach und nach erkannte und sich dessen bewusst wurde, was wirklich in ihm steckte. »Es bleibt unser Geheimnis«, sagte Lekore. »Was willst du hier? Ruft V. Potenzial laut nach mir? Wenn ja, hätte eine Holo-Nachricht gereicht.« »Es gibt keinen offiziellen Anlass für meinen Besuch, Asan Asul.« »Das habe ich auch nicht erwartet.« »Burschen wie ihr seid niemals offiziell unterwegs.« Asan Asul erhob sich und seufzte. »Ah, so schön. Möchtest du eine Tasse arkonidische Khamana?« Ich befürchte, das ist alles, was von diesem Kulturkreis eines Tages übrig geblieben sein wird, wenn sich die Arkoniden eines Tages vollends in den Messingwelten verloren haben.« Er vollendete den Satz nicht. »Du bist wie alt?« »Sechundzwanzig?« »Und dennoch bereits vollgestopft mit Wissen zur milchstraßenweiten Situation. Ich frage mich, wie sich das auf dein Gemüt auswirkt. Bist du mein neuer Therapeut?« Sie betraten eine kleine unscheinbare Hütte, indem es nach dem Holz der Tatam-Zirbe roch. Asan Asul stellte eine Kanne auf einen künstlichen Heizstein. Wenige Sekunden später pfiff Dampf aus dem dünnen Schnabel. Der Mutant goß ein und stellte eine der beiden Tassen vor Likore auf dem Tisch ab. Sie setzten sich auf gegenüberliegende Stühle. »Nein, Asan Asul. Ich bin hier, weil ich Fragen beantwortet haben möchte und ich betone, dass ich es nicht im Auftrag Vetrismolauts mache.« »Hat das Schoßhündchen etwa sein warmes Plätzchen an der Sonne verlassen und zieht nun sein eigenes Ding durch?« »Steht es schon so schlecht um Tee vor?« »Du weißt genau, was in unserer Heimat geschieht. Du wirst regelmäßig mit den wichtigsten Informationen zu den theuphorischen Umtrieben beliefert. Also lassen wir das. Und mir wäre es recht, wenn du deine sarkastischen Bemerkungen für dich behalten könntest. Was derzeit geschieht, gibt keinerlei Anlass, sich lustig zu machen.« Asan Asul grinste schief und wollte etwas erwidern, doch er hielt an sich und senkte den Kopf. »Verzeih.« »Sarkasmus hilft mir, mit meinem Selbst zurechtzukommen.« »Deinem Selbst? Wo liegt das Problem?« Lekore kostete Diek Amarna. Sie war ausgezeichnet. Der junge Mann zögerte, errang mit sich. »Was weißt du über mich?« fragte er schließlich. »Dass du mit dir ringst und unter anderem deshalb aus dem Verkehr gezogen wurdest. Deine Gabe als Parakonfigurator. Ich kann die Kräfte jedes Mutanten in meiner Umgebung übernehmen. Das Wissen geht einfach so auf mich über. Ich bin ein Monster, das beliebige Rollen annimmt und schreckliche Schäden anrichten kann. Das ist sicherlich schwer zu verdauen. Aber es wäre zu verkraften. Nicht aber das, was ich noch in mir trage. Die Fähigkeit, als Paradysfaktor zu wirken. »Du weißt davon?« »Ja.« Hassan Asul lächelte schwach. »Ich brauche keine Begabung als Telepath, um zu wissen, dass du lügst. Du magst diesen Begriff gehört haben, aber du hast keine Ahnung, was er bedeutet.« »Dann klär mich auf.« »Warum sollte ich das tun?« Lekore lehnte sich weit vor, stellte die Tassek Amarna beiseite und sagte eindringlich, »weil ich hier bin, um dir und uns allen zu helfen. Ich bitte dich um diesen einen Vertrauensvorschuss. Ich will unser Allerbestes.« »Sonderbar.« »Du redest nicht wie der Efpotenen, von dem ich gehört habe. Und du benimmst dich nicht wie ein Agent aus Vitris-Mulauts-Umfeld.« Lekore zögerte. »Durfte er die Wahrheit sagen? Sollte er den jungen Tephroda in sein Geheimnis einweihen?« »Nein, noch nicht.« »Du warst lange nicht mehr unter Leuten,« sagte er, »und es fehlt mir nicht.« »Nun gut, Assan Asul, spielen wir mit offenen Karten.« Ich dachte, terranische Redewendungen wären nicht opportun. Der Mutant grinste. Lekore blieb so ruhig wie möglich. Er beging Fehler immer wieder. Diese beständigen Körper- und Geisteswechsel brachten ihn an sein Limit. »Was ist ein Paradiesfaktor? Könntest du, würdest du diese Gabe einsetzen, Vitris-Mulaut aus seiner derzeitigen Notlage befreien? Könntest du Saliana retten?« »Vielleicht.« »Es geht dir also doch um den Tamaron.« »Ich sehe ein größeres Bild, Assan Asul.« »Zeig mir dieses Bild, bevor wir weiterreden.« Lekore nahm einen weiteren Schluck von Dirk Amarna. »Erstens erpressen die Theophoren Vitris-Mulaut, um die tefrodische Heeresmaschinerie auszuschalten.« »Zweitens sind sie drauf und dran, mit Hilfe ihrer Sterngewerke die Milchstraße abzufackeln.« »Es wurden bereits schreckliche Schlachten geschlagen, die ich weiß.« Lekore holte Tiefluft. »Was würde Vitris-Mulaut tun, wäre er frei in seinen Entscheidungen?« »Würde er dieses Bündnis mit den Theophoren beibehalten?« »Nein!« kam es wie aus der Pistole geschossen. »Peri Rodan, Adlan und all ihre Verbündeten mögen politische Gegner sein. Aber hier und jetzt geht es um das Schicksal der gesamten Sterneninsel.« »Eben. Und deshalb möchte ich, dass du Vitris-Mulaut aus seiner Zwangslage befreist. Ich will, dass unser Tamaron die Möglichkeit bekommt, die ihm zustehende Rolle als starker Partner Peri Rodans einzunehmen.« »Und warum sagt er mir das nicht selbst?« »Wie ich bereits sagte, bin ich in Eigeninitiative hier. Vitris-Mulaut achtet darauf, deinen Aufenthaltsort nicht bekannt zu geben. Die wenigsten Tefroder wissen, wo du dich aufhältst. Nicht einmal er selbst weiß es. Aber du hast es herausgefunden. Ich bin gut in diesen Dingen.« Asan Asul lachte. Es klang bitter. Damit stellt sich immer noch die Frage nach dem Warum. »Was soll all diese Geheimnistuerei?« »Ich bin dankbar, hier sein zu dürfen. Aber ich verstehe manche Dinge einfach nicht.« »Dabei ist es so offensichtlich, Junge.« »Vetris-Mulaut möchte dich schützen. Es wird Druck auf ihn ausgeübt. Du sollst an die Theophoren ausgeliefert werden. Diese Wesen sehen dich mit all deinen Gaben als Bedrohung für ihr wirken. Und jetzt möchte ich endlich wissen, warum. Was macht dich so bedeutsam?« »Asan Asul war nicht dumm.« Er hatte diese Worte gewiß erwartet, und dennoch saß er nun stumm da, mit fest zusammengepressten Zähnen, mit blassbraunem Teint und zitterte. »Noch hält Vetris-Mulaut dem Druck der Theophoren stand und ist nicht bereit, dich auszuliefern. Dasselbe trifft übrigens auf die Statue Zenu-Kortins zu. Verbindet euch beide etwas. Rede endlich, Asan! Hilf mir, damit ich dir helfen kann!« Der junge Tefroder klopfte unruhig mit den Fingern auf den hölzernen Tisch und starrte blicklos an Lecore vorbei. Er kämpfte um die Entscheidung und traf sie dann. »Ich habe meine Gabe längst nicht vollends erforscht. Eigentlich weigere ich mich, es zu tun. Es ist zu gefährlich. Für mich und meine Umwelt.« Lecore blieb ruhig. Er musste Geduld haben. »Ich kann physikalisch-technisch-biologische Abläufe stören. « sagte Asan Asul leise. »Ich bin ein Gott. Ein zerstörerischer, allesvernichtender Gott, wenn ich mich nicht vollends unter Kontrolle behalte. Ich lasse Wesen erblinden, ertauben, erlahmen. Ich bringe Roboter und Raumschiffe zum Detonieren. Ich sorge dafür, dass Monde abstürzen. Ich setze physikalische Gegebenheiten außer Kraft und mache das mir alles ringsum gehorcht.« Er ruderte wie hilflos mit den Armen. »Sollte ich meine Begabungen jemals zu vollen Blüte bringen, würde nicht die Umwelt mich prägen, sondern ich sie. Verstehst du das?« »Ja.« »Nein.« Lecore wollte nicht darüber nachdenken, was Asan Asul anzurichten vermochte, würde er entfesselt. Es hatte in der bekannten Geschichte vermutlich nur einen Mutanten gegeben, der ähnlich mächtig gewesen war wie der Tefroda, riebald Corello. Doch der war längst tot und hätte bei dieser Art von Problemen vermutlich nur wenig helfen können. »Du könntest deine Begabung gegen die Indoktrinatoren richten. Du könntest die manipulierten Technoskorpione außer Gefecht setzen und die kleine Saljana retten. Ich weiß es nicht. Du hast Angst davor, die Begabung als Paradysfaktor einzusetzen, und deshalb hilfst du, Petrismolaut nicht. »Ich sitze auf Porulam fest, denke nach und übe. Selbst die Spiele mit den Steinen, die übers Wasser tanzen, sind ein Teil meines Trainings. Glaubtest du ernsthaft, ich könnte sie zwei Dutzend Mal aufspringen lassen?« »Ich verstehe.« »Und nun, Efpotenen?« »Was rätst du mir?« »Man sagt mir, ich sei das mächtigste Geschöpf auf Tefur, und dennoch kann ich nichts bewegen, außer einigen kleinen Steinen.« Hassan Asul lächelte traurig. »Das werden wir ändern.« Lekore erhob sich und stellte die gelehrte Tasse beiseite. Er hatte es plötzlich eilig. »Was willst du damit sagen?« »Du bist hier zum Trainieren, also werde ich dafür sorgen, dass dieses Training einen Sinn ergibt.« »Ich verstehe nicht.« »Was, wenn ich dir ein Gerät verschaffe, das mit Indoktrinatoren verseucht ist, das klein und übersichtlich ist, sodass du dich ausgiebig damit beschäftigen kannst?« »Unmöglich. Diese Dinger sind nicht zu isolieren. Selbst wenn du sie mit Hilfe der wirkungsvollsten Schutzschirme isolierst, werden sie in den Hyperenergie-Modus wechseln und entkommen, um sich rasch auf der Insel und auf ganz Tefur auszubreiten.« Lekore trat auf den jungen Mutanten zu und legte ihm eine Hand auf die rechte Schulter. »Kannst du mich fühlen?« »Spürst du etwas Besonderes an mir?« »Ich bin kein Telepath, Ev Potenen.« »Ich weiß zwar, wie sich das anfühlt, aber ich will, dass du ausnahmsweise mal vergisst, dass du ein begabter Mutant bist. Ich möchte, dass du dich allein auf dein Gefühl verlässt.« Lekore bemerkte die Anspannung, unter der Asan Asul stand. Seine Nackenmuskulatur war völlig verkrampft. Er blickte ihm tief in die Augen und erreichte, dass der Mutant nachgab. Er ließ sich ein Stück nach vorne fallen, auf ihn zu, als wollte er ihn umarmen. Asan Asul fingen sich wieder. Er stand da, gelockert, entspannt. »Du redest von Vertrauen,« sagte er leise. »Ja. Ich werde dir das nötige Übungswerkzeug beschaffen. Dann befreien wir die kleine Saliana und »tefor« aus der Umklammerung der Tioforen. Asan Asul zögerte immer noch. Doch er hatte ihn. Lekore hatte die notwendige Überzeugungskraft aufgebracht. »Einverstanden«, sagte der Mutant und lächelte verhalten. Kapitel 12 Er war Pakwataksmapu. Er war der Orakelpage der Kippakotnal. Als solcher kehrte er an Bord seines geliebten Schiffs zurück, um Erkundigungen einzuziehen, sich zu erholen, einen weiteren Spaziergang durch das Katjufat zu machen. Karadok Xomot wurde allmählich zum ernsthaften Problem. Er forderte Lekore, Intaxmapus' Gestalt, immer wieder an, wollte ihn in seiner Nähe haben und sich beraten lassen. Bislang war sein Spiel gut gegangen, doch bald würde er sich etwas einfallen lassen müssen. Er spielte zu viele Rollen und war für alle Seiten, die er mit seinen Scharaden bediente, viel zu selten erreichbar. Aber zuvor? Er zog die Orakelbrünne über und rückte Meuzin behutsam zurecht. Der alte Ussig drängte sich vehement gegen ihn und schenkte ihm jene Zuneigung, die notwendig war, um ins Sechster dem Banner überzuwechseln und sein Refugium aufzusuchen. Es herrschte unerklärliche Unruhe im Katjufat. Sie hatte die mentalen Komponenten gepackt, nahm aber auch Einfluss auf die Gestaltung des Kristalllands. Wogen, die gegen den Strand klatschten, kamen unregelmäßig und dann mit unverhältnismäßiger Wucht. Kristalle stäubten hoch und trieben als Wolken, dahin die Likore beim Atmen Probleme bereiteten. Atmen? Im Katjufat gibt es keine Körper, keine biologisch bestimmten Abläufe. Ich bin purer Geisteszustand, vermengt mit jenen Ideen, die mein Wesen ausmachen. Likore schleppte sich über den Strand. Er sparte die Umgebung aus, so gut es ging, und achtete bloß auf jene Zeichen, die ihn zu seinem Refugium führen würden. Er entdeckte es, unter einem riesigen Haufen an Kristallen verborgen. Sie hatten sich dort angehäuft, wie magisch von der Dunkelheit angezogen. Likore dachte sich an den Bewusstseinsinhalten vorbei und drang in die Schwärze vor. Sie war ein wenig geschrumpft, doch sie hatte den Wiedernissen zwischen den Tori standgehalten. Gut so. Erleichtert ließ er sich fallen. Es war so unglaublich schön, nichts tun und denken zu müssen, sich von den permanenten Gestaltwechseln zu erholen und die Gedanken freizulassen. Dies hier war sein Ort. Nur in der mentalen Nische konnte der Koda Arathia er selbst sein. Die äußere Unruhe wurde stärker. Sie brachte das Refugium zum Beben und Ächzen. Da und dort ließ die Schwärze nach. Die vielen mentalen Impulse des Katiophats bahnten sich ihren Weg und wollten sein Versteck zerstören, aufgehetzt von... von den Trostreichen. Rote Wurmgestalten trieben Kristalle vorwärts wie Wüstensand, der neues Land erobern und ausfüllen sollte. Lecore kam zu sich. Er erkannte den Ernst seiner Situation. Die Trostreichen akzeptierten sein Vorhaben nicht. Sie verboten ihm, in einer selbstbereiteten Dunkelheit zu sitzen. Du bist Orakel Page, also benehm dich gefälligst wie einer, ließ ihn einer der Trostreichen wissen. Erfüll deine Aufgabe, erfüll deinen Zweck. Lecore ignorierte die Worte der Trostreichen. Er reparierte dort, wo sie die Schwärze beseitigen ließen und schuf neue Freiräume, die das Refugium weiter vergrößerten. Er brauchte diese Höhle mehr als alles andere. Wollte er die vielfältigen Aufgaben, denen er sich stellte, zu einem guten Ende bringen? Er fühlte, dass der Aufruhr im Katiophat beunruhigende Ausmaße annahm. War diese klimatische Veränderung einzig ihm zu verdanken oder gab es andere Gründe dafür? Durch die Lücken, die die Trostreichen mithilfe der mentalen Komponenten schlugen, drangen neue, intensive Gefühle ins Innere seines Refugiums. Es herrschte eine nie gespürte Unruhe und je heftiger sie wurde, desto wütender wurden die Angriffe auf ihn. Ihr habt hier nichts zu suchen, schrie Lekore. Es bleibt einzig und allein mir überlassen, was ich tue. Ich werde meine Aufgabe erfüllen und den Takt für's Katiophat vorgeben. Alles andere geht euch nichts an. Er kämpfte. Er baute auf, wo zerstört wurde und er rückte zurecht, was verschoben worden war. Die Schwärze, durch die er in Bereiche anderer Schiffe blicken und hören konnte, gehörte ihm. Er etablierte die Nische gegen den Einfluß der Trostreichen. Er befestigte und verkapselte sie, solange bis wieder Ruhe herrschte und sich die Trostreichen zurückzogen. Er hatte es geschafft. Das Refugium war so sehr gefestigt, dass es selbst den wildesten Angriffen widerstehen würde. Einerlei, ob er als das geistige Gefüge eines Theophoren, eines Terraners, Thephrodas oder Marx hierher gelangte. Die Nische war bereit für ihn. Wenn er nur gewusst hätte, was all diese Aufregung im Katiophat zu bedeuten hatte. Lekore gönnte sich ein wenig Erholung in der Schwärze, bevor er sich den dringendsten Problemen zuwandte. Er nutzte eine Verbindung durch die Dunkelheit in andere Bereiche des Katiophats, um mehr über die Indoktrinatoren zu erfahren. Mentale Komponenten aus anderen Sterngewerken waren ihm dabei behilflich, ob sie wollten oder nicht. Bald wusste er alles, was er benötigte. Kapitel 13 Er war Deknotai »Der Karadok soll hereinkommen, Noctak«, sagte er. »Anschließend lässt du uns allein.« Der Adjutant zögerte, machte aber dann das Handzeichen der Ehrerbietung und öffnete die Tür. Maxal Xomot trat ein. Er wirkte misstrauisch und sah sich nach allen Seiten um. Erst als er bemerkte, dass sie beide allein waren, entspannte er sich. »Deknotai«, sagte er grußlos, »es überrascht mich, dass du mich sehen möchtest. Es gibt gute Gründe dafür. Einer davon ist das Paket, das du mitbringen solltest.« Der Karadok nahm den Rucksack von seiner Kampfbrünne und öffnete ihn. Zum Vorschein kam ein Kasten. Ein technisches Element, das Likore keinem besonderen Zweck zuordnen konnte. »Ich frage mich...« »Nein, du fragst dich nicht«, unterbrach ihn Likore. »Es gibt gute Gründe dafür, dass ich eine Experimentalbox von der Kippa Kottnall angefordert habe. Auf TV gibt es in mancherlei Hinsicht Mangel. Ein zusätzliches Element, das mit passiv geparkten Indoktrinatoren versehen ist, mag in den nächsten Tagen als Druckmittel gegen die Tiffruder wichtig werden.« »Das ist alles, was du wissen musst.« »Ich verstehe.« »Das war's also?« »Kann ich mich zurückziehen?« »Nein«, grollte Likore und machte eine ablehnende Kopfbewegung. »Wir haben noch etwas zu besprechen.« »Ich wüsste nicht, was wir uns zu sagen hätten. Du bist die oberste Kontrollinstanz über das Tamagat. Aber du hast keinerlei Bestimmungsrecht über mich und die anderen Flottenangehörigen. Wir sind einzig und allein dem Tomka Karadok verpflichtet.« »Richtig. Und ich frage mich, ob du dir dessen bewusst bist. Was willst du damit sagen?« »Akoschei ist ein guter und fähiger Mann, der diese Banner-Kampagne zu einem unglaublichen Erfolg lassen werden kann.« »Soll das eine Anschuldigung sein?« »Ich habe nie...« »Schweig!« brüllte Likore. Er fühlte Kampfeswut hochsteigen und erhob sich von seinem Thronstuhl. »Ich sitze nicht umsonst auf meinem Posten. Nichts von dem, was auf Tefohr vor sich geht, bleibt mir verborgen. Ich weiß, dass du Bestrebungen hast, Akoschei herauszufordern. Auf eine Art und Weise, die einem Teoforen nicht zusteht. Du bist ein intriganter kleiner Bastard.« Likore zog einen Datenträger hervor, der völlig leer war. »Hier sind die Beweise für all deine Verfehlungen. Pläne und Konzepte, Strategien in Wort und Bild, alles, was Verräter für einen Umsturz benötigen.« »Dieser verdammte Orakelpage!« »Er hat dir das alles zugetragen, nicht wahr?« »Welcher Orakelpage, Xomot!« »Glaubst du etwa, ich bin auf Spione angewiesen?« »Du selbst hast die Beweise bei dir getragen, als du auf Tefohr landetest. Du wurdest routinemäßig einer Untersuchung unterzogen und wir entdeckten die Daten in deinen Unterlagen.« Xomot blieb bemerkenswert ruhig. Er stand bloß da mit leicht zitternden Nasenbändern und sagte kein Wort. »Es stehen uns aufregende Zeiten bevor, Karadok. Solche, in denen wir nur dann siegreich sein werden, wenn wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam gegen unsere Feinde in der Milchstraße vorgehen.« »Deshalb werde ich nichts von alledem hier an Akushai weitergeben.« »Du lässt mich davonkommen?« »Einfach so?« »Selbstverständlich nicht, Xomot.« »Die Unterlagen verbleiben bei mir. Sollte mir etwas zu Ohren kommen, was mir nicht behakt, werden die Dateien geöffnet und an den Tomka-Karadok weitergereicht. Ich verlange absolute Loyalität Akushai gegenüber. Hast du mich verstanden?« Xomot schwieg. »Lange.« »Ich akzeptiere,« sagte er schließlich. »Und wie weiß ich, dass ich mich auf dein Wort verlassen kann?« »Du bist verseucht mit jenen bösen Gedanken, die du anderen gegenüberhegst.« »Das Wort eines Theophoren zählt. Das solltest du wissen, insbesondere, wenn er Deknotai heißt.« »So sei es.« Xomot machte ein Zeichen der Zustimmung. »Und nun verschwinde von hier. Geh zurück zu deinen Leuten. Sei jener Anführer, den sie verdienen.« Xomot grüßte wortlos und verließ den Raum. Er wirkte um einiges kleiner als in dem Moment, da er eingetreten war. Lekore war zufrieden. Zumindest dieses eine Problem war gelöst. Wenn Xomot vernünftig war, verzichtete er auf weitere gegen Akushai gerichtete Intrigen. Der Orakelpage Pakwataksmapu hatte von nun an Ruhe vor dem Karadok der Kippakotnal und was die Experimentalbox betraf. Ev Potenen würde eine weitere Reise auf die Insel Porrolam antreten. Kapitel 14 Er war Ev Potenen. Die Versuchung war groß, ein Templat von Hassan Asul anzufertigen. Doch es hätte ihm kaum etwas genutzt. Die besonderen Fähigkeiten eines Mutanten ließen sich nicht kopieren. Auch einem Koda Arathia waren Grenzen gesetzt. Er würde niemals zum Parakonfigurator oder zum Paradysfaktor werden. Es überrascht mich, dass du bereits zurück bist, sagte Hassan Asul statt einer Begrüßung. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, geht vieles leichter. LeCoure setzte sich an denselben Tisch wie vor einigen Tagen und bekam Kamana aus derselben Kanne eingeschenkt. Er war so schrecklich müde. Und? fragte Hassan Asul und nahm ihm gegenüber Platz. LeCoure zog die Experimentalbox hervor und stellte sie sachte auf dem Tisch ab. Das Ding ist mit Indoktrinatoren verseucht. Sie werden sich passiv verhalten, selbst wenn du sie mit deinen Geisteskräften attackierst. Die Theophoren gebrauchen sie zu ähnlichen Zwecken wie du nun. Wenn du möchtest, können wir Teile von ihnen auf andere Geräte übertragen und sie verseuchen lassen. Ich habe die Werkzeuge dazu. Warte! Hassan Asul senkte den Blick und achtete nicht weiter auf ihn. LeCoure versuchte sich vorzustellen, was in der Gefühlswelt des jungen Manns vor sich ging. War er sich der Last bewusst, die auf seinen Schultern ruhte? Ich kann sie erfassen, Evpotenen, sagte der Mutant nach einer Weile. Und vernichten? Ich bevorzuge den Begriff dysfunktionalisieren. Hassan Asul lächelte, wurde aber gleich wieder ernst. Es ist nichts gewonnen. Die Indoktrinatoren sind sehr flexibel. Ich muss einen Weg finden, sie festzuhalten und rasch abzutöten. Wenn ich Salianer befreien möchte, kommt es auf Schnelligkeit an. Gib mir ein wenig Zeit, Evpotenen, und jetzt lass mich allein, du störst. Es war, als hätte Hassan Asul ihn vergessen. In völliger Selbstversunkenheit saß er da und starrte auf die Experimentalbox. LeCoure stand auf und trat leise aus der Hütte. Ihn schauderte. Die Arbeit mit den Indoktrinatoren strengte den Mutanten sichtlich an und zehrte ihn aus, bereits nach wenigen Minuten. Er hoffte und er fürchtete sich gleichermaßen. Wenn die Befreiung Salianers gelang, würde sich die Situation im Helitas System grundlegend ändern und Vitrys Molaut hoffentlich ein Bündnis mit den Terranern eingehen und einen Mutanten an seiner Seite präsentieren, die einen ungeheuren Machtfaktor darstellte. Lecoure betrat den Gleiter, der ihn auf die Insel gebracht hatte und ließ den Autopiloten zurück zur Stadt Absuma fliegen. Er erinnerte sich eines alten Sprichwortes, das Imperio Rodan vor einigen Jahren erklärt hatte. Trieben sie den Teufel mit dem Beelze Bub aus, wenn sie sich mit Vitrys Molaut und Hassan Asul einließen? Kapitel 15 Er war Deknotai. Er wurde gemeinsam mit den Karadox aller Sterngewerke und deren engsten Mitarbeitern zu Akkoschei gebeten. Der kleine Versammlungsraum war karg eingerichtet, ihr Anführer stand auf einer Kiste. Und überragte sie alle. Einige Bewaffnete schützten den Tom Karadok, als fürchtete er sich vor Feinden in den eigenen Reihen, oder gab es einen anderen Grund für die starke Präsenz gut bewaffneter und inhöriger Krieger? Auch Xomot war gekommen. Er blickte finster drein und zog sich einige Schritte zurück, als er Deknotai erblickte. Er hatte seine Lektion gelernt. Akoschei nickte ihm kurz zu, dann blickte er wieder hoch. Er wartete, bis Ruhe einkehrte und ihm die Aufmerksamkeit aller galt. Es gab in letzter Zeit viele und intensive Gespräche mit den Tiff-Rodern, sagte er laut. Nicht, dass mir all dieses Gerede gefallen würde, aber es ist sinnvoll und es wird bald ein Ende finden, das kann ich euch versichern. Sobald wir unsere Übereinkunft getroffen haben, setzen wir unsere Sterngewerke in Bewegung und zwar in Richtung Sul-System. Verhaltene Jubel brach aus, der bald wieder endete, als der Tomka Karadok fortfuhr. Warum das Sul-System? Der offensichtliche Grund ist, dass die Terraner die stärksten und würdigsten Gegner in dieser Sterneninsel darstellen. Wir werden eine reichhaltige Ernte halten und unsere Banner mit ihren Mentalkomponenten füllen. Weiterer Jubel. Doch es gibt weitere Gründe. Wie wir mittlerweile wissen, rasen zwei Perforationszonen überlicht schnell durch die Milchstraße. Eine davon wird im zentralen schwarzen Loch der Milchstraße verschwinden und unzugänglich bleiben. Die andere allerdings wird Sol erreichen und dort aufschlagen. Es besteht Grund zur Hoffnung, dass uns diese Durchgangszone im terranischen Sonnensystem die Chance eröffnet, zwei Flotten zu vereinen. Jene aus der Vergangenheit könnte durchbrechen und in unsere Zeit gelangen. Die Chance dazu besteht, wurde mir versichert. Akushai redete mit so viel Inbrunst und Überzeugung, dass es um Likores Brust eng wurde. Eine Wiedervereinigung zweier Tioforen Flotten. Was für eine Vorstellung. Und dann werden wir reichhaltige Ernte halten. Tara wird unser Finale sein, der krönende Höhepunkt einer grandiosen Bannerkampagne. Die mächtigsten Welten der Milchstraße sind bereits gefallen, die Tefroda werden dank unserer Verhandlungen keine Gefahr mehr darstellen. Der Glaube der Galaktiker, ein wirksames Mittel gegen die Indoktrinatoren in der Hand zu haben, wird sich als Schimäre herausstellen. Nicht nur werden sämtliche Sterngewerke mit ihren Sternspringern in den Kampf ziehen, viele hunderttausend Raumschiffe der Galaktiker, die mit Indoktrinatoren infiziert sind oder unter ihrer Kontrolle stehen, werden reichhaltige Ernte halten. Lecore ertappte sich dabei, dass er mitbrüllte und mitschrie und sich gegen die Brünne klopfte und stampfte und den Tom Karkaradok hochleben ließ. Was für eine Pointe, was für eine Choreografie, wie schnell wir die Bewohner der Milchstraße zurecht gestutzt und ihnen ihre Minderwertigkeit bewiesen haben. Diese Bannerkampagne wird als eine der größten in unsere Historie eingehen. Wir alle schreiben in den nächsten Tagen Geschichte. Du schreibst Geschichte, Akoschei, hörte sich Lecore schreien. Du unser Tom Karkaradok! Der Jubel war schier grenzenlos. Kapitel 16 Er war F. Potenen. Wochenlang hatte er sich vorbereitet, sorgfältig Figuren aufgebaut und Inszenierungen betrieben. Nun musste alles rasch gehen. Was er vorhatte, bedurfte einer großen Portion Glück, eines guten Timings, und einer weiteren großen Portion Glück. Du wirst es schaffen, sagte er zu Hassan Asul, der neben ihm im Gleiter saß. Der Körper des jungen Tefrodas wirkte ausgemergelt, unter den Augen zeigten sich dunkelbraune Ringe. Ich Ringe. Ich weiß nicht, zweifelte Hassan Asul. Es kann so viel schief gehen. Meist hat es geklappt, die Indoktrinatoren zu dysfunktionalisieren, doch es gab immer wieder Aussetzer. Außerdem habe ich alle Maschinen zerstört, die ich von diesen Dingern befreit habe. Das müssen wir riskieren, Hassan Asul. Dir bleibt keine Zeit mehr für Übungen. Sie schwiegen eine Weile. Ich weiß immer noch nicht so recht, ob ich dir trauen soll, Evputin. Vielleicht ist dies alles eine Falle. Vielleicht willst du mich bloß zurück ins Tamagat schaffen und dafür sorgen, dass ich den Theophoren übergeben werde. Das hätte ich einfacher haben können. Und selbst wenn dem so wäre, du würdest dich wehren und dein erstes Opfer wäre ich, nicht wahr? Davon kannst du ausgehen. Der Mutant Er steckte wieder tiefer in Anafi Zidats Schuld und beinahe bedauerte er, dass er niemals seine Dankbarkeit würde beweisen können. Sie verschaffte ihm einen Termin bei Vetris Molaut und sorgte sogar dafür, dass er Assam Asul beinahe unbemerkt an den Wachen vorbei ins Innerste des Tamagats schaffen konnte. Erst bei der vorletzten Kontrolle wurden sie aufgehalten, die Identität des Mutanten aufgenommen und der Tamaron verständigt. Er will euch sofort sehen, sagte ein Angehöriger der Wache, nachdem sie einer peniblen Kontrolle unterzogen worden waren. Aber mach dich auf ein Donnerwetter gefasst, Evpotenen. Vetris Molaut ist sehr, sehr schlechter Laune. Sie gingen einen langen und gut ausgeleuchteten Weg entlang. Sie befanden sich in einem der langen Ausleger des elfzackigen Sterns. Das eigentliche Machtzentrum des Tamarons befand sich im Vektor, weit weg von diesem Ort. Seitdem sich Tioforen auf Tefor befanden, wechselte Vetris Molaut täglich seinen Aufenthaltsort, so sagte man. Bist du völlig verrückt geworden? fuhr ihn der Tamaron an, sobald sie den Konferenzraum betreten hatten. Was hast du mit Assan Asul zu schaffen? Was hat er Platz für mehr als zwanzig Personen? Der Herrscher über das neue Tamarion saß am Kopfende des Tisches, gut zehn Meter von ihnen entfernt. Lecore deutete, dem Mutanten sich ebenfalls zu setzen und platzierte sich neben ihm. Es werden bald keine Tioforen mehr auf Tefor sein, eröffnete er dem Tamaron und hob abwehrend die Hand. Bevor du mich fragst, woher ich das weiß, es ist ein Etwas. Die mannsgroße Statue von Zeno Cortin ruhte auf einem kleinen Podest. Lecore fühlte sich gemustert und durchleuchtet. Das smaragdgrüne Licht der Statue von Faktor Vier flutete den Raum. Lecore hatte plötzlich ein schlechtes Gewissen, wie ein kleines Kind, das Süßigkeiten gestohlen hatte und dabei erwischt worden war. Ich gebe dir eine einzige Chance, mich zu überzeugen, sagte Vitris Molout. Was glaubst du über die Theophoren zu wissen und warum hast du Assan Assul zu mir gebracht? Ich weiß zum Beispiel, dass die letzten Besprechungen mit Akushai unmittelbar bevorstehen. Sie finden in zwei Stunden statt, nicht wahr? Danach werden die Verträge besiegelt und der Tomka Karadok zieht seine Sterngewerke aus dem Helitas-System ab. Was er allerdings nicht gesagt hat, ist, dass sein nächstes Ziel Sol sein wird. Das hat mich nicht zu interessieren. Weil sich Saliana in Gewahrsam der Thioforen befindet, weil indoktrinierte Technoskorpione über sie wachen und sie von hier wegschärfen, sobald es wird keinen unüberlegten Befreiungsversuch geben, das habe ich dir bereits zweimal gesagt. Nichts an meinem jetzigen Plan ist unüberlegt, log Lekore. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Tagen sehr eigenständig gehandelt habe. Aber die Lage war unerträglich für mich. Also habe ich Assan Asul gesucht und gefunden. Ich habe ihm Muster der Indoktrinatoren verschafft, damit er an ihnen üben konnte. Wie bist du an dieses Material herangekommen? Möchtest du das wirklich wissen, Tamaron? Möchtest du dich noch mehr mit meiner Arbeit belasten? Er sagt die Wahrheit, Tamaron, fügte Assan Asul bei. Ich konnte an Indoktrinatoren üben. Ich glaube, dass ich in der Lage bin, die Technoskorpione und die gesamte befallene Technik in ihrem Umfeld zu neutralisieren. Wir können Salianer befreien. Du glaubst, hakte Vitris Molaut nach. Es gibt einige kleine Unsicherheiten. Unserem jungen Freund wird es gelingen, die Indoktrinatoren zu dysfunktionalisieren, fiel ihm Lekore ins Wort, der so nahe wie möglich an der Wahrheit bleiben wollte. Vermutlich explodieren dabei die befallenen Geräte. Das sind die Unsicherheiten. Es dessen bin ich mir bewusst, Tamaron. Aber du weißt besser als ich, was noch auf dem Spiel steht. Eine ganze Galaxis. Zeno? Vitris Molaut wandte sich der Statue von Faktor Vier zu. Assam Asul wird es schaffen, sagte Zeno Cortin. Ich kann es spüren. Ev Potenen hat gute Arbeit geleistet. Ich soll es riskieren? Unbedingt. Es würde unseren eigenen Plänen zu Pass kommen. Und damit war es entschieden. Akushai beschloss die Verhandlungen mit Vitris Molaut. Einige öffentlichkeitswirksame und bedeutsam klingende Worte wurden gesprochen und systemweit verbreitet. Anschließend begab sich der Tomka Karadok an Bord seiner Xoinatiu und verkündete den baldigen Abschied der Sterngewerke ohne das Ziel der Tiophorischen Schiffe bekannt zu geben. Die frühen Morgenstunden des 5. November 1518 NGZ brachen an. Nun galt es. In wenigen Stunden würde die Kippa Kottenal im Reigen der anderen Tiophoren Schiffe aus dem Helitas System verschwinden und Lecore hatte vor mit an Bord zu sein. Bis auf Decknotai, dessen Rolle er in den letzten Stunden gespielt hatte und einem kleinen Kontingent an Wächtern verließen alle Tiophoren Tephor. Die Übersiedlungen in die Sterngewerke begannen unverzüglich. Hundertschaften an Kriegern zogen ab. Die Baracken rings um den Stern von Absuma wurden aufgelöst, die guten gegenseitigen Beziehungen gelobt, von Respekt und Ehre gesprochen, bald war der ganze Zauber vorüber. Tephor würde wieder frei sein. Noch allerdings befand sich Vetris Molaut in der Geiselhaft der Tiophoren. Nicht mehr lange. Lecore entsicherte seine Waffe. Sie bot nur wenig Sicherheit angesichts des Feindes, mit dem sie es zu tun bekommen würden. Fertig? fragte er Assan Assul. Fertig. Der Mutant schloß seinen Schutzanzug. Er nickte, immer wieder, als müsste er sich selbst Mut zusprechen. Dann los! Sie drangen in jenen Bereich vor, in dem Salianer gefangen gehalten wurde. Das Mädchen bewohnte den spitz zulaufenden Teil von Stern 6. Sonnenlicht drang durch Panoramafenster in den Seitenwänden der Gänge. Holos erzeugten eine angenehme ruhige Stimmung. Es war ruhig. zu ruhig. Ich fühle sie, sagte Asan Asul. Zwei von ihnen sind auf dem Weg hierher. Wie viele beeinflusste Technos korpione befinden sich in Stern 6? Mindestens 8. Vergiss nicht, du darfst nicht einmal der Automatik einer Tür vertrauen. Keiner Positronik, egal wie klein oder groß, keinem Getränkeautomaten, keinem Staub- und Luftsauger. Du musst dich nicht andauernd wiederholen, Ich fühle die Indoktrinatoren, sie umgeben mich. Es sind unzählige, sie reagieren, sie spüren, dass ich eine Gefahr für sie darstelle, sie werden aggressiv. Lass dich nicht aus dem Konzept bringen, bleib ruhig. Eine Tür öffnete sich. Ein Meter großes Geschöpf kam hervorgeschossen, mit aggressiv erhobenem Hinterleib. Es kam ihnen entgegen, Metallen zischend. Hassan Asul streckte wie beiläufig eine Hand aus. Der Technoskorpion explodierte. Ebenso der Zweite. Chaos brach aus. Wasser spritzte aus Wänden, verborgene Bodenklappen öffneten sich und entließen Service-Roboter, Fenster klappten nach außen, flugfähiger Leib-Roboter stürzte vor ihnen ab. Intelligente Windeln und eine sprechende Baby-Rassel kamen auf Hassan Asul zugeschossen. Der Mutant stand da. Langsam und zögerlich hob er beide Arme, als müsste er ein gewaltiges Gewicht auf seine Schultern packen. Die Gesichtszüge waren verzerrt, die Muskeln am Oberkörper angespannt. Zwei Windeln explodierten, dann die Rassel. Lecore hätte gelacht, wäre den mächtigsten Mutanten der Gegenwart mit einer Mischung aus Ekel und Faszination. Was Hassan Asul tat, war das Werk eines Halbgottes. Er ließ diesen Teil des Sterns von Absuma erbeben, vernichtete komplexe Hochtechnologie, verfolgte Indoktrinatoren bei ihrer verderblichen Arbeit und säte Vernichtung. »Zieh deinen Schutzanzug aus«, sagte der Mutant beiläufig. »Weg damit, ebenso die Waffe, alles, was an deinem Körper ist. Aber ich sagte alles.« LeCore gehorchte ohne weiteren Widerspruch. So rasch wie möglich schlüpfte er aus der Kleidung und schleuderte sie von sich, die Waffe hinterher, hinein in ein sich immer weiter ausbreitendes Inferno. »Ihr könnt mir nichts antun«, schrie Hassan Asul. »Ich beherrsche euch«. Der Boden bebte, Rauchmelder schlugen an, fliegende Feuerlöscher wollten sich an die Arbeit machen und wendeten sich nach nur wenigen Sekunden gegen Hassan Asul, der weiterhin ruhig dastand und den Kampf gegen die Indoktrinatoren ausfocht. LeCores Anzug verging in einer Stichflamme. Eine Seitenwand stürzte nach innen und zerbröselte vor ihren Augen. Er meinte schwarze Wolken zu sehen, die wie Insektenschwärme durch die Luft trieben. Doch das war gewiss eine optische Technoskorpion kam aus einem der vielen Nebenräume gestürmt. Sah Hassan Asul das Biest etwa nicht? Verlor er die Kontrolle? LeCore warf sich gegen das Ding, nackt und eigentlich völlig wehrlos. Er konnte es nicht beschädigen, nicht einmal irritieren, doch es veränderte seinen Kurs und raste nur wenige Zentimeter an Hassan Asul vorbei gegen die Wand, wo es sich mit seinem Stachel verhakte. Der Mutant gewahrte endlich den Gegner, nickte in LeCores Richtung und vernichtete den Technoskorpion Kraft seiner Gedanken. Eine Stichflamme schoss hoch, metallene Splitter spritzten umher, einige trafen LeCore. Er ignorierte den Schmerz und blieb in Hassan Asuls Nähe. Alles, was er tun konnte, war, den Mutanten vorgefahren zu bewahren, die er in seiner auf unzähligen Ebenen stattfindenden Schlacht übersah. Saliana ist dort drin, sagte Hassan Asul und deutete auf eine bunt bemalte Tür. Komm! Weitere Explosionen, weitere Beschädigungen. Der Paradysfaktor bewegte sich wie in Trance auf den Zugang zu, LeCore ihm hinterher. Angehöriger tephrodischer Spezialeinheiten strömten in den heiß umkämpften Bereich. Sie vernichteten buchstäblich alles, was technikgesteuert war und bekamen dennoch die Wiederkehr der Indoktrinatoren zu spüren. Zwei Tephroder reichten LeCore neue Kleidung. Ein Mediker verarztete ihn rasch. Er sprühte klebrige Kühlmasse auf LeCores Verbrennungen, löste Splitter aus seinem Körper und setzte mit der Multimedo-Pistole rasch einige Nähte. LeCore schlüpfte ihm den neuen Schutzanzug, aktivierte ihn und folgte wie ein Dutzend weiterer Kämpfer Asan Asul. Der Mutant stand in der Mitte eines kitschig eingerichteten Kinderzimmers mit Saljana in den Armen. Die Kleine klammerte sich an ihm fest, als müsste sie ertrinken. Vier Technoskorpione richteten ihre Scheren angriffslustig in Asan Asuls Richtung. Sie schnappten nur wenige Zentimeter von ihm entfernt ins Leere. Feuer! befahl LeCore und bringt die Kleine in Sicherheit! Die Männer gehorchten. Sie wussten, dass sie mit ihrem Leben spielten. Asan Asul konnte sie unmöglich alle vor dem Zugriff durch die Indoktrinatoren beschützen. Doch sie gehörten zu Eliteeinheiten, die alles für den Tamaron tun würden. Ein Technoskorpion explodierte, ebenso ein halbmanns großes Stofftier, das eben noch wüste Beschimpfungen ausgestoßen hatte. Ein Soldat nahm Saljana trotz deren Gegenwehr an sich und brachte das kleine Mädchen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich. Ka! rief die Kleine. Immer wieder Ka! Die Kurzform des Namens ihres Vaters. Kaer Zet Wahn hatte der tephrodische Despot einst geheißen, wie Lecore wusste. Ein Bewaffneter starb auf erdarmliche Weise. Die Indoktrinatoren hatten seinen Kampfanzug befallen und alle Luft aus der Hülle gepresst. Er erstickte jämmerlich ohne, dass seine Kameraden etwas dagegen unternehmen konnten. Ashan Asul rief Lecore dem Mutanten zu. Du musst ich weiß unterbrach ihn der junge Mann. Ich kann sie nicht alle zugleich erwischen. Sie sind überall, aber ich schaffe es, ich kann sie besiegen. Ein weiterer Soldat starb. Er ging in Flammen auf. Die Waffe in seiner Hand explodierte. Die Indoktrinatoren schienen von einem es um, machten es zur Mordwaffe. Salyana ist in Sicherheit, hörte Lecore über Funk jemanden sagen. Das Ziel der Operation war erreicht, das Leben des Mädchens gerettet und damit womöglich ein Umschwung im Kampf der Milchstraßenvölker gegen die Tioforen geschafft. Lecore wandte sich Ashan Asul zu. Der Mutant stand nach wie vor ruhig da und tat sein Werk. Zornes Falten zeigten sich auf seiner Stirn. Die Wut trieb ihn an bei dem, was er tat. Er näherte sich am Hass auf die Tioforen und er ging unermüdlich gegen die Indoktrinatoren vor. Ihr Sternengötter, macht, dass dieser Mann niemals dieselbe Wut gegen Terraner entwickelt. Kapitel 17 Er war seinen Platz zurecht und schaltete die Holo-Verbindungen zu. Es war Akushai höchstpersönlich, der sich bei ihm meldete. Was ist da unten los? herrschte der Anführer aller Tioforen ihn an. Gibt es etwas, das das ich wissen muss? Es findet eine Revolte im und um den Sternen von Absuma statt. Nichts, das uns Sorgen machen müsste. Die Tefroder sind ein intrigantes Volk. Es kommt immer wieder zu unbedeutenden Auseinandersetzungen. Sei versichert, dass der Tamaron alles unter Kontrolle hat und damit auch ich. Er ist eine Puppe, die nach meinen Kommandos tanzt. Akushai starrte ihn an. Lange. Ich verlasse mich darauf, dass sich daran nichts ändert. Natürlich nicht. Du bist ein guter Mann, Deknotai. Deine Planetenimmunität ist mir zwar völlig fremd, aber es ist gut, einen wie dich an meiner Seite zu wissen. Lekorisch stand stramm und sagte einige Dankesworte. Ein Lob vom Tomka Karadok war selten. Für einen Moment fühlte er den Drang in sich Akushai über die Geschehnisse auf Tevor die Wahrheit zu sagen und ihn über seine Rolle in diesem bitter bösen Spiel zu informieren. Ich bin ein Terraner, sagte er sich, ohne davon überzeugt zu sein. Die Holo-Verbindung brach ab. Lekorre machte sich bereit. Der letzte Akt dieses bösen Spiels war gelaufen. Bald würde der Vorhang fallen. Er betrachtete seine Waffe. Und dann Noctak, den er unmittelbar vor dem Gespräch hingerichtet hatte. Die Leiche Deknotais fehlte noch. Er würde sie ebenfalls hier platzieren. Und dann? Kapitel 18 Er war Pakua Taksmapu. Nein, eigentlich war er Attila Lekorre. Im letzten Augenblick hatte er die Kippa Kottnal erreicht und war an Bord geschlüpft. Mit einem protokollierten Befehl Deknotais auf einem Datenträger, dass er den Orakelpagen so lange wie möglich bei sich gebraucht hätte. Xomot wüsste von diesen Anweisungen. Der Karadok der Kippa Kottnal sagte kein Wort. Er verzichtete darauf ihn zu maßregeln und entließ Lekorre. Er kehrte Anregung zu spüren war. Ihr Aufenthalt im Helitas System war zu Ende. Die Flotte setzte sich in Bewegung. Das großartige Finale der Banner Kampagne stand unmittelbar bevor. Es war Lekorre völlig einerlei. Die vielen Rollen, die er eingenommen hatte, vermengten sich in seinem Kopf zu einem riesengroßen Ballast Klumpen. War er Deknutai? War er If Potennen? Wie viel Taxmapu steckte in ihm? Und wie viel Attilar Lekorre blieb ihm? Sobald er sein Quartier betreten hatte, legte er sich die Orakelbrünne über und glitt mit Meuzens Hilfe in die kristallene See, die ihn bald an den Strand spülte. Die Nische war nicht mehr weit. Das ferne Myriadenfache Raunen spielte keine Rolle mehr. Er hörte es wie fernen Regen. Er konnte sich in ein Heim zurückziehen, wie er niemals zuvor eines gehabt hatte. Halt! Da war etwas zu spüren. Eine Veränderung, die das sechster Dimmbanner in seiner Gesamtheit erschütterte. Denn das Katju Pfad erfuhr den Vorschein, den Vorhall des Rufs zur Sammlung. Es war nicht der Ruf selbst, sondern bloß eine Ankündigung, die womöglich gar durch eine Täuschung zustande kam. Doch dieser Vorschein allein versetzte das Katju Pfad in Euphorie. Sollte die alte Prophezeiung wahr werden, nun in dieser Epoche, in dieser Galaxis. Das Leben der Theophoren war von diesem einen Gedanken an die Sammlung gesteuert. Ihre Erlösung, ihre Träume und Wünsche und Hoffnungen wurden wahr. Attilalikore gab sich der Vorfreude hin, er ließ sich von Glücksgefühlen fluten und zog sich irgendwann in die völlige Stille zurück, in sein Refugium. Kapitel 19 Vetris Molaut wanderte durch die verwüsteten Räume des Tamagats. Die Aufräumarbeiten waren in vollem Gang. Asan Asul war in die Medo Klinik des Sterns von Absuma eingeliefert worden. Er hatte sich völlig verausgabt. Spezialisten überprüften die verbliebenen technischen Einrichtungen des Gebäudes. Sie suchten nach verborgen gebliebenen Indoktrinatoren. Allem Anschein nach hatte der Mutant jeden Einzelnen dysfunktionalisiert. Dennoch bestand Vetris Molaut auf völliger Sicherheit. Bedauerlicherweise hatte die Auseinandersetzung Opfer gekostet. Die beinahe bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche Ev Potennens war in einem von Salianas Zimmern gefunden worden. Darüber hinaus waren zwölf Angehörige der internen Sicherheitskräfte getötet worden, zwanzig weitere verletzt. Der Tamaron fühlte dennoch tiefe Befriedigung. Er war völlig frei in seinen Entscheidungen und würde diese Freiheiten nützen. Er hob Saliana hoch und umklammerte sie. Seine Tochter legte ihren Kopf zärtlich gegen seine Brust und begann mit ihren kleinen patschigen Händen seinen Hinterkopf zu streicheln. Er hätte sie nicht hierher zurück bringen dürfen. Doch er wollte sie unbedingt bei sich haben, wollte sie spüren. Vetris Molaut schämte sich seiner Rührung nicht. Er hatte so lange um das Kind gezittert und gebangt und es verdiente diese Zuneigung. Liebe war etwas, das er selbst nur ganz selten zu spüren bekommen hatte. Er fühlte, wie Saliana ruhig zu atmen Arme fielen schlaff hinab. Sie schlief ein. Vetris Molaut gab sich einen Ruck und ging den Weg zurück in sein Büro. Zeno Cortin wartete bestimmt schon ungeduldig auf ihn. Er hatte Anweisungen zu geben. Er musste sich mit Hatayo Talfagar besprechen, dem Kommandanten der Vorata, der zugleich einer seiner engsten Mitarbeiter war. Rings um das Flaggschiff des neuen Tamaniums würden sich die tephrodischen Flottenteile sammeln. In einigen Tagen wollte er aufbrechen. Er würde gegen die Tioforen handeln und an der Seite der Terraner kämpfen. Die Flotte würde ins Solsystem fliegen. Vetris Molaut hatte eine Rechnung zu begleichen. Er streichelte sachte über Salianas Haar und sagte unsinnige liebevolle Dinge, die ihm niemals zuvor über die Lippen gekommen waren. Ende Die Tioforen versuchen alles, Terra von sändlichen denkbaren Verbündeten zu isolieren. Die Situation auf Tefor zeigte beispielhaft, wie sie dabei vorgehen und was sie zu tun bereit sind, um ihre Ziele zu erreichen. Fast scheint es, als sei der Banner Kampagne von Tomka Karadok Akoschai ihr finaler Erfolg nicht mehr zu nehmen. Uwe Anton verfasst Band 2873, der unter folgendem Titel erscheint. Das atopische Fanal Titel Titel Titel